Und dann war er natürlich sehr, sehr entsetzt darüber, dass der irgendwie Neigung zu Kinder hat oder was, ne, in dieser Audio-Botschaft oder was. Dann sag ich so, da hab ich das genau, was ich gestern gesagt habe, hab ich dann auch ihm gesagt, der ist ja Muslim. Weißt du, wenn du ein Problem damit hast, mit seinen Aussagen, musst du definitiv ein Problem mit dem Islam und den islamischen Schriften haben. Weil diese rufen zu... Ne, ihr wisst schon was auf. Zu Pepe, ne. Ne, das hab ich ja gestern euch bewiesen, ne, dass zum Beispiel der Ibn al-Raim in seinem Buch, Barth al-Fawaii, auf Band 4, im vierten Band, auf der Seite 96 und 97, den sunnitischen Muslim Anweisungen gibt. Wenn ihm der Hoden voller Samen da am Platzen ist, dann können die sich in die Hände eines kleinen Kindes, ihr wisst schon. Und daher hab ich ihm das gezeigt, er war schockiert. Dann sag ich so, wenn das für dich schon schlimm genug ist, wie gehst du dann um mit deinem Vorbild, der selbst ein kleines Kind, das noch nicht die Pubertät erreicht hat, auseinandergenommen hat. Da sagt er, ne, das stimmt gar nicht, zeig mal und so. Meinst du, ich zeig dir das jetzt? Meinst du, von wo? Von irgendwelchen Islamhasser-Seiten oder was? Meinst du? Nein, direkt von Bukhari. Da meinte ich so, da hab ich ihm das so gezeigt, aus Bukhari, schreibt euch das bitte auf. Sahi al-Bukhari 6130. Und dann sagt die, ah, ich da selber, ich hab mit Puppen gespielt. Jetzt nicht. Ich hab mit Puppen gespielt, während ich in der Gegenfahrt des Apostels Allahs war. Und meine Freundinnen haben auch mit mir mit Puppen gespielt. Und dann kommentiert der Imam Ibn Hajar al-Asqalani das Ganze, weil der ist ja der Kommentator von Sahi Bukhari und Sahi Muslim oder was. das Ganze und sagt, dass, ähm, dass das Spielen mit solchen Figuren eigentlich im Islam verboten sind. Aber, ah, ich hab alles erlaubt, erlaubt, erlaubt zu der Zeit, dass sie noch ein kleines Mädchen war, das noch nicht die Menstruation erreicht hat, sondern das Alte der Pubertät. Das ist unglaublich. Was steht in der Bibel bezüglich der Heirat? Ja, das kannst du ja nachschauen. In 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 36. Und dazu musst du in die, äh, Konkordanz reingehen, also in den Urtext, griechischen Urtext, und dann kannst du eine Wortstudie unternehmen. Das Wort ist Hyperagmos. Über die Blüte heraus, über die Jugend. Das heißt, wenn sie ihre, ähm, Reife erreicht hat, das heißt, über ihre Reife sogar. Das heißt, mit 18, 19 oder was, eine junge Frau, eine Frau. So sieht's aus. Das kann jeder von euch machen. Geht auf bibelhub.com und dann geht ihr da oben in die Sektion, in der Leiste. Ähm, 1. Korinther, Kapitel 7. Und dann geht ihr zu Vers 36, dann scrollt ihr ganz runter. Da wird jedes einzelne Wort erklärt. Und dann könnt ihr sehen, was der Herr da sagt. Er sagt, wir dürfen keine Kinder heiraten, sondern diejenigen, die schon über ihre Reife hinaus sind. Aber das, was der Islam da lernt in Sektion 65, Vers 4, zusätzlich noch durch die Gelehrten, die sagen, es ist kein Problem, sein gliechischen, das, das, ähm, Baby zu massieren. Zusätzlich noch in die Hände eines Kleinkindes zu, ja. Ja, das ist die Katastrophe. Was sagst du zu den Zwischenfällen in Kastrop und Essen? Was soll ich denn dazu sagen? Wenn die arabischen Clans einmal ausflippen, dann ist das so, ne? Dann kannst du das nicht, äh, aufhalten. Die sind ja 100, 200, 300 Mann. Dann, wie willst du denn so eine Horde aufhalten? Aber da siehst du mal, ne, wie kaputt dieses System eigentlich ist. Das ist genauso wie, ähm, wie wenn diese Antifa oder was dann losziehen und, äh, zu Hunderten von Mannen irgendwie in die Polizei reinschlagen und alles zertrümmern und zerdeppern. Das ist genau das Gleiche. Also, dass, wenn, ich glaube, sogar bald wird es so heftig losgehen, dass sogar die Polizei den Befehl bekommt, auch scharf zu schießen, wenn das Ganze nicht mehr aufzuhalten ist, ne? Und, äh, du siehst ja, dass die Polizei nicht mehr Herr wird dem Ganzen und, ähm, ja, sie auch irgendwie Angst haben, da hardcore vorzugehen. Also, wenn ich der Polizeioberbefehlshaber wäre, was meinte, wie ich meine Truppe, äh, so los anfeuern würde und sage, los, Jungs, los, Jungs und Mädels, auf in die Herde da rein. Also, so weltlich gesehen, ne? Ich würde das Ganze so, sofort in ein, zwei Minuten beenden, glaubt es mir. Ja, wenn ich nur die Macht hätte, ich würde das in zwei, drei Minuten beenden, ne? Holen sie euch! Ja, genau! Naja, aber da sehen wir mal, ne, dass die Polizei da am Kuschen ist. Aber da haben die kein, aber da siehst du wieder diese Doppelmoral, ne? Da haben die auch auf kein, äh, da haben die kein Problem damit gehabt, als die Corona-Regeln noch da waren, in alte Menschen reinzuknüppeln. Habt ihr die Bilder gesehen? Aber gegen die arabischen Klans trauen die sich nicht, ne? Hahaha, das ist auch heftig, ey. Das ist auch heftig und traurig gleichzeitig, ne? Zugriff, ja. Ja, auf der einen Seite totale Angst gegenüber den arabischen Klans, weil die eine Macht, weil die Macht demonstrieren und die Polizisten keine Lust haben, da so, sich da rein zu, ähm, rein zu hängen und quasi das Ganze zu beenden. Weil die genau wissen, äh, weil die genau wissen, dass die arabischen Klans nicht zimperlich umgehen und auch in die Polizei rein schlagen. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wie die Polizei in Menschen rein schlägt, die da einfach friedlich für Freiheit und alles Mögliche demonstrieren. Das ist so krass. Das ist so krass. Das kannst du niemandem erzählen. Ja, wir haben ja die Bilder gesehen, ne? Wir haben ja alles gesehen, das ist ja alles auf Video dokumentiert. Schade, das ist echt traurig, sehr, sehr traurig. So, so wie sie in die, äh, Leute reingeprügelt haben, die älteren Menschen und alle Mögliche für Freiheit demonstriert haben, so hätte die Polizei in die arabischen Klans reinknüppeln sollen. Dann wäre das in drei Minuten beendet. Ja, ihr möchtet, der Checker möchte ein bisschen beleidigen. Checker, komm hoch. Checker 4-7. Komm, mach du. Nein. Wir sind nicht hier, um Gewalt auszuüben, mein Lieber. Der Jesus Christus hat uns was anderes beigebracht als Gewalt. Ich habe nur von einer weltlichen Perspektive gesprochen. Wenn ich zum Beispiel der Polizeiherr wäre oder derjenige wäre, der das Sagen hätte und ich nicht im Glauben wäre, dann würde ich das innerhalb von ein paar Minuten, wenn ich die Macht hätte, hätte ich das innerhalb von ein paar Minuten beendet. Da würden die von mir Schiss haben, weil ich so rigoros durchgreifen würde, dass wenn die wissen, dass Amir und seine Truppe der Polizei kommt, da machen die sowas nicht mehr. Da überlegen die sich zweimal, ob die da hingehen und Terror machen. Glaubt mir. Wenn ich nur die Möglichkeit hätte, so im übertragenen Sinne. Kurzen Prozess würde ich machen, genau, kurzen Prozess machen. Wenn ich die Chance hätte, so Polizeiherr zu sein und so weltlich gesehen und nichts mit dem Glauben zu tun hätte, ich würde so rigoros durchgreifen. Das glaubt ihr gar nicht. Selbst wenn ich wüsste, dass die sich wehren, ich würde noch heftiger zupallern. Weltlich gesehen, nicht vergessen, weltlich gesehen. Geistlich gesehen würde ich niemals auf die Idee kommen, auch nur einen, eine Haar zu krümmen. Weil ich weiß, dass mein Erlöser sowieso erstmal lebt und zweitens er mir was ganz anderes befohlen hat, als das, was in meinem Kopf dann abgehen würde, weltlich gesehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Riegeros durchgreifen. Ja, natürlich, der Dr. Scheeram-Wahmi würde dann hardcore durchgreifen. Polizeichef Dr. Scheeram-Wahmi mufti. Mit meinem Jalavia komme ich dann da an. Ich gebe dir drei Optionen. Entweder das Ganze zu beenden oder sich mir zu unterwerfen oder die volle Gewalt des Staates zu spüren bekommen von Dr. Scheeram-Wahmi. Ich setze die auch vor drei Wahlen, vor drei Optionen. Nein, ihr Lieben, haltet immer am Ende Jesus Christus fest. Lasst euch niemals von solchen Aktionen irgendwie in Hass reinversetzen oder dass euer Herz anfängt, die Menschen zu hassen. Ich habe ja gestern auch ein Video gepostet, wo ich so schockiert war und das ist in Frankreich passiert, wo ein Schwarzafrikaner per Videokamera aufgenommen wurde. So versteckte Kamera, wo auf einmal eine Frau und ihr Kind aus der Türschwelle rausgeguckt haben. Und der Afrikaner stand dann so zwei Meter daneben und dann auf einmal, der guckt sich so um und dann auf einmal gucken die anderen sich auch um. Die Frau und die Tochter, beziehungsweise die Mutter und die Tochter, auf einmal kommt der immer näher und näher. Und die bemerken das, gehen dann schnell in die Haustür rein. Der Typ rennt dahin, stellt seinen Fuß dazu, damit er es nicht zumachen könnte, reißt die Tür auf, rennt da rein, zerrt die beiden auf die Straße, wirft die dahin, Mutter und Kind und beklaut die. Hebt das Kind so auf, schmeißt das so weg. Was meint ihr, was in mir vorgegangen ist, als ich das gesehen habe? Hätte ich das gesehen, so eins zu eins, wie der das gemacht hätte, was meint ihr, wie ich dahin gerannt wäre, um ihn aufzuhalten und ihn festzuhalten, dass die Polizei käme, um ihn so zu verurteilen und alles mögliche? Ja, da habe ich einen Moment auch Hass in meinem Herzen zugelassen, aber das war auch nicht in dem Moment richtig. Aber natürlich, wir sehen sowas und dann denken wir uns, das kann doch nicht wahr sein. Wie abgestumpft ist diese Menschheit geworden, Mann? Eine Frau, eine Mutter und ein Kind so zu überfallen. Sie sind für ihr Leben traumatisiert. Und was meint ihr, wie diese beiden jetzt über Schwarzafrikaner denken? Was meint ihr, was sie jetzt für ein Bild haben von Afrikanern? Das heißt, jedes Mal, wenn so ein Afrikaner vorbeikommt, die kriegen panische Angst. Panische Angst. Und dann siehst du auf einmal, wie die ganzen Massen in Frankreich zu Marie Le Pen rennen und diese ganzen rechten Parteien, um das ganze Einheit zu gebieten. Die Leute hier in Deutschland berechtigterweise zu irgendwelchen Parteien rennen, die dem ganzen Einheit gebieten. Das kann man den Leuten ja nicht mehr verübeln. Ja, so, wie nennt man das? Verübeln. Man kann ja das nicht verübeln. Wenn die dann losziehen und das Ganze dann aufhalten wollen und sagen, was ist das da, was in dieses Land gekommen ist. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht mal mehr rausgehen und normal unseren Tätigkeiten nachgehen. Das heißt, wenn wir aus dem Haus gehen, zum Beispiel in eine Bahn einsteigen, müssen wir damit richten, dass irgendjemand ausflippt, eine Axt nimmt und da einfach in die Leute reinhaut. Einfach so. Wie oft hören wir das? Wie oft hören wir das? Wie oft? Ja, und das Ganze nimmt ja immer weiter ultraschlimme Ausmaß an. Ja, natürlich. Wenn die Leute das dann sehen, kriegen die extreme Wut gegenüber allen Ausländern sozusagen. Das wird dann so ein Generalverdacht gegenüber allen Ausländern sozusagen. Obwohl es tausende, Millionen von rechtsschaffenden Ausländern hier gibt in Deutschland, die ganz normal ihrer Arbeit nachgehen, Familie aufgebaut haben und ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und etwas dazu auch beitragen. Aber da gibt es auch einige Leute, die das Ganze dann so generalisieren. Also das ist extrem, extrem wird das in die Köpfe rein projizieren, das Feindbild sozusagen. Ja, Dr. Scherer, aber mir war natürlich sehr, sehr empört über das Ganze. Sehr empört. Und da war man natürlich fassungslos, als man das gesehen hat und dachte sich so, das kann doch nicht wahr sein. Mitten am helllichsten Tag. Mutter und Tochter da auf die Straße zerren und beklauen. Wie abge... Na, ihr wisst schon. Muss man nur sein. Die Leute schreiben ja alle. Das ist unglaublich. Vielen Dank. 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 Danke dich auch. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Wie ist die Arbeit bis jetzt entspannt? Der Chat auch entspannt oder drehen die durch? Ja, die Arbeit ist sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Ja, schön. Du hast gerade das Video angesprochen, ne? Mit dem Frankreich, ich habe das gestern gesehen. Also mein Herz hat geblutet. Ja, natürlich. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist unglaublich. Ich habe den Satz niemals vergessen von meiner Mutter, als sie sagte, wäre es nie ein Krieg zwischen Iran und Irak gekommen, wir hätten niemals unsere Heimat verlassen. Siehst du, was dieser Krieg und alles verursacht, was diese geopolitischen Strategien alles verursacht haben? Wir wären heute gar nicht hier, wenn es diese ganzen Kriege und alles mögliche nicht gäbe. Der Iran war ja ein aufblühendes Land. Was haben wir denn hier in Deutschland zu suchen? Unser Land war ja voll am Aufblühen und alles mögliche. Meine Eltern hatten einen Top-Job, alles. Technologisch auch, voll fortgeschritten. Natürlich. Natürlich, die waren hochmoderne am Leben in Iran. Und dann haben die den Islam in unser Land gebracht. Rumänien hat gegen Saddam dann angefangen, den Krieg zu führen. Millionen von Toten, alle kriegen Angst um ihr Leben, natürlich flüchten sie. Und dann kommen wir hier nach Deutschland, sehen, dass wir so, wie nennt man das, ja erst mal nur so oberflächlich willkommen sind. Aber innerlich, die eigentlich das nicht möchten, weißt du, was ich meine? Aber dafür können die Leute ja gar nichts, wir und diese ganzen Leute, die hier hingekommen sind. Es war also diese ganzen Kriege, die das verursacht haben, dass wir unsere Länder verlassen. Hätten die unsere Länder nicht zerbombt und keine Kriege geführt, was meinst du? Meinst du, würde einer aus Syrien fliehen, aus seiner wunderschönen Heimatstadt, aus seinem wunderschönen Heimatland? Nee, ich glaube, die werden nicht von aus ihrer Heimat flüchten, ne? Also ich würde mir auch nicht vorstellen, dass man aus Deutschland immer mal abzaubert. So sieht es aus. Nimm die Taliban von Afghanistan weg, mach aus Afghanistan wieder das, was es mal früher war. Alle kehren wieder zurück zu ihrer hochmodernen Kultur. Nimm den Islam aus Iran weg. Alle gehen wieder zurück in ihre Länder zurück. Ja, aber das ist... Um vor Ort das ganze Land aufzubauen und dementsprechend auch zu handeln. So wie es eins vorgesehen war. Von der Machtdelite, von dem Tablishment ist das natürlich so gewollt. Die wollen die Länder destabilisieren und das versuchen sie mit Deutschland ja gerade auch, ne? Die Grenzen öffnen, ne? Bald hast du, in 30 Jahren sind die Deutschen ausgetauscht, dann gibt es die so gut wie gar nicht mehr, ne? Ja. So wollen sie die Länder halt kaputt machen. Das ist ja schon ein Fakt, gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Das ist einfach so. Das ist Wahnsinn. Deswegen, wir können da nichts mehr verändern. Wir können auch überhaupt niemanden mehr... Ähm... Wie nennt man das? Ja, doch in das Gewissen können wir vieler Menschen reinreden, aber ob sie sich da von der Umkehr überzeugen lassen, ist eine andere Frage, ne? Man kann nur die Menschen da warnen, nicht ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod zu gehen. Ihre Entscheidung für den Herrn zu treffen, ist das Wichtigste überhaupt hier auf dieser Erde, ne? Weil das verändern kann es nicht mehr. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Laplace, was ist mit den Türken? Bruder, was war das Osmanische Reich früher denn? Das war ein christliches Reich, ne? Wie wurde es denn islamisch? Jetzt soll ich mal mit der Geschichte auseinandersetzen, ne? Alles ursprünglich christlich gewesen. Ja, natürlich. Türkei war ein 100% christliches Land. Ägypten war ein 100% christliches Land. Afghanistan war ein buddhistisches Land. Buddhistisch-hinduistisches Land. Mhm. Ja. Und da muss ich mir vorstellen, was der Islam da angerichtet hat mit den ganzen Ländern. Ja, Gott sei Dank gibt es ja heutzutage, ähm, geistliche, islamische geistliche das zugeben. Und sagen, ja, es waren, ähm, muslimische Banden, so wie der islamische Staat heute, die die ganzen Länder überfallen haben. Und aus denen muslime gemacht haben, ne? Ja, und herrschen tun die mit Angst. Ja. Herrschen tun die mit Angst und behalten tun die die Menschen auch durch Angst, ne? Ja. Durch diese Apostasie ist ja, ist ja klar, wenn ihr den Islam verlässt, bist du mit dem Tod bestraft. Ah, ja, das machen ja die wenigsten, ne? Und dann bleiben sie lieber, bevor sie abgeschlachtet werden. Ist ja klar, das kann man auch verstehen. Hast du noch eine Frage oder so, mein Lieber? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, mein Lieber. Okay, dann hol dich mal den Nächsten rein, ja? Gott segne dich, mein Lieber. Ja, dich auch. Du hast dich gestimmt. Hörst du mich? Ja, Erkan. Wie geht's dir, Amir? Mir geht's gut, Can, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke, passt, passt. Ja, ich verfolge dich schon ein bisschen länger. Ich muss erst mal sagen, Respekt, dass du seinen Mut hast, gell? Ja, das ist der Heilige Geist, der das macht, ne? Ja, krass, ja. Aber welches Ziel verfolgst du eigentlich mit deiner Aufklärung? Also möchtest du, dass alle jetzt im Christentum konvertieren, oder? Mein Traum wäre es, dass jeder, der mir zuhört, auch eine Entscheidung für Jesus Christus trefft. Das ist mein absoluter größter Wunsch. Aber von der ganzen breiten Masse wäre es auch gut, dass die Leute, die auf einmal sich radikalisieren und dann denken, dass der Islam so die Wahrheit wäre und auf einmal anfangen, auch die Hardcore-Bestandteil des Islams ernst zu nehmen, da müssen wir das so entschärfen und sagen, hör mal zu, der Islam ist doch nicht so die Wahrheit, wie das die ganze Zeit dargestellt wird. Also ich bitte dich, du siehst also, dass der Islam, der Koran voll die Fehler hat. Und dann kannst du nicht anfangen, das Ganze dann ernst zu nehmen und dann auch irgendwie die Menschen zu unterdrücken und zu töten und sowas. Das muss ja angesprochen werden, ne? Ja, ja, hast schon recht, ja. Aber ich denke, Armin, ganz ehrlich, in jeder Religion gibt es halt so Fanatiker, weiß was ich meine. Ja. Also, schau mal, ich bin ehrlich zu dir, ich bin jetzt selber kein Moslem, aber man muss sagen, auch die Geschichte zeigt, in jeder Religion gibt es halt Fanatiker. Ja, das ist halt, das ist genauso Nationalismus. In jedem Volk hast du Nazis teilweise, weiß was ich meine. Das ist in der Religion nicht anders. Ja, aber hat der christliche Glaube Nazis, oder was? Nein, 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 das war jetzt nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel, was ich sage, in jeder Religion gibt es Fanatiker. So weiß ich, was ich meine. Ja, okay, aber diese Definition von Fanatiker, also wenn zum Beispiel der Islam Fanatiker hat, die sich dann aufgrund von Allahs Texten und aufgrund von Mohammeds Aussagen so radikalisieren, dass sie anfangen, ein Bombengürtel um ihren Bauch zu schnüren und die Kuffar zu terrorisieren und zu töten. Verstehst du? Ja, ja, verstehe ich, ja. Und dann siehst du auf der anderen Seite, dass normal, also die Christen dann für ihren Glauben brennen und andere Menschen dann von Jesus Christus erzählen, ohne sie irgendwie zu töten oder sonstiges. Es ist ja, dass die Christen sehr friedlich sind. Die sind eher, wie Schafe sind das. Merkst du? Ja, ja, hast recht, ja. Aber Amir, eine Frage. Kennst du dich mit diesem Glücksclan aus? Was hat es mit denen auf sich? Ist es eine christliche Organisation oder? Ja, das ist eine Organisation, die Jagd auf Schwarze macht und sehr populär da in Amerika unterwegs ist. Und ja, du siehst ja, was die machen, sie fackeln da irgendwelche, sie haben so brennende Kreuze, damit laufen durch die Straßen, machen ihre Parolen und alles Mögliche. Und ja, die haben einen extremen Hass auf Schwarze, extremen Hass auf, ich glaube, auf alles, was nicht Weiß ist. Auch auf Mexikaner und alles Mögliche. Alles, was so braun ist für sie und nicht blond und blauäugig ist sozusagen, das ist dann für sie so, Untermenschen sind das, ne? Ja, ja, hast recht, ja. Ja, ich sag ja, das hat ja nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, wo der Jesus Christus sagt, liebete eure Feinde, tut wohl den, die euch aßen. Das passt ja nicht zusammen. Ganz genau wie Enisa Armani das einmal erwähnt hat, da habe ich darauf reagiert. Die denkt so, der Kuckucksklan ist so vom Christentum. Und dann bleibt sie mit ihrem Abitur von 1,8 oder wie viel. Aber ist nicht in der Lage zu erkennen, dass sowas doch nichts mit Christentum zu tun hat. Scheiße, ja, so ist. Ja, es gibt doch ein fünfjähriges Kind hin, zu sehen, dass diese Leute Kapuzen tragen und brennende Kreuze in der Hand halten. Was haben die denn mit Jesus zu tun? Aber Amir, Amir, diese Leute, genau diese Leute werden als Experten in der Öffentlichkeit präsentiert. Du weißt, was ich weiß. Ja, genau, die werden dann eingeladen in Talkshows und sowas. Ja, genau. Ich will auch bei Talkshows eingeladen werden. Ich will dann auch da sitzen und hart aber fair und sowas. Amir, du weißt, das Problem ist, die werden dich nicht einladen, weil die wissen, du bringst Kutschlagsargumente. Ich schaue auf den Tisch und sage, hey, so nicht. Ja, krass, ja. Ja, Amir, ich musste mal echt lachen. Da hat mal heikel, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, heikel, so ein YouTuber. Ja, ja, ja. Er hat ein Video über dich gemacht und da hieß es, der Ex-Jezide. Und dann dachte ich mir, was ist da eine Kette? Aber die checken nicht, dass diese Kette eine persische, eine altpersische Religion war oder wie auch immer. Ja, und hat das mit Jesidentum zu tun. Ja, ja. Es gibt Jesidenten, die tragen auch diese Kette, aber das hat nichts mit Jesidentum zu tun. Wir dürfen auch so eine Kette eigentlich nicht tragen, weil das hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Aber ja, wenn man keine Argumente hat, mal Ex-Jezide, dann kommen sie morgen wahrscheinlich, du warst Ex-Jude oder was weiß ich. Ja, das ist das Problem. Die reden einfach und labern einfach Quatsch daher und fühlen sich dann so berufen, dann noch mehr Quatsch zu erzählen. Und dieser Quatsch hört nicht mehr auf und wird zu noch mehr Quatsch. Ja, ja, das ist, ja. Aber Armin, machst du auch Kundgebungen oder so oder machst du es nur so online? Nein, ich mache nur mal Internetarbeit, also wenn ich Kundgebung machen würde, ich glaube, das würde sehr, sehr eskalieren. Wenn ich dann auch noch so in den Straßen so stehe und dann mit dem Mikrofon anfange, dann meine Sachen zu sagen. Ich glaube, das würde zu sehr, sehr großen Tumulten führen. Ja, ja, aber es gab doch auch mal so, was schreibt da gerade einer? Er kann keine eigene Meinung, was labert der Mann? Was für keine eigene Meinung? Ja, du darfst nicht auf die Kommentare achten, jeder erzählt hier. Und da sind Leute, die von ihren Eltern mit Hass erzogen werden und schreibt hier rein, dass ich keine eigene Meinung habe. Ja, das ist ja auch, dass sehr, sehr viele Leute einfach irgendwie ganz komisches Zeugs hier reinschreiben. Ich nehme das gar nicht als ernst, also. Ja, ja. Du siehst ja. Aber trotzdem unterdrücke ich das nicht. Nur wenn jemand halt beleidigt oder was, dann stumm ich das Ganze. Oder wenn jemand nur so Blödsinn schreibt. Ja, ja. Ja, krass. Ja, mir hat mich gefreut. Ich muss jetzt leider los, aber ja, pass auf dich auf, weil das ist nicht ohne die Arbeit, die du machst. Das ist, da geht es schon um Leben und Tod. Ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass du selber eines Tages zum Herrn Jesus Christus findest und gerettet wirst. Weil du gehst ja auch eines Tages in den Tod, mein Lieber. Ja, mal schauen, das Beste. Mach dir Gedanken, mach dir Gedanken um dein ewiges Leben. Du siehst ja, für dein Auto hast du Versicherung, damit du locker umfahren kannst. Und falls dir was passiert, da fängt die Versicherung dich auf, richtig? Ja, ja. Ja, aber für dein ewiges Leben nach dem Tod, da hast du keine Versicherung, ne? Kann man keine abschließen. Du kannst sie abschließen mit dem Herrn Jesus Christus. Ja, wir hören uns bestimmt mal, ich wünsche dir schönen Tag und mach's gut. Wenn du die Zeit findest, wenn du die Zeit findest, dann lies ein wenig die Evangelien. Ja, Armin, kennst du eine gute App, kennst du eine gute App, also über Handy zum Lesen? Ja klar, die Bibel-App. Lad sie dir runter und dann liest du einfach die Evangelien, wenn du immer Zeit hast, zwischendurch. Alles klar, okay. Gott segne dich. Danke, mach's gut, gell, ciao, ciao. Okay, ciao. Hören wir mich? Ja, Gott segne dich und deine Familie, hi. Ja, Gott segne dich auch, hi. Kann ich mal fragen, wie du zu Christenlos gekommen bist, also wenn es nicht allzu lang ist? Ja, es ist lang, aber kurz gesagt, ich hab mir Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und hab dann eines Tages angefangen, mich für meine Religion komplett zu interessieren, den Islam. Und da hab ich natürlich Hardcore-Dinge herausgefunden, die nicht mit meinem Verstand mehr zu vereinbaren sind. Und hab mir dann durch Debatten dann mehr oder weniger angeschaut, ob der christliche Glaube doch die Wahrheit sein könnte. Weil die Bibel bezeugt ja, dass der Jesus Christus wirklich gekreuzigt und auferstanden ist. Und das Ganze muss ja bewiesen werden, sonst ist ja der Glaube nichtig, so sagt es ja auch der Apostel Paulus. Weil wenn er nicht gekreuzigt wurde, dann ist auch der ganze Glaube dahin. Ja. Und das Ganze muss ja geprüft werden. Und da haben sich dann, also meine Lieblingsdebatte, die mich dann wirklich so überzeugt hatte, war die von Ahmadinead gegen Josh McDowell. Und da haben die mich dann getroffen in so einem Stadion vor 5000 Menschen. Da haben die darüber diskutiert, ob der Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden ist, ob es historische Beweise gibt, ob man das überhaupt beweisen kann. Und dann nach diesen zwei Stunden geballte Beweiskraft für die Kreuzigung und Auferstehung, kannst du das als neutrale Person auch gar nicht mehr leugnen. Also der Beweis für die Kreuzigung und Auferstehung ist so dermaßen stark, dass du unehrlich sein musst, um zu behaupten, dass es nicht so wäre. Ich komme jetzt gleich wieder, ich muss kurz was erledigen. Okay, kein Problem. 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 Die Tatsache der Auferstehung, das bestbezeugte Ereignis der Antike, die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Der Islam fliegt da komplett auseinander. Komplett. Das weiß jeder Muslim auch. Das weiß jeder Muslim, nur er leugnet das Wort. Das ist sehr unehrlich unterwegs. Ganz unehrlich. Das weiß jeder Muslim. Das weiß jeder Muslim. Das weiß jeder Muslim. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo arbeitest du überhaupt? Bitte? Wo arbeitest du? Überall. Ich muss meinen Shisha-Tabak an den Mann bringen. Achso. Das heißt, du bist dann zu Christus gekommen, weil das mit dem Kreuzigung zu stark war oder wie? Ja, das war der Beweis, der mich dann von den Socken gehauen hat. Als ich dann gemerkt habe, dass der Islam da Lügen erzählt über die Kreuzigungsszene. Du musst dir mal vorstellen, dass der Islam sagt in Shura 4,157, sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt. Es erschien ihn nur vielmehr so. Dann fragt man sich, wie es erschien ihn nur vielmehr so. Und dann geht man tiefer in die Materie hinein. Und dann sieht man auf einmal, dass Allah der größte Betrüger aller Zeiten ist, der da einfach jemanden ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlagen lässt, die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung betrügt, Jesus in der Ecke steht, wie so ein Feigling, jemand anderes für ihn so stirbt und er das Ganze dann sieht und dann von Allah einfach hervorgehoben wird. Guck dir das an, was der Islam da verbreitet, fabriziert. Und das glauben 1,6 Milliarden Muslime, dass Allah ein Betrüger war, der die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung belogen hat, die Mutter, die Jünger, die ganzen Römer, die ganzen Juden und es so aussehen hat lassen, als wäre es Jesus. Aber es war nicht Jesus. Es erschien ihn nur vielmehr so. Ja, was ich interessant finde, ist, ist es wirklich so, dass es im Koran steht, dass Jesus das Wort Gottes ist, also dass er... Ja, in Surah 4, 171, er ist das Wort von Allah und sein Geist. Ja, wo war denn dieses Wort von Allah? Das Wort von Allah ist doch mit Allah in Ewigkeit. Also, der ist der Einzige, der das Wort Allahs ist, der Isa. Also existierte dieser Isa aus dem Koran in Ewigkeit schon mit Allah zusammen. Weil das Wort von Allah ist ja nicht unabhängig von ihm, sondern das ist immer schon mit ihm. Denn durch sein Wort, er schafft er ja alles. Kun feia kun, sei und es ist. So spricht Allah. Er schafft also alles durch sein Wort. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja hat er die Welten durch Jesus Christus gemacht, oder wie? Ja, das ist echt schön. Das sagt ja das Johannes-Evangelium, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort entstanden und nur nicht eines ist nicht durch das Wort entstanden. Und Vers 14, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater. Du siehst also, dass der Islam da irgendwie nicht aus dieser Diskrepanz herauskommt. Ja, das ist das Interessante, dass obwohl die ja versuchen, Lügen über Jesus zu erzählen, bleibt da immer noch eine Wahrheit drin. Ja natürlich, er hatte einen Verlangen, Lügen über die Bibel zu erzählen, nur der Widersacher. Als wäre Gott ein Idiot, der sein Wort nicht vor Verwälschung beschützen könnte. Deshalb brauchen wir nicht an Gott zu glauben. Ja, ja, ja. Aber ja, das ist echt schön. Aber schön zu hören, auf jeden Fall zu sehen, dass auch, ja, Step by Step die, also Leute aus Islam auch so zu Christus kommen, ne? Dass Gott auch da seine Leute... Die meisten trauen sich das, die meisten trauen sich nicht, weil die Angst haben vor Repressalien. Ja, klar. Und gegebenenfalls auch mit dem Tod rechnen müssen, ne? Aber ich habe keine Angst vor Niemann. Und weltweit sind schon Millionen von Muslimen durch diese ganzen Aufklärungsarbeiten zur Besinnung gekommen und haben sich selber gefragt, was der Koran da eigentlich behauptet über die Bibel. Und wer, wer ist dieser Niemann überhaupt so? Und jetzt fahren wir... Hörst du mich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich stehen geblieben bin. Das ist mir total rausgekommen. Ähm, warte mal, ich... Warte mal, das war echt so viel auf einmal. Da sieht man, du hörst mir gar nicht zu. Ja, klar, ich hör dir zu. Also es ging auf jeden Fall im Koran, also es ging jetzt gerade... Nein, also ich will dir damit sagen, dass weltweit Menschen das schon erkannt haben, die Muslime, die erkannt haben, dass der Islam Quatsch über die Bibel verbreitet. Und durch Debatten und Aufklärungsarbeit wir das Ganze ja eins zu eins sehen können. Ich muss dir mal vorstellen, dass das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, der Mohammed, der Mohammed, ein Kleinkind von sechs Jahren geheiratet hat und sie mit neun Jahren in Jungfurt hat. Und dieses Kind hat so mit Punkten gespielt. Da steht wirklich im Koran. Dann lesen wir auf einmal weiter, dass der ein großer Gelehrter des Islams, des unidischen Islams, dann sagt, dass dieses Kleinkind erst mit 16 Jahren ihre Menstruation hatte. Also hat Mohammed wirklich ein Kleinkind angefasst. Oh krass. Unglaublich, ne? Ja, ja, ja. Aber woran liegt es, dass obwohl sowas im Koran steht, trotzdem Leute so stark dahinter stehen? Also immer noch so mit Stolz halt pragen, so, weißt du mal, ne? Ja, das ist, sie verlieren auch direkt ihre Identität, wenn sie dann auch den Islam verlassen. Und die meisten nehmen das halt in Kauf, dass da sich so ein Wahnsinn drin befindet, sowohl in der Sunde als auch im Koran. Und die meisten wollen dann halt den Islam nicht verlassen, aufgrund auch der Familien, auch der Druck, der da auf sie lastet. Die meisten machen das heimlich, im Stillen. Aber es gibt dann auch eine große Anzahl an Menschen, die dann auch keine Angst haben, das so mit ihrem Gesicht und alles Mögliche aufzutreten und zu beweisen, dass der Islam auch nicht die Wahrheit ist. Ach ja, voll interessant. Schön, es freut mich, immer wieder neue Leute in Christus zu sehen. Ja, Gott segne dich. Gott segne dich auch. Hast du noch eine Frage, dann hole ich den nächsten. Nee, nee, habe ich nicht. Okay, alles klar. Okay, danke, ciao. Ciao. Ja, also ihr seht, dass die meisten, die selbst mit Todesdrucken haben, die meisten schon keine Angst mehr davor, Islam zu verlassen mit ihrem Gesicht und alles Mögliche. Das ist so dermaßen schön, dass die meisten Leute auch gar kein Problem mehr haben, so mit ihrem Gesicht aufzutreten und zusätzlich dann auch dem Ganzen auch Einheit zu geben. Dinge herausgefunden haben, das mit anderen Teilen und das so wie so ein Stehballsystem dann wirkt. Der eine zeigt es den anderen und die anderen zeigen es dann den anderen. Und so nimmt das dann sehr heftige Ausmaße an, ne? Und selbst Gelehrte geben es ja auch zu, dass die meisten Apostaten in unserer Religion sind, also im Islam. Das ist heftig, ey. Ja, weil die Menschen haben die Schnauze voll vom Islam. Kein Bock auf diese Religion. Den ganzen Tag die Leute haben bevormunden ist, ne? Ihr seht doch, die Menschen haben keinen Lust, sich von irgendwem schon was sagen zu lassen. Dann noch von einer Religion, wo wir dann herausfinden, dass der Gründer der Religion ganz, ganz üble und komische Sachen getan hat, ne? Da fragt man sich allen Ernstes, lese ich etwa andere Schriften als die anderen oder wie oder was? Ne, das ist einfach nur das Herz, das es nicht begreifen will. Das Herz ist blind. Mit ihren Ohren, also sie haben Ohren, aber hören nicht. Sie haben Augen, aber sehen nicht. Matthäus 13, 13. Geräusch geht mir auf. Senke. Aber nochmal darauf zurückzukommen, zu diesem einen Thema, was ich auch gestern angesprochen hatte. Aber ich muss euch noch eine andere Sache erzählen. Ich hatte vor drei Tagen, den wollte ich euch schon erzählen, also einen Traum gehabt. Das war so übelst real, ne? Ich dachte, ich gucke nicht mehr richtig, ne? Ich sah auf einmal die Muslime des Islamischen Staates und sie hatten da eine ganze, so wie in den Videos zu sehen sind, eine ganze Reihe von Menschen dort aufgestellt, auf den Knien. Also sie waren auf den Knien, so wie in diesen Videos, die ich auch immer gesehen habe, die wir auch kennen vom Islamischen Staat, ne? Und die dann kurz davor sind, sie auch zu enthaupten. Und diese Leute, ich weiß nicht mehr so richtig, also ich habe auf jeden Fall Christen gesehen, aber darunter waren auch Leute mit so barat, so mäßig mit Muslime, die sie dann auch getötet haben. Aber darunter waren auch sehr viele, die hatten auch Kreuzketten und sowas an, also so Christen. Und dann hatten die auf einmal so Geräte gehabt, so was habe ich noch nie gesehen. Sie haben diese, die Menschen vor meinen Augen so enthauptet, aber mit einer Geschwindigkeit, so was habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Die haben ein Blutbad angerichtet vom Allergemeinsten. Dann hatten die so ein Gerät, das sah aus wie so ein Rasierapparat, aber mit so einem, ich weiß nicht, was das da dran ist, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Und sie sind nur mit diesem Gerät an die Hälse von den Leuten rangegangen, und dann ist der Hals direkt in eine Sekunde weg gewesen. So, das habe ich noch nie gesehen gehabt. Das sah so aus wie so eine, ich weiß nicht, also das war so groß wie so ein Rasierapparat oder was. Und da dran war irgendwie sowas wie, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Auf jeden Fall haben die das dann so da dran gehalten, der Hals war innerhalb von einer Sekunde weg und dann lief auch immer dieses komische Lied vom islamischen Staat. Die Lied, immer und immer wieder. Und ich dachte mir so, ach, eine volle Horrorfilm. Und dann bin ich so aufgewacht, ich dachte mir so, Gott sei Dank. Wisst ihr, wie real dieser Wahnsinn war? Und die waren ein nach dem anderen enthaupten. Sowohl die Christen als auch andere. Ich weiß nicht, ob das Muslime waren oder nicht. Aber dann dachte ich mir so, das waren bestimmt so dann diese religiösen Heuchler oder was. Die dann auch von so von Mohammed damals schon massakriert wurden. Unglaublich. Schlimm, ey. Auch noch diesen Naschid dazu zu hören, ne? Der ja so unglaublich schlimm schon erscheint, ne? Wie lange brauchst du immer für deine Augenbrauen? Bitte? Wie lange du brauchst für deine Augenbrauen? Findest du die hübsch? Die sind gezufft, deswegen. Ich hab auch so behaart. Ja, ich sag ja. Sind die hübsch oder nicht? Da musst du deine Frau, Freundin, schräg schlicht Bekannte fragen. Ich kann's dir dazu nicht sagen. Ich bin nicht so für Männer. Ich geh immer zum türkischen Friseur. Der macht mir das mit Faden weg. Da muss ich mir merken. Danke. Das weißt du doch. Der muss immer zum Berber gehen. Der macht dann hier so schön mit Wachs und überall. Dann macht er das so weg. Und dann macht er das schön mit diesen Faden hier überall schön weg. So die außenstehenden Haare. Ist doch cool. Ja, mach Allah. Du bist echt... Dann siehst du nicht aus wie McDonald's M, sondern wie normal, vernünftig. Ne, deine Haaren sind echt gut gepflegt. Ich tippt so. Das muss man dir lassen. Was bist du denn für ein Landsmann? Rate mal. Rate mal? Ja, ein Feind von dir. Elhamdulillah, misst du wang. Ich rate doch jetzt nicht hier so hunderte von Nationalitäten. Sag doch einfach. Ich rate doch jetzt nicht hier so hunderte von Nationalitäten. Ich habe doch gesagt, was ich bin. Ich habe doch gesagt, was für eine Konfession ich bin. Ich höre dir... Ich höre dir... Ach so. Ich bin Türke und ich bin ein Moslem. Ah, du bist Türke und ein Moslem. Genau. Was sagst du denn zu der Thematik? Du bist ja so nützlich ein Moslem, ne? Ja, ich höre dir zu. Ich sage dazu nichts. Das ist deine Meinung. Also du kennst ja auch diese Namen, die ich erwähne, zum Beispiel wie Ibn al-Raim. Sagt dir das was? Ja, sag mir was. Aber ich sage ja, ich bin nicht ganz deiner Meinung, von daher. Aber ist alles okay. Aber du kannst ja nicht verleugnen, dass sich sowas dann in euren Schriften befindet, dass zum Beispiel der Heben al-Raim das aufnimmt, dass wenn eure Roten am Platten sind, ihr euer Ejakulat dann in die Hand eines Kleinkindes dann machen könnt. Ich habe es dir schon letztes Mal gesagt. Ich weiß nicht, was du für Übersetzungen liest. Das ist auch dir frei gelassen. Ist auch okay. Ja. Du kannst ja selber einen unabhängigen Araber, der kein Moslem ist, der unvoreingenommen das Ganze dann liest, dann kann ich das ja erklären. Also vorlesen und übersetzen. Du kannst das lesen im Buch von al-Raim, Bada al-Fawai, Band 4, Seite 96 und 97. Ja, aber der Autor, von dem du gerade erzählst, den nehme ich eh nicht für voll ernst, von daher. Ich weiß, du bist heftiger als Eben al-Raim, natürlich, klar. Tut mir leid, groß auf die aus Deutschland. Von denen habe ich doch gar nicht geredet. Ich habe von dem Autor, von dem Buch geredet. Der Autor des Buches ist Eben al-Raim al-Jawziah, der Schüler von Eben Taimiyah. Hör zu, mein christlicher Bruder, du kannst, das ist deine Sache, wie du glaubst, an was du glaubst, das ist alles okay, auch welche Sachen du kundtust dir, das ist auch deine Sache, das entscheidest du ja für dich. Aber ich möchte sagen, dass nicht alle Moslems so sind, wie du beschreibst jedes Mal. Ich habe auch nicht gesagt, alle Moslems sind so. Habe ich das beallgemeinert? Nein, ich wollte es nur klarstellen, um Gottes Willen. Entschuldigung. Ich will dir auch gar nichts in den Mund legen. Das ist alles deine Sache, wie du das siehst. Das ist nicht meine Sache, das ist deine Sache. Ich habe mir doch gerade etwas in den Mund gelegt. Du hast mir gerade unterstellt, dass ich das beallgemeinert habe. Ich habe gesagt, nein. Wer Eben al-Raim gibt den sunnitischen Muslimen Anweisungen, wenn sie zum Beispiel ihre Hoden abplatzen, sind voller, du weißt schon was, dann könnten wir das in die Hand eines klaren Kindes ejakulieren. Und ich habe dir gerade gesagt, ich kenne den Autor des Buches und ich weiß, dass er öfter solche faschistische Müll schreibt. Aber das ist jeden das seine Selbsthalter, was er glaubt. Ich kenne den Autor des Buches. Kannst du das nochmal wiederholen? Kannst du das nochmal wiederholen? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Autor des Buches und ich rede nicht vom Koran oder sonst was. Ich weiß, welche Übersetzung du auch benutzt. Das ist auch nicht schlimm. Das ist deine Sache, Mann. Mir ist das egal. Guck mal. Welche Übersetzung soll ich denn vom Koran benutzen? Es gibt da so viele. Nimm doch das Originale einfach. Du brauchst doch, komm, Amir, jetzt hör mal auf, ja. Du machst das eh jetzt wieder Absicht. Jetzt kommen wir eh wieder die ganze Zeit Provokationen weiterhin. Ist auch nicht schlimm. Finde ich ja auch witzig. Ja. Das Originale ist doch Arabisch, aber wir reden doch gerade von Übersetzungen, oder nicht? Ja, es gibt doch diese ganzen Fascho. Was ist das? Wie heißt da eine Vogel, der auch immer wieder gegen den Westen schießt, weil es angeblich bei uns in der muslimischen Welt so wäre. Was totaler Bullshit ist. Internet. Ich komme nicht auf den blöden Namen jetzt. Ein deutscher Prediger? Nein, 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 ein arabischer Prediger ist dann auch. Weißt du, was ich nicht verstehe? Da gibt es zum Beispiel diesen sogenannten selbsternannten Chef aus Gelzenkirchen, den Chef Ibrahim Aka Schweinfurt, der den Leuten sagt, also die Leute haben ihn gefragt, die Leute haben ihn gefragt, ja, Ibrahim, bei wem hast du denn studiert? Da sagt er, ich war zehn Jahre in Ägypten und habe bei Sheikh Al-Adawi studiert. Also er war ein Schüler von Al-Adawi, das ist so auch eine hohe Nummer in Ägypten. Und dann denke ich mir so ein Ernstes, warum stellen die den Chef Ibrahim nicht an den Pranger, der gelernt hat von Sheikh Al-Adawi, der eindeutig in einem Interview sagt, dass das Gesetz der westlichen Kultur ein abgeirrtes Gesetz ist, dass das vorschreibt, dass man mit 18 hier heiraten darf. Er sagt, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch Kleinkinder zu heiraten. Und wir hören auch das, was Allah sagt. Das ist totaler Bullshit, was er da erzählt. Aha, deswegen sage ich, wenn ihr also mit dem Maß misst, wie ihr an diesem, an Sinan gemessen habt, das ist ja natürlich eine einzige Katastrophe, was er da getan hat, dann müsst ihr aber auch so fair und ehrlich sein, den Chef Ibrahim sofort an den Pranger zu stellen und sagen, du Dreckhaufen, dein Gelernter, wo du gelernt hast. Das sagt eindeutig, dass man Kleinkinder auseinandernehmen kann. Man darf Babys heiraten. Nimm mal Stellung dazu. Mach ich doch gerade, aber du versuchst mich doch gar nicht mal ausreden zu lassen. Lass mich kurz leben. Ja, aber hast du jemanden mal gesehen von den Muslimen, die gesagt haben, du hast doch bei diesem Gelehrten gelernt und du gibst dein Wissen ja hier an diesen ganzen deutschen Muslimen weiter. Warum stellen wir dich nicht an den Pranger und sagen, guck mal, was dein Schech da sagt gegenüber Kleinkindern? Der ist nicht mein Schech, jetzt hör doch bitte auf. Ich sage das in übertragen, im Sinne auf ihn, nicht auf dich. Sorry, da habe ich das. Du musst mir doch zuhören, wenn ich mit dir rede, Mann. Ja, aber es gibt doch, Gott sei Dank, noch normale Moslems, die die anderen Leuten aufklären können, wenn sie fragen, ey, was labert der Schech? Dann können wir doch immer noch reden und sagen, ey, der labert gut. Ja, aber das Problem, mein Lieber, mein Lieber, das Problem ist, der Schech, der prüft das anhand von Sunnah und Koran. Wie willst du ihn denn widerlegen? Man muss sich also den Grund und Boden schämen und den Islam verlassen und sagen, was? Der Islam, dass man Babys heiraten, dann? Armin, du hast doch selber den Koran gelesen, dann weißt du ganz genau, was... Ja, deswegen wäre ich da schockiert. Deswegen wäre ich da schockiert. Ja, aber leg das doch immer ganz anders aus, wie es da steht, Armin, das weißt du doch auch selber. Ja, wer legt denn den Koran denn am besten aus? Wer hat die Berechtigung, den Koran am besten auszunehmen? Sag es mir. Guck mal, erst mal eine Frage an dich, weil du die ganze Zeit sagst, warum wir den Scheel nicht an den Pranger stellen. Gott hat nicht mit mir geredet und hast du mir gesagt, ich soll den Racheengel für Gott spielen. Ich selber bin ein sündiger Mensch, Alter. Ich komme selber, wenn ich sterbe, werde ich dafür rechtfertigen müssen. Ja, aber willst du denn, dass die Leute so von deiner Religion denken, dass das so eine Pädosekte ist? Nein, aber durch meine Taten zeige ich doch den Menschen, dass es keine Pädosekte ist. Darum geht es ja. Ja, aber du und deine Taten sprechen eine andere Sprache als das, was der Koran lehrt. Du musst doch mal dein Gehirn anmachen, Mann. Bruder, wenn das so wäre, was du sagst, dann wäre ich doch ein ganz anderer Mensch, wenn der Koran so böse Sachen lebt. Nee, du nimmst das gar nicht ernst. Das ist ja das Problem. Du nimmst den Koran nicht ernst. Du willst jetzt sagen, dass die ganze Türkei den Koran nicht ernst nimmt? Die ganze Türkei ist doch schon fast abgefallen vom Glauben. Leben die nach dem Koran in Türkei oder wie? Das ist jetzt hardcore, was du sagst. Du kannst nicht für jeden Menschen... Ja, das ist hardcore, was du sagst. Hier sehen wir mehr, die Türken praktizieren in Deutschland mehr den Islam als die Türken in Türkei. Nee, das stimmt doch gar nicht, Amir. Natürlich, die Frauen ziehen dort das Koran aus und wollen in Freiheit leben und hier zieht sie es an, weil sie das Bessere sein wollen. Ja, wir haben auch in der Türkei Synagogen, auch voll funktionierende Synagogen, wir haben auch Kirchen, die ganz normal... Wechsel das Thema nicht, wechsel das Thema nicht. Sag ich doch gerade nicht. Es geht darum, dass der türkische Staat doch kein islamischer Staat ist. Da herrscht doch ein Säkularismus. Religion und Staat sind doch getrennt in der Türkei. Na, 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 dann würde ich aber nicht in der Türkei laut sagen. Ja, wie, das würde ich nicht in der Türkei laut sagen. Du willst mir erzählen, dass die Türken nicht zu Gott, also nicht zu dem Glauben nahestehen. Also, als ich in der Türkei war, als ich vorbeigelaufen bin, haben wir da Bordelle und alles Mögliche gesehen. Wir gehen in sowas, Nachtclubs und so. Wie ist das mit dem Islam zu vereinbaren? Hast du doch überall... Ach, guck mal, und was ist das, dem Christentum zu vereinbaren mit sowas? Bleib beim Thema. Ja, du hast gerade gesagt, dass die Türkei eine islamische Nation ist. Ich sehe aber etwas anderes. Du siehst also, dass die Türkei Staat und Religion trennt. Aber viele in dem Land sich wünschen, dass die Religion so der Staat wird. Armin, du verdrehst manche Sachen. Das finde ich auch voll süß von dir immer. Ehrlich. Aber guck mal, jetzt noch ganz im Ernst, Armin. Du siehst auch hier, ehrlich. Du siehst auch hier, ehrlich. Du siehst auch hier, wenn sich Religion in der Staat einwischt, oder nicht? Mit dir muss ich mal privat reden. Ohne Scheiß, ich denke mal, dass du ganz anders bist. Ehrlich. Nein, nein, ich bin genauso, wie ich jetzt auch hier bin. Ich bin privat genauso. Die Leute, das bestellen mich ja auch nicht. Das ist auch schön, wenn du so bist. Bleib auch so, alles gut. Um Gottes Willen. Guck mal, von manchen Sachen kann ich gar nicht so krass jetzt reden, weil manche Thematiken bin ich nicht so drin, wie du gesagt hast. Das gerade muss ich leider zugeben, aber der Scheich, solche Typen, wie du gerade erwähnt hast, ich bitte dich. Also solche Leute solltest du nicht auf den Islam minimieren. Das ist echt schade. Aber egal. Mach weiter. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Du willst das nicht einsehen, dass der Islam Wahnsinn hervorbringt. Du wehrst nicht mit allen Mitteln dagegen. Super. Du weißt es gerade fest, weil dein Verstand das nicht vereinbaren kann mit deiner Moral und Ethik und alles Mögliche. Ich habe nichts gegen irgendeine Religion. Jeder soll hoffentlich Gott nah sein und gut ist. In deinem Fall sei Jesus nah, weil du sagst, der Jesus ist für dich Gott. Alles gut. Jeder so wie er mag, gar kein Problem. Amir, ich wünsche euch allen viel Liebe und viel Glück. Mehr nicht. Ja, ich wünsche dir alle Muslime auf der Welt wären so wie du. Dann hätten wir ja gar kein Problem. Aber unter ihnen gibt es Millionen von Muslime, die am liebsten die Christen in die Hälse abschneiden würden. Aber Amir, Amir, ganz kurz. Guck mal, du hast eine rechte Hand und linke Hand. Guck dir mal die Hand an. Du hast fünf Finger. Sind die alle gleich groß, gleich lang, gleich dick? Nein, so sind wir blöden Menschen leider auch. Amir, in dem Sinne... Und deswegen wünsche ich mir vom ganzen Herzen, dass wir, ja, diese Religion, der Islam ist nicht das, was die Menschen die ganze Zeit glauben, was er die ganze Zeit so von den Predigern so gepredigt wird, was er wäre. In Wahrheit ist es nämlich was ganz, ganz anderes, was Erschreckendes, ganz, ganz Erschreckendes. Und in meinen Augen ist, wenn man Gott näher ist, egal in welchem Glauben auch immer, ist man auch liebevoll im Herz. Also deswegen. Das ist gut sein. Behalte deine Meinung, mein Freund. Ich wünsche dir einen schönen Tag und eine angenehme Geschichte. Gott segne dich und deine Familie. Tschüss. Danke, tschau. Danke, tschau. Alex, vielen Dank für die ganzen Geschenke. Mögen der Jesus Christus euch das 10 Millionen Pfanne zurückgeben, ihr Lieben. Ja, aber das sehen wir, ne? Wenn wir so vorgehen, das ist ja Wahnsinn. Was ist das denn jetzt hier? Tückte. Tückte hier. Tückte hier. Tuy. Ja, ich bin 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 ich bin, ich bin, yeah, ich bin, ich bin Brisbane Vielen Dank. Vielen Dank. Sahih al-Bukhari 4052 und das rät euch euer Prophet. Euer Prophet rät euch, kleine Kinder zu heiraten, die könnt ihr mit ihnen spielen und sie können mit euch spielen. Alexa antwortet an die Moderatoren hier in dem Stream. Sahih al-Bukhari 4052 und hier heißt es, Allahs Messenger said to me, have you got married, O Jabir? Hast du geheiratet, O Jabir? I replied, also ich sagte, also ich erwiderte ja. He asked, er fragte, what? A virgin or a matron? Hast du eine Jungfrau geheiratet oder eine ältere Dame? I replied, not a virgin, but a matron. He said, why did you not marry a young girl who would have fonded with you? Also die, die streichelt, ein kleines Kind, ein junges Mädchen, die dich streichelt. I replied, O Allahs Messenger, my father was martyred on the day of Uhud and left nine orphan daughters who are my nine sister. So I dislike to have another young girl of their age. Siehst du, also dieser Jabir hatte keine Lust mehr auf dieses jungen Mädchen, also hat er mal eine erwachsene Frau genommen. Guckt euch das bitte an. Das ist nicht der einzige Hadith. Der Mohammed redet immer. Hier geht es nochmal zur Sache. Guckt mal hier. Jami At-Tirmidhi 1100 und hier heißt es genau derselbe Hadith. I married a woman and went to the prophet. He said, O Jabir, have you married? I said, yes. He said, a virgin or matron. Hast du eine junge Frau geheiratet oder eine erwachsene? I said, ich habe eine erwachsene geheiratet. Dann sagt er, warum hast du nicht ein junges Mädchen geheiratet, sodass sie mit dir spielen kann und du mit ihr? Ist das zu fassen, dass dieses Kleinkind mit dir spielen kann und du mit ihr? Ich habe eine Waffe fallen. Ich habe eine Waffe nicht mehr auf der Blive parallel. Ich habe kein Euro. Ich habe eine Waffe. Ich habe einen Eilen. Ja, unzählige Hadith, dann gibt es noch Sayy al-Bukhali 5079, ja, da sagt der Mohammed, warum hast du keine junge Frau geheiratet, also ein junges Mädchen und ein Erwachsene geheiratet, sodass sie mit dir spielen kann und du mit ihr? Did you marry a virgin or a matron? I replied, a matron, he said, why didn't you marry a young girl? Warum hast du kein junges Mädchen geheiratet, sodass sie mit dir spielen kann und du mit ihr? Sayy al-Bukhali 5079, das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, die auf einmal anfangen, eine erwachsene Frau zu heiraten und dann sagt er, hey, warum hast du kein junges kleines Mädchen geheiratet, das mit dir spielen kann und du mit ihr? Wundervoll, wundervoll und jetzt mit dem Maß, mit dem ihr an Sinan gemessen habt, misst ihr an den Hadithen, an Mohammed, an Sunnah, an Islam, an Koran, an den Gelehrten und habt ihr nicht gesehen. Ist das zu fassen, ne? Ist das zu fassen? Das ist ja dein Thema, mit Kindesmissbrauch und Kindesschutz und dass du ja immer davor warst, dass die Elite ja sowas auch macht und dann sehen wir auf einmal hier in den Hadithen, dass der Morgen zum Aufruf kleine Kinder zu heiraten, die mit dir spielen können und du mit ihnen. Ja, genau, das ist eben der Hadith, wo ein normaler Mann, der eben eine ältere Frau geheiratet hat, der liebt die Frau und dann sagte Mohammed, was hast du da getan, wie kannst du so eine alte Oma nehmen? Willst du nicht so ein junges Ding haben, was mit dir so rumspielt, so ein richtig junges Ding? Überleg mal. Und deswegen habe ich zu den Leuten gesagt, wenn ich nicht mehr und ehrlich habe, gesagt, okay, ihr setzt euch für Kindesmissbrauch ein, für Kindesschutz. Warum redet ihr nicht über diese Religion, die eindeutig Pridogpili in ihren Schriften vorhanden hat? Ja, die stehen unter Trauenszustand, die Muslime, die messen mit zweierlei Maß, wenn ich schon gesagt habe. Ja, nicht nur die Muslime, auch diese sogenannte Truther-Szene, die dann darüber reden, aber den gleichen Atemzug nicht Mohammed thematisieren wollen, den Koran nicht thematisieren wollen und die Gelehrten. Warum nicht? Ja, weil die Angst haben um ihr Leben. Aha, siehst du, Heuchler. Heuchler. Ja, natürlich. Also geht es denen nicht um Kinderschutz? Sie wollen das nicht ansprechen, was in den islamischen Ländern abgeht, dass die es egal sind, Kinder heiraten unter der Scharia? Das geht ihnen nur um Person. Person Heuchler. Wenn das in ihren Kram passt, ja, dann gegen Kindesmissbrauch. Ja. Aber sobald das gegen ihre eigene Sicherheit geht und so weiter, auf einmal kommen die mit Kindesmissbrauch sehr gut klar. Ja, Heuchler. Doppelmoralistinier. Doppelmoralistinier. Ja, das ist das Problem. Heuchler. Die ist ja jetzt viral gegangen, obwohl er es ja schon älter ist. Ja, jetzt ist das richtige. Das richtige Video ist jetzt aufgetaucht. Das richtige, was beweist, dass er das wirklich gesagt hat. Ja, aber das war schon länger, dass das Video auch vorher schon rausgearbeitet wurde. Das wurde wahrscheinlich wieder vom Internet runtergenommen. Ich kenne das schon seit über einem Jahr oder so. Ja, aber das erste Video war ja so zusammengeschnitten. Das könnte man dann eventuell sagen, dass da jemand etwas ihm zugefügt hat. Aber bei dem jetzigen kann man das nicht mehr sagen, weil das eindeutig sagt er das, weißt du. Ja, 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 klar. Jetzt musst du ja auch nicht die Frage stellen, warum hat denn der Synanji plötzlich so einen Erfolg und ist überall mit von der Partie. Bei Universum Boxing, dies, das, überall Promo. Ja, da seht ihr ja mal die Connections, was im Hintergrund vor sich geht. Aber die Leute wollen es mir ja nicht glauben. Wenn ich sage, diese Leute, die ganz erfolgreich sind, viel Geld machen, dass damit denn etwas nicht stimmt. Aber die Leute wollen es nicht glauben. Auch Synanji ist da keine Ausnahme. Ja, wir wollen hier nicht die Tat von ihm verteidigen. Denn das, was er gesagt hat, ist ja natürlich absolut verstörend und das aller Schlimmste überhaupt. Aber dass die Leute, die meisten sind ja die Muslime, die das ja anfangen an. Und dann denke ich mir so, allen Ernstes, Leute, habt ihr schon mal eure eigenen islamischen Schriften gelesen? Was für ein Wahnsinn, der sich da drinnen befindet? Ja, also die Letzten auf der Erde, die was gegen Pädophilie sagen dürfen und sich aufregen dürfen, sind die Muslime. Weil eben Kinder heirat, ganz normal ist im Islam, ganz normal. Prophet Mohammed hat das getan und hat das auch, und der Koran sagt das ja auch, erlaubt das in Sura 65, Vers 4. Also darf kein Muslim gegen Kindesmissbrauch was sagen, weil eben das in seiner eigenen Religion drin ist. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja gut, unser Prophet ist was anderes als ein normaler Mann. Unser Prophet darf eben auch Kinder heiraten, ein normaler Mann nicht. Dann kann man bei diesem Wahnsinn schon nicht mehr mitmachen. Da kann man nur nicht mal mehr ein Argument dagegen bringen. Wenn jemand so ein Argument bringt, ja, unser Prophet darf auch mit Kindern schlafen, aber ein normaler Mensch nicht. Wenn ein normaler Mensch das macht, dann ist das Pädophilie. Versteht ihr? So ein Argument können die bringen. Das ist zwar Wahnsinn, aber dann ist das Gespräch auch schon vorbei. Weil die sich dann bewusst für das Böse einsetzen. Und das ist grauenhaft. Oder das öffnet Tür und Tor für Pädophile auf der ganzen Welt, die offen und legal ihre pädophile Neigung ausleben wollen, ja, dann... Durchsuche 75, Vers 4. Esa? Gehen die in den Islam rein? Ja, der Islam, die Pädophilie brauchen, und dann ist das ja legitim, laut dem Islam. Da sieht man, wie bösartig das alles ist. Dass der Islam Tor und Tür öffnet für bösartige Menschen, damit sie ihr Böses tun können, ohne bestraft zu werden. Das Ganze hatte ich ja thematisiert gehabt. Ja. Das Ganze hatte ich ja thematisiert gehabt. Ich habe ja gesagt, der Islam öffnet ja Tür und Tor für pädophile gestürzte Menschen, die ja ihre Neigung ausleben wollen durch so 65, Vers 4. Können sie es ja auch dann. Ja. Ja. Alle Pädophile der Welt können sich jetzt zusammentun, in den Islam konvertieren und dann war es das. Da können die Kinder missbrochen, so viel wie sie wollen. Und ihnen passiert nichts. Sie sind geschützt durch den islamischen Staat. Wahnsinn. So einfach ist das. Du siehst ja diese ekelhafte Aussage von Ali Dawa. Kennst du Ali Dawa? Ja, 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 klar. Und Mohammed Hijab, wir sind ja zusammen, die zwei. Genau, Mohammed Hijab und Ali Dawa. Der hat über 600 oder 700.000 Abonnenten. Da sagt der eiskalt, haben ihn gefragt wegen dieser Kinderheirat. Sagt der, wenn meine Tochter ihre Menstruation mit 6 oder 9 hat, ich gebe sie frei zur Ehe. So dreckig ist der Typ. Ja, 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 ja. Ja gut, aber dann stört es zu seiner Religion. Ob das dreckig ist oder nicht, das ist dann, ja, das musst du denen überlassen. Aber in Deutschland dürfen sie es nicht machen, weil das Kindesmissbrauch ist. Aber das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Unabhängig vom Glauben. Jeder Mensch hat doch ein Gewissen bekommen von Gott. Dieser Kompass in uns, der ausschlägt bei Dingen, die nicht in Ordnung sind. Da brauchst du kein Glauben. Du siehst, dass ein 6-jähriges Kind doch nicht ehefähig ist. Oder ein 9-jähriges Kind. Du musst das Kind schützen. Ja, bis es eine gewisse körperliche Reife, eine gewisse geistige Reife bekommt. Und es gibt Babys, entschuldigt bitte ihr Lieben, ja. Babys kriegen im Alter von zwei Wochen, drei Wochen eine Erektion. Baby, Jungen kriegen eine Erektion, einfach weil gewisse biologische, physiologische Prozesse da sind. Wenn das in Berührung kommt, ja, dann wird eben das Glied des Babys steif. Da kann man sagen, ja, siehst du da, das Glied des Babys wird steif, also heiraten. Kann heiraten. Weil du siehst, körperlich funktioniert das ja. Richtig? Also hat Gott uns gesagt, ja, siehst du, das funktioniert, das Glied des Babys, also kann das Baby jetzt heiraten und Kinder zeugen. Da sieht man, wie bekloppt diese ganze Sache, diese ganze Argumentation ist mit, wenn das körperlich und wenn die Blutung einsetzt, dann ist das schon reif. Nein, wir haben auch einen Verstand bekommen, damit wir sehen, dass selbst wenn ein Baby, Junge, von zwei Wochen einen Steifen hat, entschuldigt bitte meine Ausdrücke, aber ich muss so reden, damit wir das Thema in der Tiefe begreifen, dass wenn ein Baby von zwei Wochen, ein Junge, Baby, eine Erektion bekommt, dass wir nicht sagen, ja, siehst du, der Körper funktioniert ja. Also Gott hat uns, zeigt uns ja, dass der Körper funktioniert, also wie sind wir da das kritisieren? Das Baby kann heiraten und Kinder zeugen. So krank, so krank. Nur weil der Körper was funktioniert, heißt es ja nicht, dass es reif ist. Versteht ihr, ihr Lieben? Und deswegen kann auch ein neunjähriges Kind, äh, ihre Periode bekommen, ist aber trotzdem nicht reif. Nur weil da physiologisch da was in Gang gekommen ist. Ist trotzdem nicht reif. Ich, ist total unreif. Was ist denn Attraktiv an einem neunjährigen Kind, Mann? Bist man krank, oder was? Ja gut, wenn du pädophil bist, dann findest du das Attraktiv. Ja, ne, ne, wenn du pädophil bist, dann stehst du auf. Auf einmal dreht sie sich um und dann sieht man, dass das ein ganz kleines Kind ist und dann schämen sich die Männer und dann gucken weg. Aber von hinten, wie der Körper, manchmal bei einem zwölfjährigen Kind, also Kind, ja, ist ein Kind, zwölfjähriger Mensch ist schon reif. Aber das heißt nicht, dass das Kind im Kopf reif ist. Steht hier, deswegen muss man warten, bis das im Buch, äh, äh, hohe Lied. Ja, wie es steht, äh, dass unter keinen Umständen über das Thema der Sexualität gesprochen werden soll vor Kindern, bis sie von alleine soweit sind und bis Gott sie führt zu einem Partner. Ja. Und, und zusätzlich sagt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, 36, dass sie über die Reife ihrer Blüte, das heißt, wenn sie schon erwachsen ist, erst dann sollen sie heiraten. Ja. Ah, guck mal, hab ich ne Verstoßverwarnung bekommen. Warum? Wegen meiner Ausführungen, ne? Ne, Verstoßverwarnung, wegen gefährlicherer Dinge, denken, dass ich erfragt bin. Ach so. Ich geh raus und komm noch mal rein, guck dir das an. Der sagt, komm direkt wieder zurück, ja? Ja. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ja. 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 that's Valley. Team Spirit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist unglaublich, unglaublich. Oh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an alle meine christlichen Freunde und ein Hallo an alle Muslime, an alle Muslime, meinte ich, sorry. Gott segne dich an deine Familie. Gottes Segen, Bruder, jetzt. Was machst du so? Wieder hetzen? Ja, jetzt möchte ich mich übelst aufregen über diese Doppelmoralisten, die wir hier in Deutschland haben. Doppelmoralisten, selbst unter den Muslimen. Doppelmoralisten, weil sie es nicht ertragen können, ist auch unerträglich, diese Aussage von Sinan sozusagen. Aber dann nicht hinzugehen und sagen, ey, warte mal, unser Gelehrter sagt sogar, dass wenn wir unsere Samen gleich aus den Hoden abplatzen, dass wir in die Hände eines Kleinkindes... Ja, ja, that's a baby und die... Kleinkindes, das gibt was ihr im Gewicht, ne? Ja, ich weiß ganz genau was du meinst, das ist ja legitim ist, sogar nach ihren Quellen. Natürlich, der Eben Al-Rheim hat das aufgenommen in seinem Buch. In Bader Al-Fa-White. Das ist krank, das ist das. Das ist absolute Vollkatastrophe, mein Bruder. Und die Leute sagen so, ach, voll der Pädophile, ach, von da... Ja, dann geht doch mal in diese Quellen rein, geht doch mal in diese Schriften rein und sagt mal, dass jeder Pädophile ist, der dem angehört. Unglaublich, ne? Das ist unfassbar, ist das. Und dann sehen wir auf einmal, dass dieser sogenannte selbsternannte Scheich aus Gelsenkirchen da... Der Scheich Ibrahim, agar Schweinfurt, der keine Peilung von gar nichts hat, der Fortnite-Fragen beantwortet und seine Religion dermaßen stimuliert, anstatt wahrhaftig zu sein in seiner Religion und solche Fragen nicht zuzulassen, setzt er die Klicks über die Religion. Aber anderes Thema, dass er gelernt hat von Scheich Al-Addaoui und das auch noch so stolz sagt. Und dann sehen wir auf einmal, dass sein Scheich in einer Predigt sagt, dass dieses Gesetz der westlichen Kultur, das natürlich vom Verstand her 10 Millionen mal besser ist als das Gesetz von Allah, Ja, das vorschreibt, dass Frauen, die 18 Jahre alt sind, Verstand haben, sie zu heiraten, also heiraten dürfen. Und dann prangert er das Ganze an und sagt, nee, aber der Islam sagt etwas anderes und wir halten uns an den Islam. Muss ich mal vorstellen, dass er dann sagt, weiter sagt er dann, dass man so Kleinkinder auseinandernehmen darf. Man kann kleine Kinder heiraten und es gibt kein gewisses Heiratsalter im Islam und so. Guck dir diese Beschämendheit an, oder wie man das sagt. Richtige Beschämung. Und so etwas lassen wir hier zu in unserem Land. So etwas lassen wir massenhaft Einwanderl, Leute mit diesen Gedanken zu. Wo ist der Aufschrei auf einmal und die Leute nicht aufschreien und sagen, wir müssen den Islam verbieten. Wenn diese Religion, Legal, Pädophilie so, sagen wir schnell, ihr legitimiert, dann müssen wir das davor gehen und sagen, hör mal zu, diese Schriften gehören eindeutig sofort auf den Index. Auf den Index, ja, sag ich auch immer, direkt auf die Liste B ist das ja, glaube ich, Beschlagnahmung. Natürlich. Sofort. Sofort. Normalerweise sofort. Ich unterscheide aber auch, ist es ein DITIB-Islam, ist es ein Sofi-Islam, ist es so ein Islam. Aber in den Schriften sind sie ja alle gleich. Das ist das Problem. Du kannst diese Schriften ja nicht abändern, egal ob du jetzt ein Abhersch bist, ob du jetzt ein Maturidi bist. Du kannst diese Schriften nicht abdehnen. Das ist das Problem, ja, doch. Durch die ganzen Ausleger, wir nehmen ja ihre Gelehrten ernst. Wenn es aber um das Thema Kinderheirat geht, ist auf einmal das ganze Thema, so wird unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen. Obwohl der Koran dazu aufruft. Und der Mohammed selber in Sayy al-Bukhari, hast du ja gerade den gesehen, sagt, warum heiratest du nicht ein junges Mädchen, das mit dir spielen kann und du mit ihr? Unglaublich, ne? Ich würde eher fragen, wieso adoptierst du nicht ein Mädchen, ein Waisen, mit der du dann so spielen kannst, der du dann so beibringen kannst, was ihre Eltern ja nicht beibringen konnten. So weißt du Barmherzigkeit, das, was uns ja Jesus Christus gepredigt hat. Aber die sagen, wieso heiratest du denn nicht ein kleines Mädchen, spielst, bist du mit ihr rum und dann kannst du die sogar noch Vögel. Ich habe ja auch Beweise, die Aisha, die war ja nicht mal Pubertär, das weißt du hoffentlich, ne? Ja, habe ich ja gesagt. Sayy al-Bukhari, Hadith 6, 1, 3, 0. Ibn Hajar al-Asqalani sagt, Hadith 6 durfte zu der Zeit mit Puppen spielen, da es ihr erlaubt war, weil sie noch ein kleines Mädchen war, das noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat, Mann. Und da hat Mohammed mit ihr geschlafen, mit deinem Kleinkind. Guck, sie war, das heißt, sie hat mit Puppen gespielt, das heißt, sie war geistig nicht reif. Natürlich nicht. Sie hat aber auch keine Periode gehabt, Abi, das heißt, sie war körperlich nicht reif. Die war absolut nicht reif. Natürlich nicht. Also, wenn wir jetzt mit dem Maß messen, wie wir an Sinan messen, müssen wir definitiv ein Problem haben mit Mohammed, dem Islam und Koran und den Gelehrten. Natürlich. Ja, aber da wird das nicht funktionieren, da wird keiner was sagen. Weil, wieso, das ist ja ihr größtes Vorbild, der ist ja allseits allgegenwärtig, ist das ja immer der beste Mensch, egal was er getan hat. Ich habe ja selber letztes Mal ein Gespräch geführt mit jemandem, der zu mir gesagt hat, so, ja, Murtadine müssten umgebracht werden und so. Ich so, auch in diesem Land oder was, der sagt so, ja, ich mag dich eigentlich als Mensch, ja, mag ich dich, du scheinst sehr, sehr sympathisch zu sein, aber ja, auch dich würde ich töten und so, oder? Ich habe das so, ich dachte mir so, ey, was geht denn her? Er sagt, ich würde niemals mein Nefs über das Wort Allahs. Ich glaube, deine Internetverbindung hängt, Bruder. Man, spendet dem Bruder mal was, sodass er sich jetzt ein Highspeed-Datenvolumen holen kann mit 5G-Netz überall deutschlandweit. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, aber im Allgemeinen hat der Amir ja absolut recht. Also, es ist ja nicht gelogen, was er da sagt. Er zieht sich diese Sachen ja nicht einfach an den Haaren herbei. Er bringt ja die Quellen, schlagt diese Quellen nach und danach prüft. Und danach entscheidet euch selber. Nehmt ein eigenes Urteil darüber. Schaut es aber euch genau an. Er bringt euch immer wieder die Quellen. Er bringt euch immer, immer wieder die Quellen. Und wieso könnt ihr dann nicht wahrhaftig genug sein und sagen, doch, da steht also da drinne, doch, da steht drinne, Abtrünnige müssen getötet werden, doch, Kinder dürfen präpubertär, also die, die noch nicht mal ihre Pubertät erreicht haben, mit denen darf man schlafen. Ja, Dinge sollte man Hände abschneiden, sobald jemand etwas klaut und es Zeugen dafür gibt. Also, wieso sagt das denn keiner, weil sie ganz genau wissen, weil sie direkt Probleme bekommen würden mit dem Staat. Also lasst euch nicht blenden von deren Barmherzigkeit und von deren Liebe Barmherzigkeit in Anführungszeichen. Sie nennen immer wieder ihren Gott Adachman, ja ne, der Allbarmherzige, aber sie haben noch nie die wahre Barmherzigkeit, das ist an Jesus Christus gespürt. Definitiv nicht. Kein einziges Mal. Ja, das ist wahre Barmherzigkeit, das ist wahre Barmherzigkeit, dass da jemand am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, für unsere Sünden, das ist wahre Barmherzigkeit. Das ist Barmherzigkeit, dass Gott seinen Sohn auf die Erde herabgeschickt hat, obwohl er wusste, wie wir Menschen sind, obwohl er wusste, was mit dem Sohn geschehen wird, in einer Gesellschaft wie unsere, obwohl er ganz genau wusste, dass er leiden wird und dass er auch gequält werden wird im Fleisch. Aber Gott sagt ja, selbst wenn sie euer Fleisch nehmen, euer Geist ist ja nicht euer Fleisch, versteht ihr? Also unser Geist lebt ja trotzdem noch weiter. Selbst wenn sie Amir erschossen hätten oder so, oder mich erschießen würden, ist ja gar kein Problem. Ich meine, wir sind ja dann direkt beim Herrn. Das ist ja dann das Märtyrertum quasi, dass wir deswegen angegriffen werden, aufgrund unserer Meinung, beziehungsweise aufgrund der Wahrheit, die wir predigen, weil wer die Wahrheit predigt, der wird bekämpft werden. Und wer sich zum Herrn Jesus Christus bekennt, der wird von allen Seiten angegriffen werden. Von allen Seiten. Von deiner Familie, von deiner Frau, von deinen Kindern, von deinem Arbeitgeber, von jedem, den ihr euch vorstellen könnt. Von jedem werdet ihr angegriffen werden. Deswegen habt keine Angst, liebe Christen, oder liebe neue Christen. Ich bin ja auch neuer Christ. Sobald ihr euch zum Herrn Jesus Christus bekämpft, es wird auch Negatives passieren. Aber euer Geist wird so stark werden. Euer Fleisch kann ja keiner angreifen. Womit wollen sie euch angreifen? Körperlich? Finanziell? Was gibt es denn noch? Versuchen sie euch psychischen Druck auszuhängen. Das ist aber gar kein Problem. Wir sind ja trotzdem noch beim Herrn Jesus Christus. Unser Geist wird so stark werden. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der Geist wird so stark. Und das ist das einzig Wahre. Und das ist wahre Barmherzigkeit. Und das ist wahre Liebe. Und nicht 99 Namen, 99 Eigenschaften von dem anderen Typen da. Ihr wisst ja, wen ich meine. Wahrscheinlich den Allah. Definitiv. Können wir mich hören? Ja, jetzt. Du hast mich einfach bei meiner Predigt unterbrochen. Wie kannst du nur Steinigung? 100 Peitschenhebel. 100 Peitschenhebel. Wo ist denn mein Bruder denn? Wo ist denn dieser Abo-Hetzer? Reicht doch wieder hin. Der macht mich auch wahnsinnig. Ja, dieser verrückte da, der immer wieder ganz komische Sachen predigt. Was schreibt sie gerade eine? Was schreibt hier eine gerade drinnen? Das war der technische Dschihad. Ja, also das war Allahs Wille, dass ich gerade gekickt werde, weil jetzt bin ich eher aus dem Konzept. Also wenn ich einmal anfange zu predigen, ich sage nicht, ich bin ein Apologet oder so, aber sobald ich einmal anfange zu predigen, dann hört man wahrscheinlich, dass nicht ich aus meinem Fleisch da herausspreche, dass das wirklich die Worte Gottes sind. Also ich meine vielen Gefahren, meine Predigten, leider weichen wir da auch sehr oft auf das Islam-Thema ab, aber weil der Islam hat eben eine sehr große Gefahr für dieses Land ist und eine Gefahr für euch, für eure Kinder, für jeden, der hier gerade ist. Ich meine, es gibt Muslime, die kannst du so oder so nicht bekehren, aber es gibt Muslime, die haben Verstand, die denken nach, die denken, ich kann das doch nicht ethisch. Alleine schon aus dem ethischen Aspekt her kann ich das nicht moralisch finden. Und diese Leute versuchen wir zu bekehren. Diese Leute versuchen wir da rauszuholen. Deswegen machen wir das. Und dadurch riskieren wir unseren Kopf. Was ist unglaublich, ist das? Adler Blick redet absolut aus seinen Neigungen, dann beweise es mir. Wenn du wahrhaftig bist, erstens kannst du so oder so nicht beweisen, weshalb ein Mensch irgendetwas sagt, aber dann beweise es mir. Wo ist denn unser geliebter Doktor Scherer, Oamir? Ah, da ist er noch wieder. Wie viel Schi-Statter-Bank hast du schon heute verteilt an Muslime? Ja, ganz, ganz viel. Sie sind sehr, sehr stolz auf mich. Aber nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses Thema da, weil das wühlt einen sehr, sehr auf, weißt du? Das wühlt einen so dermaßen auf, dass das schon, ja, man würde am liebsten ausflippen, auch über diese Heuschelei, dieser sogenannten Menschenrechter, die sich da einsetzen, für die Kinder aber ihre Maul nicht aufbekommen, gegenüber dem Islam, ne? Weil die Angst haben, dass die auf einmal auf die Fresse bekommen, ne? So ist das, ne? Stimmt. 100 Prozent. 100 Prozent. Weil das Problem ist halt, Sinan Jizu ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und weil er ja cool ist, weil er damals bei Mois gewesen ist. Ja, wer ist denn Mohammed? Bist der Mohammed nicht eine Person des öffentlichen Lebens, oder was? Doch, aber ich glaube, der Punkt zu Ende ist. Der wird ja noch ernster genommen als ein Sinan Jizu, Mann. Ja, aber denkst du, dass wirklich heutzutage von 80 Prozent den Muslimen, dass jemanden wie Mohammed mehr lieben als jemanden wie ein Sinan Jizu, Mois, oder wie die alle heißen? Natürlich! Natürlich lieben die Mohammed mehr als den Sinan Jizu, aber sowas vor... Aber sie kennen doch Mohammed gar nicht. Das, was das Wort für Vergleich, Mann. Du siehst doch, dass die anhand von Mohammeds Beispiel im Libanon und Jemen und überall im Iran auch und so, Afghanistan, erwachsene Menschen und Kinder heiraten aufgrund seines Vorbildes. Ja, aber ich meinte ja damit so die Westeuropäischen. Die sagen, ja, natürlich, wir lieben Rasulallah und Sahabibullah, etc. Aber in Wahrheit, sie beten noch nicht einmal. Sie kennen die sieben Bedingungen der Schahada nicht. Sie kennen die fünf Säulen des Islams nicht. Das sind ja keine richtigen Muslime, Mann. Ja. Die sind ja schon alle rausgefallen. In ihrem eigenen, ihr eigener Glaube will sie nicht haben. Und sogar der eigene Glaube sagt, das sind Monafikon, die sind schlimmer als du und ich armiert, weil wir sind nur Mutaddin. In Sura 2, Bacara, werden sie direkt am Anfang erwähnt. Und wahrlich, die Monafikon sind schlimmer als, keine Ahnung was. Also die Monafikon sind... Ja, bei Allah sind die Monafiren, die sich ja auch auf TikTok rumtreiben. Sie wissen, dass die Auswandern müssten sich einem islamischen Staat zuschreiben. Aber sie wollen lieber in Deutschland leben, weil die Versorgung je besser ist. Verstehst du? Sie vertrauen nicht ihrem Allah. Sie haben nicht genügend Iman. Verstehst du? Sie haben nicht genügend Glaube in sich, um auszuwandern. Weil hätten sie es, würden sie es ja tun. Und glaub mir, ganz Deutschland würde diese Leute unterstützen und ihnen ein Flugticket kaufen. Tschüss. Machen sie es nicht. Machen sie es nicht. Aber sie haben den Islam. Sie wollen hier leben, die Vorzüge der Kufal genießen und hier ein bisschen Mohammed da, ein bisschen Islam hier, ein bisschen schöne Essen machen und Krankenversorgung, Krankenkarte haben. Schön, ne? Erinnert mich an Isam Bayan, der ja so letztes Mal ein Video gemacht hat gegen mich, Harut und alle anderen. Der so, in letzter Zeit sehe ich sehr viele christliche Prediger, die über den Islam schlechtreden und Unwahrheiten verbreiten. Bitte meldet deren Accounts und sowas alles. Und so hat er da geredet. Und ich dachte mir, Isam Bayan, wenn du dich rauskommend in eine Debatte mit mir, du predigst ja da dein, keine Ahnung was ist Islam, so der halbe Islam ist, der singt ja sogar so, ne? Teilweise. Es gibt Videos von denen, wie der da am Singen ist und so, ja, Lebek, Lebek, Allah und sowas alles. Und mit so Instrumenten und so. Und da dachte ich mir auch so, ey, so du nennst dich Muslim, an deiner eigenen Glaubensbrüder würden die direkt an nächster Stelle, an der nächsten syrischen Grenze, wenn du dort an einem Chatpoint bist, die würden die den Kopf abpacken, würden sie dir? Ja, siehst du, wie gefährlich auch der Islam für den Isam ist? Für den, selbst für einen Muslim, wie er sich schimpft, der sagt, ich bin Muslim und der bringt die Leute dabei und dies und das und jenes. Selbst das wird nicht toleriert und gesagt, und die sagen, halt deinen Mund, du hast keine Ahnung vom Islam. Wie kannst du überhaupt einen Account erstellen und so tun, als jetzt ein bisschen über den Islam? Knapp halten! Ich glaube, Amir, sie würden lieber dich und mich bei Dive zum Beispiel als Prediger genommen haben oder als Imam, dass wir da die Marken-Islam-Predigen, als dass sie so jemanden nehmen. Oh, salamu alaikum. Ja. Du siehst also, zu was das führen kann, wenn du mit deiner falschen, wenn du mit deiner falschen Akrita so lehrst. Dann wirst du aber herangenommen. Definitiv, 100% natürlich. Die sind ja schlimmer als wir. Weil wir sagen ja, wir sind die Wahrheit als Mutter. Wir sagen ja, die sind so und so und deswegen sind wir gegangen. Die Monafikun sagen aber, nein, so ist das alles gar nicht gemeint und das ist aber so interpretiert worden, das ist aber so interpretiert worden. Das sind die wahren Feinde des Islams für den Islam. Ja, das ist die weiche Kante, das ist die wahre Feinde genommen. Aber wie schon, hörst du mich? Ja. Ja, hörst du mich? Ja. Lieber Adler Blick, ich höre einige eigenartige Sachen über dich und ich beobachte das Ganze ein bisschen letzte Zeit mit keinem guten Gefühl. Du verbreitest da komische Sachen, obwohl du ganz neu im Glauben bist, nicht ein einziges Mal die Bibel gelesen hast und fängst an da zu lehren. Ja, das stimmt, also ich habe die Bibel nicht vollständig gelesen, aber ich halte mich halt eben an meine Glaubensgrüder quasi, die mir dann auch in gewissen Fragen, jetzt nicht dieses Chef Ibrahim im Prinzip, so was Salah oder Salah, aber ich frage sie immer in gewissen Sachen. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, nein, das ist falsch, dann rufe ich dann direkt an und frage, oder stimmt das, dass es falsch ist? Und bitte nimm mir auch die Quelle dazu, dann schlage ich das natürlich auch auf. Sind das denn Leute aus den katholischen oder orthodoxen Gemeinden? Sind das aus der Orthodoxie, ja. Ja. Und da ermahne ich dich jetzt und ermahne und warne dich, dass du erst still sein solltest, erst mal die Bibel lesen solltest, einige Zeit lang, und dann erst rausgehen solltest und irgendwelchen Leuten dich anvertrauen solltest. Wenn ich auch verstehe. Aber wie kommst du da drauf, dass die Orthodoxen und die Katholiken die Richtigen sind? Wie kommst du da drauf? Hast du das für dich selber entschieden, weil du jetzt die Bibel richtig kennst? Oder hast du es einfach aus Lust und Laune, was so in deinem Ohr besser passt? Nach welchem Maßstab bist du vorgegangen? Also was mir halt gepredigt worden ist. Also mir wurde zum Beispiel gesagt, dass in der Herderbibel die Kirche und Namen nicht erwähnt wird und in der Schlachterbibel zum Beispiel nicht. Und die Quellen wurden mir auch genannt, ich habe die auf dem Rechner. Also du, ohne dass du überhaupt ein bisschen Ahnung hast, vertraust du dich englischen Leuten an? Sie haben ja auch, ich habe ja gefragt gehabt, wo steht das denn in der Bibel, dass die Kirche erwähnt wird. Das habe ich ja auch definitiv so gefragt, so stimmt das denn und so was alles. Weil irgendwo, mir wurde immer gesagt, in der Kirche steht, in der Bibel steht nur was von Gemeinde und nicht von Kirchen. Und dann hat er mir seine Herderbibel gezeigt und in der Herderbibel hat er mir halt eben gesagt, es steht auch wirklich das Wort Kirche drin. Ja, Kirche oder Gemeinde ist dasselbe Wort. Es ist ein Haus. Es ist ja kein Haus, in dem Sinne kein physisches Haus, wie man das gebaut hat mit Steinen und Ziegel, sondern es ist ein geistiges Gebäude. Was ein geistiger Tempel, der Leib Christi ist ein geistiger Tempel, wo jeder Wiedergeborene wie eine Art Stein in diesen Tempel hineingefügt wird und das Ganze aufgebaut wird wie ein Tempel. Aber es ist ein geistiges Gebäude. Es ist nicht wie eine katholische Kirche, wo du in eine Kirche reingehst und das ist das Haus Gottes, dieses Gebäude. Das ist eine falsche Lehre, eine ehrliche, weltliche Lehre ist das. Ich meine, ich telefoniere auch mit dem Bruder Christliche da war und so. Wir unterhalten uns halt eben auch über die Orthodoxie, über den Katholizismus, über die Freikirche, über Soda Skriptura im Allgemeinen. Wir unterhalten uns auch über Baptisten. Also ich lerne ja erstmal von allen Seiten, bevor ich halt eben sagen kann, ich kann etwas annehmen, bevor ich nicht den Beweis dazu habe. Aber dass das Wort Kirche so in dem Sinne in der Herderbibel vorgekommen ist, fand ich dann halt eben schon wieder heftig, wie es in der anderen Bibel halt eben nur Gemeinde ist. Natürlich im Endeffekt sind wir ja alle die Kirche, weil die Kirche ist ja die Kirche aus Menschen und das ist ja klar. Und der Herr Jesus Christus war ja auch in einer Gemeinde. Das stimmt ja auch. Er war ja nicht in einer Kirche, so wie du es gerade beschrieben hast, mit Steinhütten und so was alles und mit Kathedralen und so. Das gab es ja zu dieser Zeit gar nicht. Das stimmt schon definitiv. Der Herr Jesus ist ja in eine Sinarche gegangen. Was meinst du, der Herr Jesus war in einer Gemeinde? Was meinst du damit? Man hat sich ja damit so quasi untereinander getroffen, unter den christlichen Brüdern damals. Ja, aber was hat das mit dem Herrn Jesus jetzt zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, dass der Herr Jesus in einer Gemeinde war. Also war er denn nicht mit seinen Jüngern quasi zusammen? Ja, aber keine Gemeinde. Die Jünger haben ihm nachgefolgt. Es gab keine Gemeinde. Kam die Gemeinde auch? Natürlich, die Gemeinde ist erst entstanden in Apostelgeschichte 2 bei der Ausgistung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Vorher gab es keine Gemeinde. Vorher gab es Judentum. Judentum und Synagogen. So wie Amir das gerade gesagt hat, es gab noch keine christliche Gemeinde. Der Herr Jesus hat sich auch nicht mit anderen Leuten getroffen. Er ist nur mit seinen Jüngern gegangen und hat sie gelehrt. Es gab keine Gemeinde. Gut zu wissen. Ja, das ist das eine, wo ich dich ermahne, dass du nicht auf diesen Leuten hören sollst und erst mal die Bibel lesen sollst, dich erst mal zurückziehen sollst, demütig und erst mal das Wort Gottes lernst von alleine und dann erst schaust, wer, wo, wie, welche Brüder und so weiter. Zum anderen, zum zweiten, höre ich, dass du mich irgendwo als Ehelehrer betitelst da draußen. Ich wollte das erst mal von deinem eigenen Mund hören. Nein, definitiv nicht. Ich habe von Anfang an nicht gesagt das. Ich habe gesagt, ja, wir haben Differenz in gewissen Aspekten, 100-prozentig. Aber ich sage ja auch immer wieder, ich bin ja nicht befugt dazu, irgendjemanden zu urteilen, solange ich halt eben diese Akita quasi, so wie ich es jetzt seitdem nenne, beziehungsweise bevor ich die ganzen Konfessionen nicht kenne. Also ich habe in keinem einzigen Wort gesagt, dass du ein Ehelehrer bist. Also wenn du das gehört hast und wenn du mir das schicken könntest per WhatsApp, gerne, sehr gerne. Ja, okay. Deswegen, weil du sehr, sehr frisch im Glauben bist, kannst du, wenn du jetzt nicht aufpasst, falsch wachsen. Und wenn ein Baum erstmal schief wächst, später ist es unmöglich, das Ding gerade zu biegen. Da kann man es nur noch abreißen. Es muss von Anfang an in der richtigen Lehre, gesunden Lehre wachsen, damit es gerade gesund wächst. Und das ist die Gefahr. Und weil du eben keine Geistesunterscheidung hast am Anfang, bist du einfach jetzt so dahin geworfen und dann kannst du von einem Wolf im Schafspelz gefischt werden. Das stimmt ja auch. Ich habe ja auch schon zum Beispiel viele Menschen gesehen, die mir dann da mit ihrer Zungensprache ankommen wollten. Und das, was die Wahrheit ist. Also ich weiß nicht, wie nennt man den mal Charismatikern, oder? Ja, genau. Ja, auch von dem wurde ich angesprochen. Ich wurde von jeder Seite angesprochen. Auch so Messianer, von jedem, mit jedem habe ich quasi immer. Natürlich, die versuche dich jetzt, weil du neu im Glauben bist, versuche dich zu fischen, klar. Natürlich, weil du kennst dich ja dann dementsprechend guckst du dir alles an und dann irgendwann entscheidest du dich dann für irgendwas, ne? Das ist das Häftige. Und wenn das Zeit in Anspruch nehmen und der Baum wirklich schon am Wachsen ist und man das schief wächst von Anfang an, dann kann man das sehr schwer später umbiegen. Kannst du vielleicht den Bruder Christian Dauer hochholen? Der hat gerade gefragt, ob du den auch hochholen kannst. In Reshow. Christian Dauer. Christian Dauer. Du hast doch in einem Video gesagt, dass die Bergpredigt für dich nichts ist und dass du gerne mit einer Waffe die Leute ummetzen willst, die dir was an die Wäsche wollen. Ich habe gesagt, dass die Leute das Falsche interpretieren, dass man sich nicht selber verteidigen darf, in einem Ernstfall, ja. Wo steht das, dass man sich in einem Ernstfall verteidigen soll? Also mir wurde das von den Orthodoxen so beigebracht, definitiv. Das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich sage. Dass du dich nicht diesen Leuten anvertrauen sollst. Hi, grüß dich. Sekunde. Ja, ja, genau. Du weißt, in Apostelgeschichte 7 der Stephanus, ja, der verkündet das Evangelium und daraufhin nehmen die Juden die Steine und steinigen ihn zu Tode. Und während die ihn zu Tode steinigen, betet er für seine Mörder beim Herrn Jesus und sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er hat keine Schlägerei gemacht, zurückgeschlagen und umgehauen wie UFC-Fighter. Nein, das war heute kein Spiel. Du hast so viel UFC geguckt, aber UFC hat mit dem Herrn Jesus, mit dem Heiligen Geist und dem Nachfolger überhaupt nichts zu tun. Entweder UFC oder du musst eine Entscheidung treffen. Wir sind noch nicht stolz auf unsere Herkunft, Iraner, Kurde oder was? Nein, wir sind der Welt abgestorben, wenn du wahrhaftig wiedergeboren bist. Und wir kämpfen noch nicht für unsere Nation, Ehre, Blut. Das ist Nationalstolz. Es ging mir nie um Nationalstolz, wenn ich sage, zum Beispiel, dass Brüder sich den Schingal, was ja damals mit dem Gesinn passiert ist und so. Also ich weiß, ich sage ja auch immer wieder, ob es 100%ig so gewollt gewesen ist, das weiß ich ja nicht genau. Aber ich muss den Brüdern, auch den Kurden, zumindest sehr dankbar dafür sein, dass sie dort einen Flugkorridor geschafft haben, dass dort wenigstens mehrere Tausende, Zehntausende Menschen fliegen konnten vor diesen Vergewaltigern und Mördern und Kindervergewaltigern. Es ist gut passbar, was da passiert ist. Ja, fliegen kann man. Außerdem sind ja diese kurdischen Leute ja nicht wiedergeborene Christen. Einige schon, aber nicht alle. Es gibt einige von denen zum Beispiel, die sind Katholiken. Es gibt einige von denen, die sind, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht wiedergeborene sind. Einige von denen sind ja Jesiden, einige von denen sind Muslime. Also es gibt sogar sunnizische Muslime, die auf ihrer Seite eben quasi dort gekämpft hatten. Ja, aber wir Wiedergeborene sind der Welt abgestorben. Wir haben auch nicht einen weltlichen Geist empfangen, dass wir um die Welt kämpfen müssen mit Kalaschnikow, sondern wir sind der Welt abgestorben. Wir haben jetzt alle unsere Feinde zu lieben, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, das Evangelium zu verkünden und sie zu retten und nicht, um sie zu erschießen. Auch wenn sie uns an die Wäsche wollen. Nochmal, Apostelgeschichte 7. Stefanus wird getötet und er wehrt sich nicht und betet sogar noch für seine Feinde, während sie ihn töten. Das ist aus dem Heiligen Geist. Und der Rest ist vom Heiligen Schrott. Moment, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Hört man mich noch nochmal? Ja. Ja. Und wenn du jetzt auf diese ganzen Ehelehrer hörst, die dich jetzt fischen wollen, mit einem weltlichen Geist, nach 1. Korinther 2, sagt Apostel Paulus, wir haben nicht einen weltlichen Geist empfangen. Sondern den Heiligen Geist. Ja. Und wenn du auf diese Leute hörst, am Anfang deines Glaubens, und die reizen dein Fleisch, weil das ist eine fleischliche Leere, was du da jetzt anhängst. Und es hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Dann wirst du schief wachsen. Und dann wird später Großes Schlimmes auf dich zukommen. Deswegen ermahne ich dich und warne dich schon von Anfang an. Der Rest liegt bei dir. Ja. Du hast dir auch recht. Das sagen mir halt eben. Einige Gemeinden zum Beispiel sagen mir das gar nicht so. Sie sagen entweder das oder nichts davon. Was ich halt immer gut finde an Menschen, die nach Sola Scriptura zum Beispiel gehen, dass sie dann immer wieder sagen, bitte bild du dir deine eigene Meinung. Lies die Bibel erst komplett bis zum Ende. Und wenn du die Bibel bis zum Ende gelesen hast, und dann bildet die deine Meinung. Es gibt aber Gemeinden, die sagen dann wiederum halt eben, nein, glaubt mir, bei uns ist es halt immer das Richtige. Aber ich sage auch immer wieder, wenn ich den Beginn einer Predigt mache, dann sage ich halt immer, es geht mir hier jetzt gerade nicht darum, ob ich jetzt hier auf mein Recht beharren muss, nach der Interpretation von der Bibelauslegung, sondern halt eben darum, was ihr für richtig empfindet könnt, ihr ja gerne praktizieren. Das ist ja definitiv klar so. Also da müssen wir denen ja auch diesen Freiraum lassen, dass wir nicht sagen, wir verfolgen euch oder wir hassen euch das Leben. Nein, es geht darum, dass du mit einem weltlichen Geist vergiftet werden kannst. Weil dein Fleisch eben auch zur Geltung kommen will. Der heilige Geist, wenn du wiedergeboren bist und den heiligen Geist empfangen hast, das weiß ich nicht, das wird die Zeitzeichen zeigen, der ist auch da, aber wenn du fleischlich wirst und fleischliche Lehren, was deinem Fleisch gut tut, an den Tag legst, dann wirst du schiefwachsen. Und dann wieder zum Ursprung zurückzukehren und wieder im Kern was ändern, wenn du schon eine Zeit lang so gewachsen bist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das ist ja sogar ein Kumpel, das ist ja wie das selbe, wie man es sagen. Wenn du in den samischen Glauben herangebohren wirst, da kommt ja fast kann man ja richtig raus. Das ist ja sehr schwer, da sein Geist wieder rauskommt. Genau, genau. Wenn du einmal indoktriniert wurden, bis lange Zeit, dann ist es sehr schwer, das wieder alles über den Bord zu werfen und nochmal neu zu beginnen. Deswegen von Anfang an aufpassen. Wenn du schon von Sola Scriptura redest, wie kannst du denn, wenn du an Sola Scriptura denkst, er glaubst, mit den Katholiken beziehungsweise orthodoxen Gemeinschaft haben, wo die überhaupt nicht an Sola Scriptura, die das sogar angreifen, die Sola Scriptura. Ich sage ja nicht, ich glaube an Sola Scriptura, ich sage auch nicht, ich bin nicht das zu einer Orthodoxe, ich bin auch noch nicht fest in den Katholikismus, ich komme mich ja viel zu wenig aus mit der Entschwierungsgeschichte. Wie ist denn alles passiert? Wie wurde denn zum Beispiel die Bibel offenbart? Was ist denn danach passiert? Also ich weiß ja zum Beispiel auch, dass die Orthodoxen und Katholiken zum Beispiel einen Krieg geführt haben, die Katholische Kirche und die Orthodoxe Kirche, beziehungsweise dadurch erst die Abschaltung gekommen ist. Und ein Messianer hat mir erzählt, ich möchte jetzt seinen Namen nicht erwähnen, und dass sogar einen Teil von diesen beiden die Muslime damals unterstützt und finanziert hat, dass sie halt gegen ihre Gegenpartei kämpfen können. Also sie haben ihre eigenen Glaubensbrüder quasi, also sie haben Eurogruppen quasi finanziert, damit sie halt gegen ihre Glaubensbrüder kämpfen. Ja. Und das soll jetzt eine Gemeinschaft vom Herrn Jesus Christus sein? Das fand ich richtig heftig, als ich das gehört habe. Wie kannst du denn den Satan finanzieren, nur dafür, dass du halt so deine Konfession als die wahrhaftige Darstellung willst? Ja, das heißt also, der Heilige Geist gibt dir Zeichen, damit du weißt, um was es geht bei diesen Leuten. Es gibt orthodoxe Priester in Russland, die die Bomben und Raketen, die die Russen auf die Ukrainer schießen und töten, segnen mit so Weihwasser. Ich weiß nicht, die spritzen wir dann da drauf und so. Ja, ja. Ich habe auch gesehen. Also hat der Herr uns beigebracht, Raketen zu segnen, damit die Raketen andere Leute töten, Kinder auseinanderreißen. Gerade bei so etwas wissen wir, aber auch diese Raketen sind ja von Russland und Russland ist ja auch von einem politischen Kampf quasi. Das ist ja kein religiöser Kampf. Das hat nichts damit zu tun, dass Leute unterdrückt werden oder so etwas. Es geht einfach nur darum, die Menschen zu indoktrinieren und sich halt wirtschaftliche Interessen aus diesem Land herauszuholen. Und nichts anderes geht es ja da. Ja, aber was ist Wirtschaftspolitik? Ist das weltlich oder geistig? Das ist definitiv weltlich. Weltlich. Also, was haben wir denn mit der Welt zu tun? Ich dachte, wir sind wiedergeboren. Der Welt abgestorben, in Christus geboren. Der Herr sagt ja, ihr seid nicht von mir. Ihr seid nicht von mir. Definitiv nicht. Genau, ihr seid nicht von dieser Welt. Genau. Ich habe euch aus der Welt herausberufen. Aber wenn du dich wieder in die weltlichen Dinge begibst und dich da drin verstrickst, da wird der Zustand ganz schlecht. Wieso hast du mich denn nicht gefragt? Warum hast du denn nicht einfach aus Lust und Laune einfach mir vertraut, anstatt den orthodoxen Katholiken? Das frage ich mich. Weil du sehr wenig Zeit hast. Ich habe dich sehr aufgeregt. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich nehme mir schon Zeit, wenn ich Zeit finde. Dann nehme ich mir schon Zeit. Ich habe natürlich Arbeit, ich habe Familie, natürlich habe ich weniger Zeit, letzte Zeit, klar, gebe ich zu. Aber da sind auch andere Geschwister zum Beispiel in der Gruppe. Wenn du Fragen stellst, könnt ihr die dir auch antworten. Aber da bist du rausgegangen. Das stimmt auch. Ich fand zum Beispiel, ich fand halt auch gewisse Aussagen heftig, weil ich möchte nicht diesen Glaubenskrieg jetzt hier auf TikTok live oder so weiterführen. Lass uns das bitte in einem privaten Gespräch weiterführen. Definitiv. Ja, aber ich möchte, dass die Leute, die ja auch mithören, auch was lernen. Weil wenn wir privat bestimmt über diese leeren Lehrunterschiede reden, dann können ja die Leute da draußen nichts lernen. Reta, kannst du nicht nachvollziehen, so dass ich so als Mensch mir denke, so wie soll ich denn, wenn jetzt zum Beispiel mein Kind vor mir steht, weil er hat, ich denke mal, das ist auch ein Kind, ich habe auch ein Kind, ich habe eine viel Mutal-Kopf. Und da kommen wir zu so ISIS-Terroristen, zum Beispiel, wie sind die syrische Christen, sagen wir es mal so. Gedanke-Experiment. Die nehmen dein Kind dort gefunden, du weißt, wie man sich verteidigt, du hast eine Waffe zu Hause. Würdest du denn dein Kind dann wirklich da noch da lassen? Wie kommst du an deine Waffe? Wie kommst du überhaupt an deine Waffe als wiedergeborener Christ? Sag mir das, Mann. Wenn du jagen, geht es in Syrien, das ist ja auch der jeder Jagdwacht. Ach so, okay. Ja gut, okay. Dann heißt das, dass du dann die Leute ermordest, oder was? Die auf die Pelle rücken. Nicht auf die Pelle rücken, sondern wenn sie gerade aktiv versuchen, mein Kind zu töten. Ja, da musst du halt dazwischen gehen. Da musst du die Kugel abfangen. Musst du die Kugel abfangen für dein Kind, sterben, aber nicht andere Leute ermorden. Und derjenige, der dich ermordet hat, der hat noch später die Möglichkeit, zum Herrn Jesus Christus zu finden. So wie der Apostel Paulus, der vorher Christen ermordet hat und später zum Herrn gefunden hat. Ja, aber er hat auch so Grundaspekte, wie zum Beispiel Kleiderordnung, das ist mir auch nicht ganz klar. Ja, Moment, Moment, eins nach dem anderen. Hast du das verstanden erst mal? Ja, ich weiß halt, es geht darum um die Aufopferung. Und das würde ich halt selber quasi auch aufpassen. In dem Moment unten spricht das, was mit den Leuten funktioniert auf dieser Erde, die das halt so liebt haben. Genau. Und alles andere liegt in den Händen Gottes. Du hältst dich aber an die Gebote des Herrn und alles weitere liegt in den Händen des Herrn. Ob er die Kalaschnikow von dem IS-Mann einfach blockiert, dass er nicht schießen kann oder ob ein anderer IS dazukommt und den anderen IS erschießt, das liegt in den Händen des Herrn. Ja, du tust aber die Gebote des Herrn halten. Du gehst nicht hin und machst, was du willst, was deinem Fleisch ist. Ich erschicke den, wenn ich Bock habe, wenn die mit meiner Familie was machen wollen. Nein, das ist weltliches Denken. Das kommt nicht vom Heiligen Geist. Können wir dir noch das Thema Ferraus im Zufall? Nein, nein, nein. Lass zu, fährst zehn Meter nach vorne und fang von der Seite. Was ist da für ein Problem? Das ist bei mir, weil ich höre gar nicht viel, dass er nicht mit uns spricht. Ja, Sekunde. Hast du das verstanden, bevor wir zum nächsten Thema gehen? Also das, wie du es interpretiert hast, habe ich nicht gut gesagt, ja. Haben wir denn Beispiele dazu? Wie diese Interpretation? Du hast, Resa, ich sag ja, du kennst wahrscheinlich die Bibel in- und auswendig an vielen Stellen. Es geht. Es geht. ich habe noch so viel zu lernen. Aber deswegen habe ich das Beispiel von Stephanus gelernt, er hätte das Beispiel von Stephanus erzählt, der eben nach dem Vorbild des Herrn Jesus Christus sich aufgeopfert hat, wie du schon sagst, friedlich geblieben ist, nicht zurückgeschlagen hat und sich hat ermorden lassen und hat noch für seine Feinde gebetet. Sekunde, ich habe dich nicht verstanden, Akkus, doch nochmal. Was wäre denn dann die Strafung für jemanden wie mich, wenn ich denn dann abgedruckte für so jemanden? Ja, bist du Mörder. Bist du Mörder. Musst du Booster tun und wiedergeboren werden. Wenn du hingehst und mal, was weiß ich jetzt, aus fleischlichem Denken einfach schwach wirst und einfach schießt und jemanden im Ohr, das ist nur Sünde, dann musst du Booster tun danach, weil du fleischlich geworden bist. Musst du sagen, Herr, vergib mir für diese Sünde. Ich will es ja nicht aus diesem Aspekt machen, wenn ich selber Booster bin. Niemand hat dir was Töten gemacht. Nein, du musst verstehen, dass zurückschlagen, zurücktöten Sünde ist. Das ist bei dir aber nicht der Fall. Du sagst, zurückschlagen, zurückschießen ist gut. Und das ist ein geistiges Problem, mein lieber Anderbrief. Ich sage nicht, dass es gut ist. Also es ist nicht schönes. Wenn ein Bruch, die S-Pirbel, die haben ja auch ein Leben vorher gehabt. Wie hat sie auch Unwaffe zu betrieben? Meistens ihr Geist, ein Leben. Ich sage nicht, ich bin schön. Wir haben noch ein paar Lötter her. Danke. So, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben mit seinem Verhalten. Wie er friedlich geblieben ist und hat sich selbst ermorfen lassen und hat für seine Feinde gebetet am Kreuz. Und so machen auch die Diener vom Herrn Jesus. Zum Beispiel ein, Vorsicht, ein Stephanus, ein Apostel Paulus, der sich hat steinigen lassen. Auch Apostel Paulus wurde gesteinigt, ist ganz normal aufgestanden und ist wieder in die Stadt gegangen und hat weiter gepredigt. Da hat nicht, ich sage, jetzt schlage ich alle Leute, die mich gesteinigt haben zusammen. das war ja gar nicht mein Thema, sondern es geht da wirklich nur darum, dass es in einem echten Händen, in einem echten Händen, wenn du eine Beide für deine Husten stehst, die Führungskritte, und du weißt, wie du das bist. Und dann, wir werden dich in deine Gesangskritte, und deine Frau für deine Augen vergewaltigt. Und du hast die Möglichkeit, an dem ein Ende zu setzen. Und dann, wenn du das nicht mehr vielleicht, was gerade spricht, ich weiß es nicht genau, aber dann würde ich es definitiv nicht anders in Erwägung ziehen können, gerade zumindest in dem Zustand. Ja, aber ist das Sünde, oder ist das von der Bibel, vom Geist her, die erlaubt? Ich denke, es ist trotzdem Sünde, ja. Es ist Sünde, wenn du sowas tust. Denke ich auch. Du bist ein Mörder, ja, wenn du jemanden ermordest. Du hast doch einen Vorbild, oder nicht? Du hast doch einen Herrn jetzt, einen neuen Herrn, der dich lehrt und führt, oder nicht? Oder bist du immer noch dein eigener Herr? Nein, definitiv nicht. Ich folge mich dem Wesen des Christus jeden Tag, mehrmals am Tag, mehrmals am Tag, mit dem ich sehr räumlich. vor dem Essen bete ich, ich bete nach dem Essen, ich bete vor dem Schlafen, ich bete vor dem Schlafen, ich bete noch am Beten. Ich bete wahrscheinlich öfter, als ich es als Muslim, zu beten, ich mache das vollkommen ernst. Okay, das heißt, du hast einen Herrn jetzt, und wenn dein Herr sagt, liebet eure Feinde, dann hast du das zu tun, und nicht deine eigene Wege zu gehen. Bist du dein Herr, oder er? Natürlich der Herr. Das ist eine sehr, als Ex-Muslim ist das für mich eine sehr Dingensfrage. Ich bin auch gerade erst frisch aus dem Auslusten im Islam, als Moslem, ich hätte mich ja in die Luft gesprengt, für den Herrn, so definitiv. Ja, ja, aber jetzt will der Herr, dass du deine Feinde liebst. Du hast doch jetzt einen neuen Herren. Ja, einen wachstigen Herrn, einen wachstigen Herrn. Ich habe nur den einzig wahren Herrn, den Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünde in einem Kreuz geschrieben ist, sodass er weiß, dass wir alle Sünder sind. Ja, dann befiehlt dir dein Herr, dass du deine Feinde lieben sollst und für die beten sollst, selbst wenn die dich ermorden. Und ich habe mir immer so damals gedacht, das sind völlig Unmenschen, und so, das sind keine richtigen Kritzen und da müssen wir uns so mit dem machen. Aber wo dann der Amir der Andere gesagt hat, ich liebe dich in euch, und da war ich ja noch ein Muslim, so, ich liebe dich in euch, seid ehrlich zu euch selber, geht auf die Knie, fragt, wenn es sich gibt, dann zeige dich mir. Am nächsten Tag legt dir das neue Kochtuch, aber am übernächsten Tag kommst du davon, wie du von einer Gemeinde spielst. Also es ist so, es kommt Zeichen von, ich sage immer, der Herr Jesus Christus ist lebendig. Er wirkt auch nicht nur im Jenseits, sondern er wirkt auch im Diesseits. Also wenn du den Herrn Jesus Christus hier und jetzt akzeptierst, dann wird sich dein Leben nur ins Positive ändern, definitiv, 100%ig. Ja, aber das Problem ist ja, wir haben zwei Arten von Gläubigen. Eine Art von Gläubigen, die aber im Herzen nicht durchgedrungen sind, am Herzen nicht bestitten sind, und die andere Variante ist, die Gläubigen, die eben auf der guten, die gute Erde präsentieren, präsentieren, die wahren Gläubigen, die Wiedergeborenen. Das ist die eine, die eine Fraktion ist echt, die andere Fraktion ist oberflächlich gläubig. Das ist, das ist eben die Gefahr. Und ich habe viele Leute kommen und gehen, sind in diesen letzten neun Jahren, lieber Adlerblick, die auch voll vom Herrn Jesus geschwärmt haben. Kurze Zeit später sind die abgefallen. Ja, aber wo beginnt denn der Abfall für dich? Sobald sie in eine kirchliche Gemeinde gehen, oder? Nein, die wir sind abgefallen, sind dämonisch besessen geworden. Also komplett gar nicht mehr an den Herrn geglaubt, LGBT, Witzenträgen und so was, alles so in diese Richtung. Ja, Islam, Islam. Zum Islam oder abgefallen, dämonisch besessen, Islam, alles Mögliche. Deswegen ist ja eure Arbeit so wichtig, gerade die von Amir, weil er kennt sich ja auch, so teilweise wie ich, aber ich glaube, er kennt sich sogar besser aus als ich, mit diesen islamischen Quellen aus. Ich habe ja selber gesagt, also bevor ich noch jemals in meinem Leben wieder zurück zum Islam zende, dann erhänge ich mich lieber, definitiv. Also das, was dort alles legitimiert wird, so präpubertärer Kindersex und so was, alles wirklich, auch sportlich, oder Gewalt, diese ganze Gewalt, die da drin sind, die Hände abhacken, die da drin sind, oder für den Herrn sich in die Luft springen, damit du halt die Feinde dort könntest. Was sind das denn bitteschön für Aussagen? Nimm am besten, wir kommen, wenn dann die den Tod mehr lieben als ihr das Leben, irgendwie sowas und so. Das habe ich auch früher mal so gesagt, also blablabla und so. Also das sind kranke Aussagen. Ja, aber das eine impliziert ja nicht, nur weil du das eine verstanden hast, dass das falsch ist, heißt das nicht, dass du in der Wahrheit auf der anderen Seite bist. Verstehst du? Das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist falsch, der Islam mit sich selber töten, andere Leute in den Tod reißen, Dschihad, Kinder heiraten, aber die sind Atheisten, die haben nur Probleme mit dieser Seite, die haben das nur verstanden, was der Islam ausmacht. Aber den Rest haben sie nicht verstanden. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nur weil du das eine verstanden hast, bedeutet es ja nicht, dass du in das andere, in die Wahrheit, wahrhaftig aufgegangen bist. Verstehst du, was ich sage? Ja, aber guck mal, Rieser, Bruderherz, ich habe ja auch Leute kennengelernt durch Amir, teilweise durch den Rock Christian oder den Ahmad Ex-Muslim. Ich kenne den Ahmad ja auch nur durch den Amir, beziehungsweise den Ahmad kenne ich den Rock und den Rock kenne ich durch Amir. Das verbreitet sich mal so. Es sind ja beides orthodoxe Christen. Ist der Rock Christian auch orthodox Amir? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der ist orthodox. Oh. Ich habe dir noch niemals Schwerbung gemacht, ich sehe ihn für orthodoxie, oder? Der macht ja eigentlich gar mehr Aufklärung, weil der kennt ja die ganzen Putzbücher vor dem, der kennt die ganzen Tostäle, der weiß, was sie davon auflehnen, was die Rock Christian wissen, wenn sie das ja durch die Angehörungen, wenn sie den anderen Gruppen angehören. Also der Rock, die ist eh bewandert, der könnte auch nicht denken, und wie ich den, die ich ihm gedacht habe. Nö, immer noch gar nicht. Ja, und auch bei ihm steht genauso unter Beobachtung, beziehungsweise auf dem Prüfstand der Rock Christian, wie jeder andere, der sich Christ nennt und gesagt hat, dass er zum Herrn Jesus gefunden hat. Auch er wird unter Beobachtung gestellt. Und wenn ich höre, dass er orthodox ist, dann muss man seine christlichen Lehre verwerfen, egal was er da tut. Und das, was er über den Islam sagt, ist korrekt, kann man übernehmen. Außerdem habe ich letztens bemerkt, dass er hier die Muslime heftig beleidigt hat, als er mit ihm gesprochen hat. Da hat er zu dem, Idiot, du Idiot, du Esel. Da kam mir das schon komisch vor. Weil wir haben unsere Feinde zu lieben und ihn nicht als Esel zu bezeichnen. Wo hat der Herr Jesus uns beigebracht, die Muslime und unsere Mitmenschen als Esel und Idioten zu bezeichnen? Zu beleidigen. Man wurde ihm auf jeden Fall fleischlich, ne? Ja, aber so eine Art Fleischlichkeit kam mir schon ein bisschen suspekt vor. Mit du Esel. Ja, das ist nicht unser Auftrag. Und das ist okay, wenn du einmal fleischlich bist. Da musst du auch Buße tun. Du musst sagen, oh, Entschuldigung, ich habe das nicht so gemein. Oh, Herr, vergib mir. Aber der ist so ganz normal. Du Esel, du Idiot, halbe Stunde lang. Das macht er eigentlich nicht die ganze Zeit. Definitiv nicht. Also das kann ich auch hier veruntersprechen. Das macht er die ganze Zeit nicht gut. Ja, aber da hat es, wo ich da war, eben das getan. Und über einen längeren Zeitraum hat er das getan. Fünf Minuten, zehn Minuten hat er das getan. Ich hatte auch eine Frage zu der Kleiderordnung von der Frau zum Beispiel. Darf sich eine Frau so kurz und knapp anziehen, wie sie möchte, oder? Natürlich nicht. Eigentlich nicht. Auch eine Frau hat durch ihr neues Leben, das sie aus Christus Jesus hat, durch den Heiligen Geist, sich eben so zu kleiden, dass die Männer eben nicht verführt werden. und ein Beispiel ist, als Licht und Salz für die Frauenwelt, damit sie Frauen denken, sehen, dass sie anders ist als die Weltfrau. Aber es ist nicht so wie im Islam, dass du in die Hölle kommst. wenn du dich jetzt ein bisschen sexy anziehst, wir sind nicht so eine Werksgerechtigkeitsreligion. Ja? Die sagen, also es gibt Frauen, die haben Kopftuch an und die gehen Jungfrau in die Ehe, vorne, Jungfrau. Aber hinten und oben haben die schon 300.000 gehabt. Aber Jungfrau in die Ehe. Und seine Geschichte hat gesagt, ob sie eine Jungfrau in die Ehe und seine Geschichte hat gesagt, heilig, heilig, heilige Jungfrau, die kommt in den Himmel, weil die Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Kommt in den Himmel, Inschallah, weil die Jungfrau ist. Als ob Gott das nicht sieht, wenn die Ehe irgendwo im Privaten, ihr versteckt mit so einem Typen, wer was macht. Als ob der Herr das nicht sieht. Die denken, nur weil die Jungfrau ist, vorne reicht das. Wenn wir in China werden in das sagen gehen, wenn wir in die Hölle und in die Hölle und in die Hölle stehen, von vorne Jungfrau, aber von hinten halt andersrum keine Jungfrau. Vor nach der Hand und in die Hölle. Ja, genau. Aber gegen den Arnest werden wir das und das geht nicht für euch. Nochmal, ich hab's akustisch nicht gestanden. Mir kommt, mir steht hier eine Anfrage, der Arnest. Wer? Der Arnest. Wir haben keine. Ich seh hier keinen. Warte, du müsstest mal noch eine Anfrage stellen. Hier ist keiner. Warte, ich treib dir mal eben kurz. Ja, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, ist sehr, sehr wichtig. Wir haben nicht eine Religion der Werksgerechtigkeit, weil wir wissen, aufgrund unserer Werke werden wir nicht gerettet, weil wir Sünder sind. Wir sündigen jeden Tag und wenn es auf unsere Werke ankommen würde, wären wir alle verloren. Alle. ein kleiner Blick auf die Frau eines anderen Mannes. Ein Blick und du kommst nicht mehr in den Himmel. Du wirst als Sünder vom Herrn Jesus Christus kurz im Prozess gekommen. Selbst wenn du alle anderen Gesetze Gottes perfekt gehalten hast, hast du nur einmal auf die Frau eines anderen Mannes geguckt, nur in deinem Gedanken und sie begehrt. Gott hat diesen Gedanken gesehen und du wirst in die Hölle kommen. Ihre Verbindung ist, glaube ich, gerade etwas schlecht, Aber zum Beispiel auch der Bischof, der Emanuel Marie. Du wirst keine Gemeinschaft haben mit euch. Die Verbindung ist schämt, die sind. In 50 macht der Doppelchneiden, der wohnt, so wie Amir früher am Rücken war. Jeder Doppelchneider geworden. Amir, ich dachte immer, früher kennst du diesen F-Bros noch? Der wirst du mir noch so leid und so singen. Kennst du den noch? Und früher? Wer? Die sind Afros, auch die sind Irana, Fatan oder so heißt der. Ja. Ich dachte immer, das wärst du. Ja, im Heimlichen hab ich immer gesagt, Baby, gib mir die Chance. Ich war das heimlich. Die Frauen bei NETLOCK und ICQ und MSN geklärt. Ja, genau so. Völlig verrückt. Ich hab dir das sogar mal geschrieben, ich hab dir das sogar mal geschrieben, dann hab ich mich geschämt, dann hab ich die Nachricht dringend, der mir rufen, da hab ich mir gedacht hab so, ey, nicht dass du das jetzt falsch aufnimmst, wenn ich ihm das so sag. Sagst, ich wusste schon immer, dass du Doktor Schäf bist. Jetzt gehst du dem. Du, warte mal, Alter, Doktor Schäf. Doktor Schäf, Aboamira, Hetsihani. Hetsihani, ja, Hetsihani, ja. Ja, wie viele Hetzdosen haben wir schon verkauft? Ja, das darf ich dir nicht verraten, dann wärs ja neidisch. Ja, bei dem ganzen Bruttoumsatz, den du im Monat machst, wenn der Staat nicht 47% kassieren würde, bei Spitzensteuersatz in deinem Ausmaß, was du da verdienst. Da sagen die allen erstens, guck mal, der Arme macht jetzt Geld, so, ne? Aber wenn ich Geld mache, warum hab ich dann so ein beschissenes Internet, ne? Als du gerade weg warst, hab ich auch gesagt, als du weg warst, hab ich auch so gesagt, zu spenden bei dem, da warst du nämlich kurz in der Bindung abgebrochen, zu spenden bei dem Bruder jetzt bitte Geld, dass ich so 5G-Internet holen kann, mit annimmten Daten, warum? Ja, ihr Lieben, wenn ihr, du auch Adler, Big, wenn du mit mir reden willst, dann wirst du mir erst mal ein Universum schicken, drei Löwen, und dann werde ich erst mit dir reden. Und wir machen nur noch TikTok-Matches, nur noch Matches. Nur noch Matches, ansonsten keinen Ton hier mehr sagen. Aber glaub mir, ne, ich mein, das ernst, Amir, wenn du Matches machen würdest, du würdest dich hier total dumm und dämlich verdienen, aber ich mach dir selber kein Matches. So was würde ich niemals machen, weil ich mein Glauben nicht verkaufe, verstehst du das? Nein, 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 weil das sind die Kredibilität weg, denke ich mir halt eben. Ich mach ab und zu mal so vielleicht mit ein, zwei Kollegen so aus Spaß, da spendet ja auch keiner. Ich sage, ey, spendet nichts, wenn ihr gerade nichts da habt oder so, ist ja egal. Das ist ja egal, das will ich's Geld nicht. Aber das nimmt diese Kredibilität weg, dass du das Wort Gottes verkündigst und dann halt eben Geld verdienen willst. Ja, deswegen sage ich, wenn die Geschwister oder diejenigen, die gerne etwas reinmachen wollen, die können ja gerne etwas machen, ich mach's ja sowieso weiter, verstehst du, was ich mein? Ob sie jetzt geben oder nicht geben, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Diese Sache mach ich trotzdem weiter. Du musst dir mal vorstellen, ich hab ja auf YouTube über 86.000 Abonnenten oder wie viel, ne? Und ich hab das alles umsonst gemacht. Ich hab ohne Werbung geschaltet, gar nichts, nichts. Weißt du, wie viel du verdient hättest? Du machst ja manchmal 1,2 Millionen Klicks und so. Ja klar, ich hätte jetzt schon eine Villa haben können oder was auch immer, ey, nein. Pro 100.000... Aber weißt du, an was ich reich geworden bin? An Menschen, die zu mir kommen und sagen, ah, mir durch deine Arbeit hab ich zum Herrn Jesus Christus gefunden. Amen. Das ist mir mehr wert, als wenn mir jemand eine Million Euro in die Hand gibt. Amen. Dass eine Sehne zum Herrn Jesus Christus gefunden hat und die Engel im Himmel am Jubeln sind über denjenigen. Amen. 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 Allahumma, Amen. 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 So sieht das aus. Dass die Engel im Himmel jubeln über einen einzigen Sünder Buße, äh, einen Sünder, der zur Umkehr aufgerufen wurde und der Buße getan hat und seine Seele in Sicherheit gebracht hat. Das ist mehr wert als jeder einzelne Cent, den ich in meinem Leben bekommen habe von irgendwen. Schade, okay, dann sprechen wir gleich mal weiter. Ja, so wie ihr auch hört, ne, deswegen sage ich ja immer wieder, ähm, viele Leute sagen ja immer so, äh, Amir hört nicht auf die und sowas alles. Aber sie machen ja trotzdem, im Kern machen sie definitiv sehr wichtige Arbeit, weil, erstens holen sie Menschen aus dieser einen Sekte raus, die dazu verleitet, dass andere Menschen getötet werden sollen und Kinder, ja, vergewaltigt werden sollen, im Endeffekt priepubertäre Kinder. Und im Zweiten verkündet er ja genauso das Wort Gottes. Ähm, ich sehe halt dem ist ein Konflikt damit zu sagen, so nein, so diesen falsch, diesen richtig, diesen falsch, diesen richtig. Ich möchte halt nicht darüber urteilen. Das ist so das Ding. Gerade weil ich ja so jung im Glauben bin, gerade weil ich ja noch so frisch bin. Deswegen lerne ich ja von allen Seiten quasi im Endeffekt. Und wenn ich dann irgendeine, ja, dass ich dann irgendeine Seite habe quasi, ähm, die ich dann finden kann, dann erst kann ich mich natürlich entscheiden. Dafür muss ich aber erstmal die Bibel richtig studiert haben und natürlich auch das Bibelverständnis gehabt haben. Ich kann ja nicht einfach so sagen, ich gehe jetzt da rein, weil das passt mir von so und so dem Aspekt her oder ich komme in die Seite rein, weil das passt mir von dem und dem Aspekt her. Deswegen bin ich ja auch hier. Deswegen bin ich ja bei den orthodoxen Brüdern. Deswegen bin ich bei den Katholiken. Ich höre allen zu. Ich erlaube jede Meinung. Ich höre mir ihre Quellen an. Ich höre mir ihre Schrift an. Ich höre mir ihre Rechtfertigungen an. Es ist halt schwer, weißt du, weil, wisst ihr alle, weil ich liebe auch Brüder wie ihn. Ich meine, selbst wenn ich mich für die Orthodoxie entscheiden würde, ich könnte den Armeer trotzdem nicht hassen. Definitiv nicht. Er hat mich doch da rausgeholt aus diesem Loch. Er hat mich doch da absolut rausgeholt aus diesem Loch. Er hat mir doch gesagt, ihr auf die Knie, frage Gott. In seinem Livestream, nicht mir persönlich. Muslime, seid ehrlich, geht auf die Knie, fragt her, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und genau das ist passiert. Ich hasse halt diese ganzen Spaltungen. Ich hasse diese ganzen Abgrenzungen. Also mein Leben seitdem, seitdem ich mich zum Herrn bekannt habe, läuft eigentlich bei mir alles schlimmer. Im Fleische läuft bei mir alles schlimmer. Finanziell läuft alles schlimmer. Arbeitgeber läuft schlimmer. Privates Umfeld läuft schlimmer. Mit der Ex-Frau läuft es schlimmer. Aber dafür bin ich so stark im Geist geworden, dass mich so Kleinigkeiten wie von der Welt gar nicht mehr interessieren. Wisst ihr, was ich meine? Und so etwas lehrt ihr ja auch her. Deswegen verstehe ich halt nicht, wieso orthodoxe Brüder ihn angreifen und andersherum. Aber dafür habe ich halt zu wenig Bibelverständnis, um das dann vielleicht zu wissen, weshalb das so ist. Versteht ihr dann? Ich hoffe, du hast gerade mitgehört, weil ich habe gerade sehr positiv, was sehr Positives geredet. Ja, wo ist mein Bruder denn? Der ist schon lange raus. So, da ist er wieder. Ich hoffe, er hat mitgehört. Und ich hoffe, er merkt auch, in was ich versuche zu wandeln. Ja, du bist halt noch neu im Glauben, frisch im Glauben. Am Anfang war das auch für mich sehr, sehr problematisch. Und alles erst mal da nicht durchzukämpfen durch diesen ganzen Tummel. Es gibt ja so viele Leute, die einfach anfangen zu lehren, obwohl die Heilige Schrift sagt, wir sollen uns nicht zu Haufe als Lehre aufstellen und anfangen zu lehren. Weil diejenigen, die lehren, erwarten auch das Doppelte und Dreifache strafbar, wenn sie falsch lehren. Und dann hörst du von verschiedenen Seiten, wie gelehrt wird. Das ist unfassbar. Guck mal, was die Leute hier schreiben. Adlerblick ist der Bruder von Amir. Adlerblick ist der Bruder von Amir. Nein, die sind wichtig jetzt. Warum? Weil du mir ähnlich aussiehst, oder was? Oder wie? Ja, ich sag doch, ich hab doch am ersten Tag, bevor ich veröffentlicht worden bin, bevor sie ja meine Bilder veröffentlicht haben im Internet, die Muslime. Da hab ich ja immer gesagt, wir sehen uns sehr ähnlich. Wir sehen beide aus den Kanäten und so. Und ich glaub, die werden halt nicht so klar kommen, wenn die so jemanden sehen sind. Du bist mein kleiner Minimi. Ich zieche eine Armee voller Islamkritiker und Leute, die Muslime aufklären. Ja, genau. Wir sind Salahchristen. Mufti am Mami, kleiner Bruder. Wir sind alle Salahchristen geworden. Wir sind vom Dschihadismus in den christlichen Dschihad. Das ist unglaublich, ist das. Ich hab gegeben. Muslime sagen ja, wenn du im Gebet gehst, ich glaube, dann zur linken Seite und dreimal spucke. Das ist in irgendeinem Hadith überliefert. Ob das jetzt Sahi ist oder so, weiß ich nicht genau. Weil dann irgendwie der Schaitan dich zum Gehen gebracht hat. Das ist so unfassbar. Das verstehe ich echt nicht. Ja, aber ich mag halt diese ganzen Abspaltungen nicht. Da habe ich sehr viel so Angst davor, weil ich möchte ja nicht Brüder wie ihn verlieren. Ich möchte ja nicht Brüder wie Reza verlieren. Ich möchte nicht Brüder wie christliche Dauer verlieren. Ich möchte auch die anderen Brüder nicht verlieren, die ich allesamt kennengelernt habe. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich mache ein Bibelstudium anstatt sich in allen möglichen Streams aufzuhalten. Was für ein Bibelstudium. Soll ich jetzt nur die Bibel lesen? Oder soll ich jetzt auch an die Apokryphen glauben? Das sind Aussagen, die sind ja auch total irrsinnig, meiner Meinung nach. Natürlich lese ich ja auch die Bibel. Aber es ist ja besser von Brüdern zu lernen, die ja schon Erfahrungen haben in dem, was sie tun, weil sie das schon seit Jahren machen. Ich gehe in der LGBT-Gemeinde gehen und wir dann sagen, die dann auch mal ein bisschen Bibel gelesen haben. Erklär mir jetzt noch ein bisschen die Bibel. Ja, aber worin wir uns einig sind, ist, dass Gott nicht queer ist. Nein, Gott ist definitiv nicht queer. Und Gott würde auch keine Homosexualität erlauben, niemals im Leben. Das ist nicht. Unser traditionelles Weltbild behalten wir auch Christen. Ich sage immer, die Muslime denken, dass wir Christen weichgespülte Menschen sind. Dass wir nicht das Wort Gottes verkündigen können. Dass wir nicht so aufstehen können und sagen können, nein, das, was ihr da erzählt, ist fein. Definitiv. Das ist eine absolute Ehelehre, was ihr da macht. Dass es Götzen gibt, was ihr da macht. Das denken sie nicht von uns, dass es nicht gibt. Ja, aber wiederum gibt es tausende weitere Ehelehren in der katholischen und in der orthodoxen Kirche. Und die muss man genauso anprangern. Und da darf man auch keine Gemeinschaft damit haben. Wenn sie zum Beispiel Babys taufen. Wenn sie diese heiligen Bilder, diese Götzen verehren. Wenn sie die Heiligen anrufen. Wenn sie Maria anrufen, anstatt den Herrn Jesus Christus Gott. Also mir haben die Karlsruxen erzählt, wir beten Maria ja nicht an. Aber wenn du zu einer Person sprichst in deinen Gedanken und sagst, Maria, mach für bitte für uns. Glaubst du, die Maria hört die ganzen Gebete, diese ganze Erde? Sie ist ja verstorben. Ja, also. Aber sie reden ja zu ihr. Ich kenne mich damit auch noch nicht so gut genug aus. Und dass ich auch darüber beurteilen kann, dass das Problem ist. Ich weiß nicht. Haben die vielleicht irgendwelche Legitimationen dafür? Haben sie keine Legitimation? Das sind alles Menschengebote. Das sind alles Ehelehren-Menschengebote. Zum Teil auch kommt es durch die falschen Bücher der Apokryphen, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind. Wie viele biblische Kanonen aufgenommen worden sind. Ich finde das halt sehr traurig, dass wir alle, ich darf das dann erklären, das ist gut. Ich finde das halt sehr traurig, wenn ich mich für die Autobestzieher entscheiden sollte, dann verliere ich ja auch Brüder wie euch. Obwohl ich ja eure Arbeit sehr respektiert. Und zwar in der Armee sehr danken kann darüber. Und dass er mich damals quasi im Stream indirekt angesprochen hat, mit der Fertigte, die wir mussten, und auch der Externe, die sie sich befinden, sage ich mir. Wenn du dich für die Orthodoxie entscheiden solltest, warst du nie wiedergeboren. Ja, richtig. Der Herr Jesus spricht in keinem einzigen Wort, dass man orthodox werden soll, katholik werden soll, evangelisch werden soll, Zeugen Jehova werden soll, oder irgendeine von Menschen gemachte Denomination. Der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, Wer nicht von Neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht erben. Der Herr Jesus sagt, wenn du nicht Katholik wirst, oder orthodox, das ist menschengemachte Denomination. Das sind ja so die Auslegungen, ne? Das ist keine Auslegung, das ist menschengemachte Denomination. Voller Ehrlehren. Nicht nur, dass die katholische Kirche durch die gesamte Geschichte die wahren Gläubigen verfolgt und ermordet hat. Ich höre nicht, aber ich möchte jetzt auch was im Dünner. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja klar. Ja klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will es Ihnen jetzt mal mal einen kurzen Ausschnitt, also einfach nur kurz das Thema anzureißen. Die Entrückung findet vor der Drangsalzeit statt, weil die Braut Christi nicht für die Zornesgerichte dieser Welt bestimmt ist. 1. Thessalonicher Kapitel 5 Wir sind nicht für den Zorn bestimmt, sondern wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes kommt über die Erde für die Sünder, weil sie eben die Wahrheit nicht angenommen haben. Aber der Zorn Gottes ist nicht für die, die die Wahrheit angenommen haben, die Braut Christi. Jetzt würde ich aber sagen, wir wollen mal, in Offenbarung 20 heißt es ja, dass Leute in der Offenbarung, in den Offenbarungsgerichten zu Jesus Christus finden und auch errettet werden und auch da getötet werden. Ja, was denn? Das ist nach der Drangsalzeit. Das ist nach der Drangsalzeit, ne? Nein, 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 innerhalb der Drangsalzeit in der Apokalypse kommen ja immer noch weiter Leute zum Herrn und die werden errettet. Die gehören zwar nicht zu der Braut Christi, aber sie sind Errettete aus der Drangsalzeit. Und die werden natürlich, da hat schon längst die Entrückung stattgefunden, dass die nicht zur Entrückung gehören. Das hat Gott so festgelegt in seiner Allmacht. Ja, genau so hatte Gott das festgelegt, dass zum Beispiel die alttestamentarisch Gläubigen nicht zur Braut Christi gehören. Das ist nun mal so. Die Braut Christi beginnt mit Apostelgeschichte 2 aus Gießung des Heiligen Geistes. Da beginnt die Gemeindezeit. Die Gemeinde Christi beginnt ab Apostelgeschichte 2 und endet mit Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 beziehungsweise 1. Thessalonische Kapitel 4, Vers 16. In dieser Zeit ist die Zeit der Gemeinde Jesu Christi, die Braut Jesu Christi, die Gemeinde. Und diese Gemeinde wird von dem Bräutigam abgeholt vor der Drangsalzeit zur Hochzeit des Lammes. Und auf der Erde geht es ab in den Himmel, kommt das Zornesgericht über die Erde, um die Menschen, die den Herrn Jesus Christus verworfen haben, eben zu treffen. Aber, klar, auch Leute aus der Drangsalzeit, die dem Herrn Jesus angehören, sie werden auch durch diese schlimme Zeit durchgehen müssen. Sie werden getötet werden, sie werden verfolgt werden, aber sie sind errettet. Aber sie gehören nicht zur Braut Jesu Christi. Sie sind sozusagen Post, also ja, schwerer das Wort zu finden dafür, also sagen wir mal, das sind gläubige, apokalyptische, also apokalyptisch-gläubige Menschen. Sie sind nicht alttestamentarisch gläubig, sie sind aber auch nicht Braut Christi, sondern sie gehören zu Post-Gemeinde-Zeitalter. Danach, das sind Gläubige, die nach der Entrückung der Gemeinde errettet werden. Alle drei Phasen sind errettet. Die alttestamentarisch-gläubigen, die sind errettet, gehören aber nicht so wie Braut Christi. Die Braut Christi ist errettet. Und die Nachbraut-Post-Gemeinde-Zeitalter-Gläubigen, während der Drangsalzeit in der Apokalypse, sie sind auch errettet. Alle drei Ebenen, alle drei Gemeinden, würde ich mal sagen, sind errettet. Aber man muss sie fein auseinanderhalten. Und sie gehören alle zu der ersten Auferstehung. Glückselig, wer zu der ersten Auferstehung gehört. Das sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Sie werden im tausendjährigen Reich mitherrschen. Alle. Die alttestamentarischen Gläubigen werden mitherrschen, die Braut Christi werden mitherrschen und die apokalyptischen Gläubigen werden mitherrschen. Und die Gemeinde Jesu Christi, wie gesagt, die Entrückung, kommt vor der Apokalypse. Das sieht man eben nochmal. 2. Thessalonischer 2, Abvers 5 sagt Apostel Paulus, jemand hält das Kommen des Antichristen noch zurück. Erst muss dieser jemand beiseite getan werden, damit der Antichrist kommen kann. Das heißt, dieses Etwas, was das Kommen des Antichristen zurückhält, muss erst durch die Entrückung beiseite geschafft werden. Und das ist die Entrückung der Gemeinde. Zumal sehen wir auch noch, dass der Apostel Johannes in der Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, bevor die apokalyptischen Gerichte in der Offenbarung 6 losgehen, schon in der Offenbarung Kapitel 4 entrückt wird und in den Himmel ist. Wiederum ein Bild auf die Entrückung der Gemeinde, die vor dem Auftreten des Antichristen ist. Und dann sehen wir, nachdem die 24 Ältersten im Himmel sind, Priester und Könige, das sind wir aus der Offenbarung Kapitel 1, symbolisch sind das wir, die wir schon im Himmel sind, Offenbarung Kapitel 5, und erst in Offenbarung Kapitel 6, wo die Gemeinde im Himmel ist, bis danach beginnen die apokalyptischen Gerichte, in Offenbarung Kapitel 6. Ja, und Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, da spricht dann der Herr Jesus Christus zu der Gemeinde in Philadelphia, das sind ja wir, eben, dass der uns, die Waren, die Wiedergeborenen bewahren wird vor der Stunde des Antichristen, durch die Entrückung. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Er wird uns bewahren, überhaupt da in diese Stunde hinein zu kommen, da vorbewahren. Da hinein zu kommen. Warum? Weil der, welcher in der Welt noch ist, beiseite geschafft werden muss, ja? Genau, 2. Thessalonicher 2, die Gemeinde, die noch auf der Erde ist und das Kommen des Antichristen auffällt durch den Heiligen Geist, das ist unser Heiliger Geist, der in der Gemeinde ist, das Kommen des Antichristen auffällt, der muss es beiseite geschafft werden, damit der Weg freigemacht wird, für den Antichristen. Und das ist die Entrückung. Ja. Dieser Typ, der diese Trübsal gemacht hat, dann ist es ja ein Erlehrer. Ja, sicher. Jeder, der die Entrückung anders ansetzt und so lehrt die Leute, die Leute falsch lehrt und die Leute nicht vorbereitet, dass die Leute jede Sekunde den Herrn erwarten, weil die Entrückungslehre bedeutet, dass der Herr Jesus jede Sekunde kommen kann. Also es geschieht eine Wachsamkeit im Geiste. Anstatt dass du sagst, ja, da muss doch noch die Apokalypse kommen, der Herr kann noch lange nicht kommen. Richtig? Ja. Siehst du, was eine falsche Entrückungslehre im Geist veranstalten kann? Der kann dir eine Schlaftablette verpassen. Richtig? Logisch? Ja. Und wir erwarten ja nicht den Antichristen, sondern wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Wir warten doch nicht auf den Antichristen. Die Leute, die die Entrückung anders ansetzen, nämlich am Ende der Drangsalzer, in der Mitte, die warten auf den Antichristen. Verstehst du? Wir warten, also die Braut Christi wartet auf Christus und die anderen, die warten auf den Antichristen. Deswegen endet ja auch die Bibel, Offenbarung 22, mit den Worten, mit dem Vers. Komm, Herr Jesus, die Braut und die Gemeinde sagen gemeinsam, komm, Herr Jesus. Sie sagen nicht, komm, Antichrist. Richtig? Wir erwarten den Herrn Jesus. Komm, Herr Jesus. Jederzeit sollen wir sagen, komm, Herr Jesus. Wie soll der denn kommen, wenn wir wissen, aha, der kann ja gar nicht erst kommen. Da muss doch die Apokalypse kommen, der Antichrist. Also kann der Herr Jesus ja nicht sofort kommen. Dann ist dieser Offenbarung 22, die Verse am Ende ja falsch. Dann würde ja das gegen das Wort Gottes gehen. Verstehst du? Diese Leute sind sich unbewusst, dass sie gegen das Wort Gottes gehen. Deswegen sage ich, wer die Entrückungslehre anders lehrt, als vor der Drannsalzeit, ist nicht wiedergeboren und arbeitet für den Feind. Darf ich mal was dazu sagen, Reza? Ja, ja. Eine Sekunde noch den letzten Satz. Ich rede nicht über Leute, die die Entrückungslehre gar nicht kennen. Darüber rede ich nicht. Ich rede nicht über die Leute, die die Entrückungslehre gehört haben, aber sich unsicher sind. Ich rede von den Leuten, die sich sicher sind und so lehren. Ja. Das sind Wölfe im Schafspelz. Bruder Reza, da hat jemand geschrieben, Adlerblick hat geweint, weil du ihm das Heil abgesprochen hast. Ich habe ihm das Heil nicht abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, falls du irgendwann mal doch in die Orthodoxie abfallen solltest in der Zukunft, er ist sich noch unsicher, der Adlerblick. Ja. Habe ich gesagt, wenn das kommen sollte, ich hätte doch auch sagen können, wenn du später in die Zeugen Jehovas reingehen würdest, wenn du Zeugen Jehova werden würdest, dann hätte man gemerkt später, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Das hat jetzt mit der Denomination nichts zu tun. Verstehst du? Wenn du später solche Lehren anhängen wirst, dann zeigt es sich, dass du von vornherein nicht wiedergeboren warst. Und das ist richtig. Ich wollte dir noch was zu sagen, Reza. Ja. Da haben einige da haben Bassisten einen Livestream gemacht. Wer hat einen Livestream gemacht? Du bist so Bassisten. Du weißt doch, Bassisten, wie die sich nähen. Ja, ich höre dich akkursisch nicht so. Bist du nah am Telefon oder bist du weiter links? Ja, hörst du mich jetzt? Bassisten. Ja, ja, ein bisschen besser. Ja, ja, ein Bassisten. Ja, und dann haben die so gelacht und meinten, ja, wir wollen nicht so Obdachlose im Himmel sein. Wir wollen Könige und Priester sein und nicht solche Getränke halten. Was sagst du dazu, Armin? Und so, dass sie so was sagen. Wir wollen keine Wir wollen keine Was ist das überhaupt mit der Ungeistigkeit so zu reden? Was ist das mit der Ungeistigkeit so zu reden? Allein das disqualifiziert schon denjenigen über gewisse theologische Themen zu sprechen. Das ist das, bitte. Das ist so der Ja, heftig, ne? Ich war geschockt. Ich war am Ende. Wo holt das mich um? Ich war echt am Ende. Ja. Da siehst du, dass die Leute nicht aus dem Heiligen Geist reden, sondern aus dem eigenen Fleisch. Denen ist es nicht bewusst, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Denen ist es nicht bewusst. Ja, und weißt du, was das noch heftig ist? Da sagen die, Gott soll die Andersgläubigen verfluchend für das Zorn gerichtet. Ich sag's dem jetzt nicht. Ich hör nicht richtig, Digga. das ist doch... Was ist das denn? Ja, das ist so, ey. Das ist nicht so... Ja. Der Heilige Geist in uns würde niemals so beten. Der würde uns niemals dazu bringen, zu beten für Verfluchung und Tötung von anderen Leuten. Niemals. Nein. Nein. Weil die Braut Christi mit dem Heilige Geist versiegelt ist. Und wir leben in der Zeit der Gnade, also wo die Braut Christi entsteht. Die alttestamentarischen Gläubigen, die haben so gebetet um Rache. Und die nach der Gemeinde in der Apokalypse, Leute, die zum Glauben kommen, die werden auch wieder für Rache beten. Offenbarung 20. Das habe ich ja in die Gruppe gepostet heute und habe die Geschwister gefragt, was ist der Unterschied zwischen den apokalyptischen Gläubigen und uns wiedergeborenen Christen der Brautgemeinde Christi. Da gibt es einen Unterschied und habe den Vers da in die Gruppe gepostet und die Geschwister haben es dann nicht so richtig verstanden. Ich muss jetzt nochmal kurz in die Gruppe reingucken um zu schauen, ob die Geschwister es verstanden haben. Aber das ist es ja. Die nach der also nach der Entrückung der Gemeinde die Gläubigen in der Apokalypse werden wieder so mit Rache wie lange oh Herr willst du nicht unser Blut rächen? Ja, aber die gehören nicht zu Braut Christi. Wir Braut Christi, wir sollen ja für unsere Feinde beten. Daran siehst du, dass die nach der Entrückung die Leute, die nach der Entrückung in der Apokalypse zum Glauben kommen, nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und nicht zu Brautgemeinde Christi gehören. Das sind Leute wie im Alten Testament Gläubige, die werden auch errettet werden, aber sie gehören nicht zu Braut Christi. Sie haben nicht die höchste Stellung im Himmel. Ja, das dazu. Und deswegen sage ich, ihr Lieben, passt auf, wenn einer daherkommt und sagt, die Entrückung ist nach der Drangsalzeit in der Mitte. Wenn jemand das lehrt, öffentlich, könnt ihr sofort davon ausgehen, dass das ein falscher Fussiger ist. Dass er für den Feinde arbeitet. Er kann auch tausendmal Jesus, Jesus sagen. Das ist nur eine Ermahnung und eine Warnung. Ihr könnt darauf hören oder eben eure Erfahrungen sammeln. So einfach ist. Aber meine Pflicht ist davor zu warnen. Ganz, ganz wichtig. Früher habe ich gedacht, na, das ist kein Problem, das ist nur eine Erkenntnissache. Wenn jemand das nicht verstanden hat und lehrt, dass die Entrückung jetzt nach der Drangsalzeit kommt und so weiter, habe ich gesagt, komm, das ist geschenkt. Hauptsache, Jesus, Jesus. So war ich am Anfang. Aber dann habe ich gemerkt, diese Leute mit der Zeit, mit der Erfahrung, habe ich gemerkt, dass diese Leute ja nicht bei dieser falschen Lehre bleiben, sondern diese Leute haben noch weitere Ehelehrer gelehrt, wie zum Beispiel, dass ein Wiedergeborener abfallen kann. Wäre es nur bei dieser falschen Entrückungslehre geblieben, hätte ich gesagt, komm, alles andere ist ja in Ordnung, alles andere stimmt ja, aber das stimmt ja nicht. Die haben gelernt, dass ein Wiedergeborener abfallen kann vom Glauben und wieder verloren gehen kann. Ja, ja. Das heißt, eine Ehelehre kommt nicht alleine. Ja, eine Ehelehre kommt nicht alleine. Es kommen weitere Ehelehren mit. So weit kommen die Werdet Licht, Leute, ne? Ja. Die haben mir damals so eine Angst gemacht, dass ich schon psychisch am Ende war, weil ich war ganz frisch am Glauben, also bin zum Glauben gekommen. Ja. Und die meinten, wenn du abseits kommst, in die Hölle ist, wenn du abseits kommst, dann haben alle auf mich eingeredet und ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Bibel. Ich kannte nicht mal überhaupt den Bibelferfer. Ich bin ganz frisch da reingekommen, hab dann eine Bibel von dem bekommen und die haben mich dann total Angst gemacht, dass ich dann, oh nee, nicht, dass ich da noch abfall, weil die haben so gut auf mich eingeredet, wenn 30 Leute auf mich einreden, du bist frisch zum Glauben gekommen, dann hast du keine Schlauung. Ja, ja, klar. Da haben wir zum Beispiel diese falschen Leute, diese Ehelehrer von der Sekte der, wie heißt die nochmal, sag mal, wie heißen die? Werdericht. Werdericht, genau. Die lehren eben die Wiederverlierbarkeit des Heils bei einem Wiedergeboren. Also die wissen ja gar nicht, was Wiedergeboren heißt. Aber selbst wenn die es wüssten und die lehren ja trotzdem, dass man abfallen kann und verloren gehen kann. Die machen überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Gläubigen, der nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist und einem Gläubigen, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist und wiedergeboren ist. Das lässt mir nur den einen Schluss zu, dass die gar nicht wissen, was Wiedergeboren und Versiegelung mit dem Heiligen Geist bedeutet. Sonst würden die sowas nicht lernen. Hört ihr mich? Hörst du mich, Bruder? Ja. Ja, weil ich mit dem Tunnel, ich weiß nicht, wie das ist. Mit dem Netz. Ja. Das sind einfach heftige Ehelehren, die eben besagen, dass derjenige nicht weiß, was Wiedergeboren und Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist, weil er selber nicht wiedergeboren ist. Und deswegen kommt er jetzt zu der nächsten falschen Lehre, die da einhergeht mit der Wiederverlehrbarkeit des Seins. Werksgerechtigkeit. Derjenige muss selber durch Anstrengung, durch Dschihad, sich da drin verwahren und selber sich durchbringen. Durch seine eigene Kraft, anstatt durch die Kraft des Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergebote. So sagen, sie wollen selber den Helden spielen vor Gott. Ja, das ist also nicht mehr eine Glaubensgerechtigkeit, dass Gott uns bewahrt und errettet hat, schon längst, Kolosser 1, Vers 13 schon längst uns versetzt hat in das Reich Gottes, in den himmlischen Örtern. Epheser 2, Vers 6, wir sind schon längst versetzt, himmlisch gesehen, Himmelsbürger, nein, die sagen, nein, der Herr hat uns versetzt als Himmelsbürger gemacht, auf einmal nehmt er uns wieder vom Himmel weg und tut er uns wieder also wegwerfen. und das ist absolut ihr Lehre. Absolut. Das ist Gotteslästerung. Das ist nur eine Ehelehre, das ist Gotteslästerung. Und so gibt es tausende Sekte. Und so gibt es tausende Sekte. wo der Herr Jesus sagt, ich bin eine gute Herde, keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das sagen die doch. Doch, doch. Derjenige kann sich selber rausreißen aus deiner Hand. Das ist Gotteslästerung. Ja. Na dann kommst du doch mit dem Vers, André, auf zwei Sachen achten. Ja, aber dann sagen die immer wieder, aber warte mal, du hast doch den freien Willen, dann hat dir Gott den freien Willen genommen. Also das heißt, Gott bringt dich da. Also dann kommen die immer meistens so an auch. Welcher freie Wille, welcher Wiedergeborene will freiwillig weggehen vom Herrn Jesus und in die Hölle gehen? Welcher Bekloppte will freiwillig in die Hölle? Das heißt, diese Leute glauben gar nicht an die Hölle. Die haben aber vorher nie geglaubt, dass es eine Hölle gibt. Sonst könnte es ja nicht abfallen und in die Welt gehen. Das heißt, die haben nie geglaubt. Weil wirklich geglaubt. Natürlich hast du deinen freien Willen. Willst du in die Hölle mit deinem freien Willen, lieber Bruder? Ja oder nein? Nein. Nein. Aber hast du keinen freien Willen? Ja. Hast du keinen freien Willen? Doch. Also, du willst ja freiwillig nicht in die Hölle, richtig? Richtig. Ja, und die Leute sagen doch, wir wollen freiwillig in die Hölle. Aber das ist so krank, das ist so völlig absurd, so ein Gedanke. Diese Leute, die abfallen, die haben nie geglaubt. Sonst würden die ja nicht abfallen und dann in die Welt gehen und einfach so ihr Leben leben. Nein. Wir haben nie wahrhaftig geglaubt, dass sein Gott gibt einen Himmel und eine Hölle. Nie geglaubt. Das ist alles. Deswegen sage ich... Ja. Weißt du was, ich war ja damals auf der Straße und da sagte einer, du glaub mir mal nicht die guten Werke hier, geh mal woanders hin. Was hat er gesagt? Geh mal bitte woanders hin, du glaubst mir gerade die guten Werke, bitte geh mal woanders hin, geh mal woanders hin. Wer hat das gesagt? Und werdet nicht einer. Er meinte, bitte glaub mir mal meinen Lohn nicht, geh mal woanders hin. Ha, ist das ein Haufen. Ist das ein Haufen. Ich will mich nicht versöhnigen. Soll ich denn das mal sehen, Arme? Wolltest du, Arme, wo die mich getauft haben, Arme? Ja, die haben sich in so einen Drecktümpfe getauft, ne? Ey, das Wasser war kackbraun. Ja, ehrlich, Arme, das Wasser war so kackbraun. Tut mir leid, aber das ist für mich heftig, ey. Arme, ich war am Ende, Arme, das Wasser war so kackbraun. Du hast gesagt, die haben mich in so eine Frühe getauft. Das war's. Aber das sind Wärme nicht. Du, ne? Ich glaub nix. Entschuldige Gott, das ist für mich so krass, ey. Wie kann man nur, ey? Wie kann man nur? Bruder, ich hatte Hautkrankheit bekommen. Ich hatte Hautkrankheit bekommen. An ganzen Füßen und so. Meine ganze Haut, ist was zerstört. Er ist da in die Runde gekommen. Wie die unsere Heiligstimme. Hallo, grüßt euch. Wie die unsere Heiligstimme. Ja, grüßt euch. Wie die unsere Heiligstimme in den Dreck ziehen. Aber die werden noch ihre gerechte Strafe bekommen. Keine Sorgen. Mein ganzes Gesicht, Arme, du musst dir vorstellen, du gehst da rein und dein ganzes Gesicht so braun. Weißt du? Ich darf selber jetzt nicht lassen. Das ist echt geschehen, mit der Herrscher. Wer ist da? Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Der ist noch raus. Nee, der ist auf Sturm. Nein, hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte ein paar Fragen, wenn ihr Zeit habt. Was? Ich hätte ein paar Fragen, wenn ihr Zeit habt. Ja. Ja, sprich nur ein bisschen lauter. Hört man mich nicht? Doch, aber du bist etwas leiser. Ist okay, ist okay. Versuch nur ein bisschen lauter zu reden. Alles gut. Ich bin der Armin, Herr Sch***er. Und Resa. Obwohl sie in der Gemeinde ein Tauchbecken hatten, haben sie mich gar nicht getaucht. Ja, daran siehst du mal, wie viel Ehrfurcht und Respekt sie vor den Heiligtümern haben. Also sie sind extra im Wald mit mir gefahren, in so einen Matschsee, extra im Wald, 20 Minuten, auf der Autobahn, irgendwo. Und ganz ehrlich, ich konnte nicht durchgucken. Das war einfach, das Wasser, das war dreckig. Einfach ein ekliger See. Richtig eklig. So ein gekippter See war das. Was für Haufen das sind. Du darfst mir solche Sachen nicht erzählen. Ich werde da fleischlich. Ich werde da fleischlich und versündige mich. Aber die werden schon im Gericht gerichtet. Werden keine Sorge. Okay, hört man mich? Ja, man hört dich. Risa, wir hatten schon mal geredet wegen dieser Sache. Und zwar hätte ich eine Frage, wegen dem Gottesbild und Christentum. Also ich bin selber Agnostiker. War früher Moslem. Und glaubst du, dass Gott laut der Bibel die Menschen, wie sagt man, bedingungslos liebt? Ja. Okay, aber wie erklärst du dir dann, dass in einigen Stellen in dem Alten Testament Gott auch sagt, dass er gewisse Menschen hasst. Er sagte zum Beispiel, er hasst Esau. Der Bruder von Jakob war das, glaube ich. Ja, warum? Da musst du natürlich dich mit Esau auseinandersetzen. Schauen, was hat der Esau gemacht? Dann weißt du, aha, es gibt Leute, es gibt Leute, egal was passieren würde in ihrem Leben, die würden niemals Gott annehmen und die würden alles für einen billigen Preis verkaufen. Okay, aber dann liebt er ja die Menschen nicht bedingungslos. Die Menschen liebte bedingungslos, bis sie ihre Herzen verschließen. Und das weiß natürlich Gott im Vorhinein. Und diese Menschen liebt er nicht mehr. Nein, diese Menschen nicht. Es gibt immer Leute, die sich ihr Herz verschlossen haben und die liebte er nicht. Natürlich nicht, aber trotzdem liebte er alle Menschen. außer die, die ihre Herzen verschlossen haben. Die werden für das Gericht aufbewahrt. Aber wieso liebt er diese Menschen nicht weiter und hofft für sie, dass sie trotzdem zu kommen? Gott weiß doch im Vorhinein was kommt, was diese Leute machen werden. Das hat mit Hoffen nichts zu tun. Wenn du sagst, Gott hofft, dann hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Gott weiß im Vorhinein alles, was kommen wird, dass diese Leute ihre Herzen verschließen werden. Ey, was ist das? Was ist das? Das ist bei Risa. Das ist bei Risa. Renner! Warum lachst du am hier? Was war das? Was ist das? Was denn? Das war bei Risa. Was war das für ein Lied? Das ist dieses Lied, was bei DSDS diese Frau, die gesungen hat. und das habe ich als Klingelton. Das habe ich als Klingelton. Das habe ich als Klingelton. Ich dachte, du hast den Buzzer angemacht, weil du eine gute Antwort gegeben hast. Ja, das ist auch ein Buzzer-Lied. Muss man machen. Nein, das ist das schlimmste, das ist das schlimmste Lied aller Zeiten für mich und vorgetragen von der schlechtesten Sängerin aller Zeiten bei DSDS. Und die ist, die ist dann umgekippt, nachdem sie gesungen hat, weil ihr Gesang war so schlecht, dass es ihr schlecht wurde von ihrem eigenen Gesang. und die ist umgekippt. Da dachte ich gerade, was ist denn jetzt los? Aber ihr habt das gehört, oder was das Lied? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Nein. Lieber, wo ist er denn? Ist er noch da? Bist du noch da? Nein, ich bin noch da. Nein, Gott weiß im Vorhinein alles, wie du dich entscheiden wirst, wie alle 8 Milliarden Menschen sich entscheiden werden. Das hat mit Hoffnung nichts zu tun. Ein Gott, der hofft, das ist doch absurd. ich habe mich falsch ausgedrückt. Stimmt, ich habe mich falsch ausgedrückt. Aber, ja, nein. Ja, aber dann kannst du nicht sagen, dass er alle Menschen bedingungslos liebt. Doch, aber die Menschen, die sich von vornherein, es gibt immer eine Ausnahme. Ja, entweder er liebt alle oder nicht. Ja, er liebt alle Menschen, aber nicht die Leute, die ihr Herz verschließen und dann in die Hölle gehen wollen, die sich für Satan entscheiden. Aber er kann doch diese Menschen trotzdem nicht. Er liebt die nicht. Nein, die liebt er nicht. Er liebt sie nicht? hast du ja wieder schon gesagt. Gott, ich habe Esau gehasst. Leute, die ihr Herz verschließen für die Ewigkeit, vor Gott und absagen dem Herrn, dem Herrn, obwohl sie doch leben, aber während ihrer Lebzeit 100% ihr Herz schon verschlossen haben. Genau wie die ganze Elite. Genau wie die ganze Elite. die ihre Herzen verschlossen haben, dem Satan dienen und ihm Babys opfern. Die liebt der Herr nicht. Aber unter der Welt, wenn das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, ist natürlich die ganze Welt, außer die Leute, die ihre Herzen verschlossen haben, die werden aufbewahrt für das Gericht. das steht in Judasbrief, Kapitel 1. Kannst du lesen. Das hat nur ein Kapitel, der Brief. Okay, weil... Die hasst er. Ja. Aber sonst, die gesamte Menschheit liebt er. Ja. Außer diese Leute. Er liebt alle Buddhisten, der Herr Jesus liebt alle Muslime. Also, mit alle Muslime meine ich die, die ihre Herzen noch nicht verschlossen haben. Immer nur die Masse, die Masse, die eben, oder die Leute, die eben ihre Herzen nicht verschlossen haben. Gut, aber wie gesagt, also ich, ich finde, man kann da nicht sagen, dass er die alle Menschen bedingungslos liebt. Weil er hasst dann einige Menschen. Muss man... Ja, alle, außer, genau, außer die Ausnahmen, die Ausnahmen, genau. Aber sonst liebt er alle Menschen. Aber siehst du da, nicht eine gewisse Parallele zum islamischen Gott? Weil Allah liebt ja auch nicht alle Menschen bedingungslos. Er sagt, die... Nein, 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 Moment, Moment, Allah hasst alle Ungläubigen. Ja, eben. Nein, der Herr Jesus liebt die Ungläubigen. Der Herr Jesus hasst nur diejenigen, die ungläubig sind und ihr Herz verschlossen. Aber es gibt tausende Ungläubige, die jeden Tag zum Herrn Jesus kommen. Die haben nicht ihr Herz verschlossen. Ja, okay, Jesus ist in dem Fall ein bisschen gnädiger als Allah. Ja, wie ein bisschen gnädiger? Das ist komplett anderes Bild von Gott. Ja, aber auch Jesus hasst dann Menschen. Wie? Allah hasst halt nicht. Ja, Allah hasst alle, die nicht Muslime sind. Der Herr Jesus liebt... Und Jesus hasst alle, die nicht in den Himmel wollen. Ja, die sich verschlossen haben, die ihr Herz verschlossen haben. Aber trotzdem liebt er die gesamte Menschheit, die Muslime, die Buddhisten, die Hindus. Der Allah hasst alle Buddhisten. Der Allah hasst alle Hindus. Der liebt nur die Muslime. Und zwar die, die sich auch in die Luft springen. Ja. Die Budjahedin. Das Gottesbild im Koran ist ein ganz anderes Gottesbild als die Bibel uns zeigen. Das zeigt allein schon die Intention Allahs, indem er die Hölle mit Menschen füllt will. So was kennen wir aus der Bibel nicht, dass Gott ein Verlangen hat, die Hölle mit Menschen füllen. Verstehst du? Gott will die Menschen retten. Genau. Und Allah will die Hölle füllen mit Menschen. Das Unterschied. Aber okay, du sagst, Gott will die Menschen retten. Aber wieso gibt es dann diese sogenannte Verstockung? Weil ab dieser Verstockung hat ja dieser Mensch kein freier Wille mehr, ne? Laut euch. Ja, weil doch. Der hat aber den freien Willen, sein Herz zu verschließen. Der Mensch hat den freien Willen zu wollen. Ich will nicht. Richtig? Und dann muss er eben, also weil er Sünder ist, weil er gesündigt hat in seinem Leben, weil er böse Sachen getan hat, muss er halt Rechenschaft ablegen. Und dann wird er verloren gehen. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, ich bin Lügner, Betrüger, ich hab das und dies gemacht und lass mich jetzt in Ruhe. Nein. Der Herr lässt dich nicht in Ruhe als Lügner, Betrüger und Dieb. Der Herr wird mit dir ins Gericht gehen. Ja. Ist das entweder oder? Entweder du bist dann heilig rein, ohne Sünde. Was macht der? Ja. Oder du lässt dich retten, eins von beiden. Aber du kannst nicht sagen, ich bin Sünder und ich mag das. Ich warte, glaube ich, kurz. Du bist unterwegs, ne? Hörst du mich? Nee, ich bin telefoniert. Was hast du? Was möchtest du denn noch wissen? Ja, Amir, ich könnte dich noch was fragen. Du weißt ja diesen Vers, du kennst ja diesen Vers im Koran und nehmt die Juden und Christen nicht zu Aulia, also Freunde, Verbündete, denn sie sind Aulia untereinander. Und du hast ja das auch als Argument gegen die Muslime verwendet, halt, dass sie intolerant sind, etc. Aber ich sag mal, in der Bibel... Nee, das hab ich nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, wie intolerant sie sind. Es gibt sogenannte Muslime, die mir nicht glauben, dass sie sich nicht die Juden und Christen zu Freunden nehmen. Du siehst halt immer wieder, sagen die, nein, wir müssen alle Religionen respektieren und ich habe doch jüdische Freunde und ich habe doch christliche Freunde und ich habe auch ungläubige Freunde. Dann sag ich allen Ernstes, aber dein Gott verlangt etwas anderes von dir. Das ist immer meine Intention, den zu zeigen. Dein Gott möchte nicht, dass du mit Juden und Christen abhängst oder sie zu Freunden nimmst. Und der Kontext der Geschichte zeigt uns auch eindeutig, dass Omar erfahren hat, dass ein Christ dort bei denen in der Nähe war und der ein guter Typ war, der auch einige Sachen drauf hatte, die andere Muslime nicht drauf hatten. Und dann hat er auf einmal erfahren, dass das ein Christ ist. Da hat er gesagt, wie kann er hier als Christ sein? Weg mit diesem unreinen Christen, hat er dann gesagt. Ja, das stimmt. Ich kenn den Nardif. Also du siehst den Kontext der Geschichte ist ein sehr, sehr ekelhafter Kontext. Verstehst du? Dass der Omar aufgrund seines Christen, er war ein guter Typ, und dann hat der Omar herausgefunden, dass das so ein Christ ist, hat er gesagt, wir dürfen das heilige Land nicht mit den unreinen Juden und Christen beschmutzen. Weg mit ihm. Ja. Siehst du, wie abgefuckt das Ganze ist bei den Muslimen? Aber so würde doch niemals ein Christ vorgehen mit einem Muslim, oder? Also du persönlich, du findest diesen Vers nicht gut. Nimm die Juden und Christen nicht so old, ja? Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das ist mein Befinden. Oder das Befinden anderer Menschen, wenn sie da zum Beispiel das sehen und sagen, guck mal, du darfst dich nicht mal als Freund nehmen. Ich sage den Leuten, die mal hier reinkommen und mir sagen, dass der Islam tolerant wäre und so, da sag ich, nee, nee, da kennst du aber deine eigenen Schriften nicht. Und dann fühlen die sich natürlich angegriffen, weil dieser Vers halt existiert. Du siehst doch, dass wir viele Muslime hier in Deutschland sich mit den Ungläubigen vermischen. Dürfen sie das? Nein. Also, siehst du? Also muss man zu den Muslimen gehen und sagen, ihr seid raus aus dem Islam. Warum sagt ihr noch, dass ihr Muslime seid? Ihr habt ungläubige Freunde. Ja, ja. Richtig? Bist du da mit mir? Ja, ich will auf das hinaus, weil ich habe letztens auch mit Reza geredet über diesen Vers in der Bibel. Reza, bist du da? Der ist nicht da, ne? Ich habe den gestummt. Ach so. Und zwar gibt es ja diesen Vers in der Bibel, ihr sollt Feindschaft gegen die Welt haben, ne? Oder Feindschaft gegen die Welt? Liebe zur Welt ist Feindschaft zu Gott. Du sollst diese Welt nicht stiegeln. Genau, aber ich habe dann Reza gefragt, ja Moment, heißt das dann auch, dass man nicht andersgläubig als Freunde nehmen darf? Und er hat gesagt, ja. Ja, nach 2.9.5. Moment, 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 Moment. Wir haben uns abzusondern. Wir haben uns, nachdem wir wiedergeboren sind, eben abzusondern. Warum? Weil die Leute, die noch nicht wiedergeboren sind, in der Sünde noch leben. Das heißt, du gehst mit ihnen, du bist unterwegs und dann benutzen sie einfach, ey, du Punkt, Punkt Sohn, ey, ich äff deine Mutter, weil die einfach nicht heilig sind, benutzen sie solche dreckigen Wörtern. Du weißt, es gibt, ich weiß nicht, ich weiß, du meinst, du meinst, ich kann an, aber ich meine, es gibt auch Menschen, warte kurz, es gibt auch Menschen, die nichtgläubig sind und die auch ein anständiges Verhalten haben. Nein, haben die nicht, die sind Sünder, glaube ich. Es dauert keine 5 Minuten, bis sie auf einmal über Gotteslästerung reden, über Saufen, über Drogen nehmen. Ja gut, also das finde ich jetzt ein bisschen verallgemeinert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass jeder andersgläubige direkt ein Problem hat. Es gibt doch viele, die sagen, ja, okay, Christentum, okay, können sie glauben, alles gut, ich glaube nicht dran und so. Der Herr Jesus Christus sagt, was hat Licht mit Finsternis gemeinsam. Und da müssen wir uns als Wiedergeborener natürlich absondern, aber sie trotzdem mit Liebe und Respekt behandeln. Ist das richtig? Aber wir dürfen sie nicht zu Freunden nehmen, wie die Muslime auch nicht. Ich glaube, natürlich dürfen wir uns sie zu Freunden nehmen, das ist gar kein Problem. Aber eben mit ihnen die ganze Zeit so abzuhängen und sie unseren Geist sozusagen schwächen, das ist wiederum was anderes. Das ist ein Thema für sich. Verstehst du? Und Resa, siehst du das auch? Wie willst du denn deine Nächsten lieben wie dich selbst, wenn du dann nicht quasi mit denen auch zu tun hast? Ja, Resa hat gesagt, du darfst sie nicht zu Freunden nehmen. Ja, natürlich darfst du sie nicht so als Freundin nehmen, dass du jeden Tag mit ihnen abhängst und so dies, aber sie trotzdem liebst und respektierst. Das gehört dazu. Aber der Herr sagt, was hat Licht mit Finsternis gemeinsam, weil diese Menschen noch in der Finsternis sind und nicht zum Licht durchgetrunken sind. Verstehst du? Weil wir haben eine ganz andere Gesinnung in uns. Wir, die wir den Herrn Jesus Christus angehören haben, eine ganz andere Gesinnung in uns, oder? Ja, aber warte mal kurz, ihr sagt ja trotzdem, dass ihr auch noch sündigt. Hör mal diesen Hund da weg, ey. Das ist doch unfassbar. Ja, aber ihr sagt doch selber auch noch, dass ihr auch noch sündiger seid, oder nicht? Ja, das ist auch richtig. Aber dann unterscheidet euch ja von den Andersgläubigen einfach euer Glauben. Aber ihr sündigt und sie sündigen auch. So sieht es aus. Der, der in uns ist, der macht uns zu was Besserem, sozusagen, weil wir gerettet sind. Aber Sünder bleiben wir alle. Nur der Christ ist halt besser dran, weil der Herr Jesus Christus stellvertretend für ihn bezahlt hat. Und der Christ hat die Gnade des Herrn Jesus Christus angenommen. Und die anderen leben noch in Finsternis. Nein, nein. Es muss einen Unterschied geben. zwischen der Zeit, wie du gelebt hast, vor deiner Wiedergeburt in Christus und nach deiner Wiedergeburt in Christus. Wenn du Amir's Leben zum Beispiel als Beispiel nimmst, wie er vor Jesus Christus in der Welt gelebt hat, voller Sünde, und wie er jetzt lebt, das ist eine Verdrehung um 180 Grad. Der Amir hat von morgens bis abends in Sünde gelebt. Der hat von morgens bis abends gerappt. Nicht nur gerappt, er hat andere schlimme Sachen gemacht. Aber jetzt, wo er mit dem Herrn Jesus wandelt, nein, das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Den Amir erkennst du nicht mehr wieder. Eigentlich. Das ist dieser Wechsel nach 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist bei Amir als Paradebeispiel kannst du nehmen. Das Alte Amir ist vergangen, der sündige Mensch in der Welt verloren, ohne Hoffnung. Und der jetzige Amir hat mit dem alten Amir nichts zu tun. Er ist komplett ein neuer Mensch mit dem Heiligen Geist in Christus. Aber trotzdem, auch Amir sündigt weiter, aber viel weniger als vorher. Viel, viel weniger. Wenn ihm eine Sünde passiert, dann bittet er um Vergebung, steht auf und versucht es beim nächsten Mal nicht mehr zu tun. Das ist der Weg eines Gläubigen. Aber ein Ungläubiger sündet fahrplanmäßig. Wo es eine Sünde gibt her. Ich nehme es mit. So sind die Leute. Die haben überhaupt kein Problem mit Sünde. Das sehe ich doch zum Beispiel. Vorher bei Tempo 50 bin ich immer 150 gefahren. Immer ein 1 davor gemacht. Ich habe mich an kein Gesetz gehalten. Kein Gesetz. Tempo 30 bin ich so schnell gefahren, wie das Auto fahren konnte in diese Strecke bei 30. Ob es da 100 war, ist es egal. Ich mache meine eigene Gesetze. Immer habe ich die Straßenverkehrsgesetze gebrochen, wo ich nur konnte. Weil ich bin mein eigener Herr. Ich höre doch nicht drauf, was irgendein Staat mir sagt. Das war ich vor dem Herrn Jesus Christus. So war ich. Und jetzt, jetzt Tempo 30 30 Tempo 50 50 Und dann sehe ich aber, ich halte mich an die Gesetze, aber dann sehe ich die Sünder, die an mir vorbeifahren mit Tempo 70 80 wo 50 erlaubt ist. Dann erinnere ich mich wieder an mich, wo ich damals als Sünder in der Welt die Gesetze missachtet habe und gesündigt habe, wie ich nur wollte. Und dann erkenne ich mich wieder, wie ich damals war in der Welt. Wie diese Leute noch sind alle, diese Sünder. Siehst du, das ist ein Unterschied. Vorher hat mir die Schütter jeder Frau, ja, im übertragenen Sinne, jede Frau war nicht von mir unsicher. Einer der unzüchtigsten Personen Europas. Jetzt verheiratet, jetzt verheiratet und heilig wandelt. Das ist ein Unterschied, oder? Ja. Ja, das ist das, was der Herr Jesus verlangt. Eine Umkehr auf griechisch, griechisch, metanoia, Buße, Reue der Sünden, Umkehr und mit dem Heiligen Geist wandelnd, mit dem Herrn Jesus Christus. Was wäre jetzt, wenn ich jetzt, würde ich sagen, ich bin ja Agnostiker und ich sage jetzt morgen, okay, ich habe die Bibel gelesen, das macht für mich irgendwo Sinn, ich glaube an Jesus, weil das halt für mich Sinn macht, aber übermorgen werde ich trotzdem weiter sündigen. Aber ich glaube. Das ist billige Gnade, dann hast du das Werk des Herrn Jesus, was er für dich am Kreuz bezahlt hat, hast du nicht geachtet, weil du weißt, was es gekostet hat. um dich zu begnadigen. Das war nicht einfach, jemand hat für dich ein Eis gekauft, da ist jemand gestorben unter schlimmsten Qualen, damit du errettet wirst. Und dann gehst du nicht hin und bist ein gottloser, respektloser Mensch, der dieses Werk mit Füßen tritt und sündigst einfach drauflos. Nein. Wenn du das tust, da warst du nie errettet, weil bei der Errettung, bei der Wiedergebot, bekommst du ja auch noch den Heiligen Geist. Du empfängst ja den Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt ja dir nochmal zusätzliche Kraft, gegen die Sünde zu widerstehen. Verstehst du, der Heilige Geist gibt dir Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und wenn du aber keine Kraft hast, der Sünde zu widerstehen und du sündigst genauso wie vorher, ja, da bist du gar nicht wiedergeboren. Ja, aber dann verstehe ich nicht, es gab ja diese Diskussion hier auf TikTok, von wegen, ja, kann ein Wiedergeborener Selbstmord und so machen, wieso sagst du dann nicht, ja, wenn ein Wiedergeborener sowas macht, dann war er nie wiedergeboren. Nein, es geht nicht darum, dass ein Wiedergeborener nach seiner Wiedergeburt überhaupt nicht mehr sündigen kann. Der Wiedergeborene kann jede Art von Sünde tun, auch wenn ich es noch nie gehört habe, dass ein Wiedergeborener Selbstmord begangen hat. Aber möglich ist es. Trotzdem ist der Herr Jesus für alle Sündigen gestorben. Er hat ihn errettet. Was er aus dieser Freiheit jetzt macht, wenn jemand dich in die Freiheit entlässt, was du da mit dieser Freiheit machst, ist dir überlassen. Denke aber daran. Aber wieso sagst du, dann zu dieser Person nicht, der hat das Werk von Jesus nicht verstanden, wenn er sowas macht? Nein. Moment. Nein. Derjenige, der wiedergeboren ist, soll nicht mehr sündigen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Solltest du auch lesen, den 1. Johannesbrief. Aber wir sind ja Sünder, wir sind ja nicht Götter, nachdem wir wiedergeboren werden, dann werden wir nicht perfekt auf einmal. Wir werden auf einmal nicht Gott. Richtig? Wir bleiben ja immer noch Mensch. Ja. Mensch, er ist immer Fehler. Er macht weiterhin Fehler. Fehler heißt Sünde. Und, das heißt also, trotzdem sind wir errettet, auch wenn wir danach Fehler machen. Der Herr Jesus wirft uns ja nicht hinaus. Der hat uns ja errettet. Aber das gibt dir nicht den Freifahrtschein, Römer, Kapitel 6, Abvers 14. Es gibt dir nicht den Freifahrtschein, diese Gnade zu missbrauchen und darauf loszusündigen. Aber du hast recht. Wenn du als Wiedergeborener wohlgemerkt, wenn du wahrhaftig errettet warst und so eine schlimme Sünde wie Selbstnot begehst, bist du trotzdem errettet, weil du wiedergeboren bist. Verstehst du? Die Errettung ist unumkehrbar. Wenn jemand zum Beispiel, ein Beispiel, damit du das verstehst, du hast eine Million Euro Schulden und du hast aber selber kein Geld, das zu zahlen. Jemand kommt aber, der Milliardär ist und für ihn ist das überhaupt kein Problem, eine Million. Und der sagt, komm, ich will gnädig sein. Wer ist dieser Mensch? Der ist mir sympathisch. Ich bezahle für ihn diese eine Million Euro. Bist du dann schuldenfrei oder nicht, obwohl du deine Schulden nicht selber zahlen kannst? Bist du schuldenfrei, ja oder nein? Du bist schuldenfrei, aber du kannst ja wieder Schulden machen. Also fertig. Nein, aber die Schulden, diese eine Million Euro, die du dein Leben getragen hast, die sind schon mal weg. Aber du lebst ja weiter, du kannst ja wieder Schulden machen. Ja, aber derjenige muss dann aufpassen ab dem Zeitpunkt, weil jemand eben aus seinem eigenen Vermögen für deine Schulden aufgekommen ist. Solltest du nicht hingehen, dann schon wieder eine Million Euro Schulden machen. weil es jemanden was gekostet hat. Richtig? Und so geht man nicht um. Aus Dankbarkeit ist man dankbar, dass man da rausgekommen ist. Schau mal vor, du hast die Schulden bei der Mafia. Und die erschießt, die geben dir drei Tage Zeit. Und du hast diese Millionen nicht. Und es geht um dein Leben. Und die sagen, entweder du zahlst in drei Tagen oder du bist tot. Ja. Und jemand rettet aber dein Leben, indem er selber alles, was er gespart hat in seinem Leben, für dich gibt, nur damit du nicht stirbst. Das ist Jesus Christus. Verstehst du, das ist die Errettung. Jesus Christus bezahlt für dich, damit du nicht verloren gehst. Mit seinem Leben. Das ist das Liebeswerk. Und dann siehst du, dass wenn der Herr sagt, ich liebe die Menschen, dass er das auch beweist, indem er sein Leben opfert. Weil das Höchste, was wir haben, was wir hingeben können für einen Menschen, ist unser Leben. Richtig? Ja. Ja. Und wenn du bereit bist, dein Leben hinzugeben für einen anderen Menschen, dann hast du das höchste Werk aus Liebe vollbracht. Und das ist Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seine eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Wenn du das nicht verstanden hast, frag mich, dann erkläre ich dir das nochmal. Damit es verstehst. Damit es sitzt. Hast du noch Bedenken? Das ist irgendwas, was du noch nicht verstanden hast? Ich verstehe das Prinzip schon, nur man könnte jetzt auch sagen, ihr seht ja das, diesen Tod von Jesus Christus wie ein Geschenk an für die Menschen, ne? Ja. Aber ist es dann fair, wenn ich sage, ich will dieses Geschenk nicht annehmen, dass ich dann in die Hölle komme, weil ein Geschenk... Das ist fair. Aber warte mal kurz, wenn du ein Geschenk bekommst, und das nicht annimmst, ich meine, du hast ja niemanden gefragt, dass er dir ein Geschenk gibt. Ja, aber du hast dein Leben lang gesündigt, du hast böse Sachen gemacht und die müssen bestraft werden. Was machen wir denn damit? Was ist mit der angehäuften Schuld? Was ist mit der Frau, die du verarscht hast, um die ins Bett zu kriegen? Und die du dann fallen gelassen hast und ihr Herz gebrochen hast? Was ist damit? Wer bezahlt dafür, für diese Herzensschmerzen? Für diese Verarschung? Für die Schwäche, die du ihr angetan hast? Wer bezahlt dafür? Für diese Schandtat? Für die Ausnutzung? Sag mal bitte, wer bezahlt dafür? Ja, ich persönlich glaube, niemand bezahlt dafür, weil am Ende... Du musst sagen, genau. Genau, du hast das verbockt, du hast anderen Menschen wehgetan und du kannst nicht einfach davon kommen und du kannst sagen, tschüss. Nein, kommst nicht davon. Der Herr wird früher oder später, wenn du sterbst, dich bewahren für das Endgericht. Und dann wird er mit dir ins Gericht gehen. Und alles, was du in deinem Leben getan hast, wird er dir vor deinen Augen zeigen. Und dann wirst du verstummen. Wenn der Herr dich fragt, warum hast du das getan? Was willst du dem antworten? Ich war ein Schwein? Wirst du sagen, ich war ein Schwein? Ich habe die Sünde geliebt. Dann wird der Herr sagen, ja gut, warum hast du denn nicht Buße getan damals? Damit ich dich rette. Und dann wirst du verstummen. Dann wirst du nichts mehr zu sagen haben. Weil du weißt, wann was jetzt kommt. Du könntest aber Gott auch fragen, Gott, wieso hast du mich eigentlich überhaupt erschaffen? Ich habe nie gefragt, danach erschaffen zu werden. Du bist aber nur mal erschaffen. Aber wieso eigentlich? Ja, weil er dich liebt. Weil er dir das ewige Leben geben möchte. Weil er dich ewig bei sich haben will. Was ist daran verkehrt? Oder wie sagt, ich wollte einfach was dazu sagen, ja? Die Leute sagen ja immer, wieso hast du mich eigentlich erschaffen? Ich habe nie nach gefragt. Aber sie genießen das Leben. Sie lieben die Sünde. Ja, genau. Warte, also den genießen sie schon. Warte, du kaufst deine Playstation 5 und ich spiele damit jeden Tag und ich sage, ja, aber ich wollte sie gar nicht haben, ich spiele jeden Tag damit. Aber benutzen, genau, das Werk des Herrn, was er für dich erschaffen hat, denn Sex, das Eis, ja, die Sonne, warum betreibt er? Urlaub, alles benutzen. Ja, benutzen, aber sag ich, warum hast du mich erschaffen? Ja gut, wenn du so dagegen bist, gegen ihn und seine Werke, dann genieß auch seine Werke nicht. Dann bist du fair, dann bist du ehrlich. Geh in den Keller, wo Dunkelheit herrscht und sitz dich so hin und du, ich hasse Gott, ich hasse Gott. Dann bist du ehrlich, dann würde es passen zu deiner Theorie. Ich will gar nicht da sein, wer hat mich erschaffen. Aber nicht schön hier leben und alles genießen, was er getan hat, was er geschaffen hat. Aber dann wäre es trotzdem fair, laut hier, dass Gott auch diesen Menschen für immer foltern wird in der Hölle und keine Ahnung. Weil diese Menschen böse Sachen gemacht haben, muss der gerechte Gott diese Sünden bestrafen, sonst wäre er ja nicht gerecht. Ein Richter im Gericht. Wieso bestraft er diese Sünden ohne Ende? Wieso kann er diese Sünden nicht eine gewisse Zeit bestrafen? Das geht nicht, weil diese Leute ja gar nicht mit Gott zusammen sein wollen. Verstehst du? Und dein Wunsch ist Befehl. Du willst ja nicht mit Gott sein. Okay, kein Problem. Dann gehst du an einen Ort, wo du nie wieder Gott siehst. Und es gibt nur noch einen Ort in der Ewigkeit, wo Gott nicht ist. Da gibt es nur diese zwei Ebenen. Da ist ein Ort, wo Abwesenheit von Gottes Gnade, Güte, Liebe, da ist ein Ort, was das Gegenteil von diesen Dingen ist. Du wolltest das doch nicht. Bitteschön, sagt der Held, bitteschön, nach deinem freien Willen. Okay, und was ist mit einem Juden? Der will ja mit Gott sein, aber der hat halt eine falsche Vorstellung laut euch. Ja, natürlich, weil er das Wort seines Gottes nicht liest und das einfach umgeht. Zum Beispiel die Juden, die springen jedes Jahr über Jesaja Kapitel 53, lesen das nicht, wollen das nicht lesen, weil es ihnen irgendwie komisch ist. Unangenehm. Unangenehm, ja. Da wird der Herr mit denen ins Gericht gehen. Der Herr wird ihnen sagen, warum habt ihr das übersprungen, mein Wort? Was war denn da in Jesaja Kapitel 53, das euch so unangenehm gejuckt hat, wo ihr das nicht haben wolltet? Lasst uns das mal gemeinsam zusammenlesen. Hier könnt ihr nicht mehr davon kommen. Und dann wird der Herr Jesaja 53 vor ihren Augen lesen. Und dann werden ihre Knie zittern. Die haben keine Ausrede, weil da steht ja so in ihren Schriften, Jesaja Kapitel 53. Und dann werden ihre Knie zittern. Steht dort, dass der Herr wird durch Sport? Ist das diese Sache? Nein, da steht, dass der Herr kommen wird und für die Sünden der Menschheit durch Sport werden wird, während er die ganze Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Okay, das ist diese Stelle, ja. Genau. Und das gefällt den Juden nicht, das Wort ihres eigenen Gottes. Die überspringen diese Stellen. Aber Resa, ich habe mal mit deinen Juden gelesen und die interpretieren das einfach anders. Nein. Ja, wie denn? Wie wollen die das anders interpretieren? Die sagen einfach nicht Jesus. Ja, natürlich, das ist Bruce Lee. Bruce Lee hat doch die Sünden der Menschen auf sich genommen und deswegen durchbohrt. Kennst du doch? Das weiß doch jedes Kind auf der ganzen Welt. Dieses Evangelium von Bruce Lee, dass er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat und deswegen durchbohrt wurde. Ja, aber du weißt, dass die Jungen andere Interpretationen für diese Verse haben. Ja, ja, die können sagen, das ist Donald Duck. Gott, wir haben gedacht, das ist Donald Duck. Du siehst doch, mein Lieber, mein Lieber, du siehst doch, dass es zum Beispiel Leute gibt, die nach Israel reisen und einfach mal Juden damit konfrontieren. Und die Leute reagieren alle genau dasselbe. Zu wem passt das denn, dieser Pferd? Dann sagen die, das spricht doch irgendwie von Jesus, ne? Jesus ist doch für die Sünden der Menschen gestorben, ne? Alle sagen dasselbe. Und daher auch das verbotene Kapitel Jesaja 53. In Israel, bei der Lesung, jedes Jahr in der Synagoge, überspringen die Juden Kapitel 53. Warum? Was ist denn ein unangenehm für die? Leser, darf ich was einmal sagen? Ja. Der Schamra, der die Debatte gemacht hat, der hat gesagt, Jesaja 9, Vers 5, starker Gott, Friedefürst, dieses Mord. Ja, der, ja gut. Sag an der Lesung, ich lache, ich traue dich denn nicht mehr. Ja, der ist ja nochmal ein ganz besonderer Fall für sich. Also nur nicht mal die heftigsten Debatteure haben sich erlaubt, Jesaja 9, Vers 5, die Gottheit und die Person Jesu Christ auf Mohammed zu beziehen. Das war eine Peinlichkeit. Sogar die Muslime, arme Reza, sogar die Muslime meinten, peinlich, was hast du getan, Sangba, was hast du da nur angerichtet? Ja, was könnt ihr als Einziges sagen? Ja, dein... Das ist ein Diskotentzer, das ist ein Diskotentzer, mit dem ich Samen nichts zu tun habe. Das ist das Einzige, was wir da sagen können. Und da haben die auch recht. Arm hier, weißt du, was er sagt? Er sagt, sein Prophet ist einer von den 144, wie viele Propheten gibt es nochmal in dem Koran? 124.000 und er sagt, sein Sheikh Lohmann, der auch so ein Diskotentzer ist, dass er einer dieser 124.000 Gesandten und Propheten sei. Sein Sheikh, oder was? Deswegen habe ich dir gesagt, wenn dieser Sheikh vor ihm kacken würde und Pippi macht rennen, der würde das essen und trinken. Glaub mir, so einer ist das. Das ist so krank gewegnet, gewegnet. Man muss doch mal sagen, wenigstens sind diese Sufis ein bisschen weniger radikal als diese Salafisten, muss man wenigstens sagen. Weil die machen ihre Grenzen und das war's. Ja, aber das bringt ja nichts. Wir gehen ja trotzdem verloren. Weil der Islam sagt ja was anderes. Der Islam sagt doch nicht, du sollst Tänzchen machen. Okay, ich komme gerne ein anderes Mal wieder. Danke für die Diskussion. Ja, gerne, mein Lieber. Gott segne dich. Ich hoffe natürlich, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Genau, genau, genau. Komm immer wieder, wenn du Fragen hast und wenn die deine Fragen so Gott will beantworten. Okay, macht's gut. Gott segne dich, tschau. Alles klar, mein Lieber. Gottes Segen, tschau, tschau. Gottes Segen. Ja, ich hoffe mal, wir beten dafür, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass der Herr Jesus sich ihm offenbart und ihm seine Augen öffnet. Ja, Shalom, Gottes Segen. Gottes Segen, Hauze, ja. Ja, ich wollte halt diesen abgefallenen, seine Frage beantworten. Wegen diesem Gleichnis mit Esau und Jakob. Das war ja so, ich hoffe, du bist noch hier drin, falls du mich hörst. In erster Linie liebt Gott alle Kinder, er liebt alle seine Kinder und alle Menschen, die er erschaffen hat. Aber es gibt halt Menschen, die mündig sind, die erwachsen sind und dann das Große und Ganze erkannt haben und dann bewusst, 100 Prozent, sich gegen Gott wenden und ihr Herz verschließen und sich für die ewige Höllenfeuer stellen, für diese irische Erde, damit die hier was erreichen und Namen machen, etc. Und dann, erst dann, passt Gott die und verbirgt die ins Höllenfeuer. Gott hat kein Gefallen, jemanden ins Höllenfeuer zu werfen. Ja. Aber klar, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, wenn jemand im Laufe seines Lebens sein Herz verschließt, so wird er für das Gericht während seines Lebens schon aufbewahrt. Judas Kapitel 1. Sogar Leute, die in die Christenheit hineingekommen sind, die sich seitlich eingeschlichen haben. Richtig, richtig gut. Gottlose. In Matthäus Kapitel 7 sagt der Herr Jesus, die zu mir sagen, Herr, Herr. Und der Herr Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Das sind Leute, muss man vorstellen, sagen, Herr Jesus. Die Christen, die sagen, Herr Jesus. Und der Herr sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Weiß von mir, ihr Jubiltäter. Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus die Gemeinde Gottes, nachdem er die Gemeinde Gottes die ganze Nacht ermahnt und geführt und gelehrt hat, sagt der Apostel Paulus, jetzt überlasse ich euch Gott und ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen werden. Ja, davon hat man ja richtig Angst. Ja, Reza, ich habe eine Frage. Und zwar, was meinte denn, also, welcher Typ Christen wird denn Gott ablehnen? Ja, das sind Leute, die zum Beispiel, wie diese Großkirchen, Leute, die viel, viel Geld von den Gläubigen nehmen, in Saus und Braus leben und ihnen ein falsches Evangelium verkünden. Zum Beispiel in den USA, da haben wir diese großen Verdiener, diese Millionäre in den charismatischen Gemeinden, wie zum Beispiel Benny Hinn, Joel Olsteen und wie die alle heißen, diese Großprediger, die viel, viel Geld verdienen und die Leute ein falsches, Joyce Meyer, genau, die den Menschen ein falsches Evangelium predigen. Das sind diese Wölfe im Schafspelz. Ja, okay, das stimmt ja aber auch, um Gewinneswillen dann halt die Leute dann abziehen halt, ne? Genau, 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 so wie das Wort auch sagt, um einen billigen Gewinn, die Gemeinde Gottes rauben. Ja. Du musst dir mal vorstellen, das wollte ich einmal ganz kurz ansprechen und das ist unmöglich. Ich hab mal so ein bisschen so gezählt einmal und bei Joyce Meyer, wenn sie so kredigt, dann sind da ungefähr fast so zwischen 5.000 und 8.000 Menschen. Ja, ja. Musst du dir mal geben, das ist eine ganze Boxerhalle, so eine ganze Arena ist voll. Ja, ja, klar, natürlich, die verdienen Millionen, die haben ja Privatjets. Überleg mal, 8.000 Menschen sitzen da, plus das wird noch bei Bibel-TV ausgestrahlt. Das heißt, das wird noch im Fernsehen ausgestrahlt. Das ist unfassbar. Ja. Joyce Meyer erzählt ja den Leuten ein falsches Evangelium, ein Wohlstandsevangelium, die sagt, dass wenn einer Christ wird, dass er unbedingt reich werden muss und gesund sein muss. Und wenn das jemand nicht ist, dann stimmt irgendwas nicht mit seinem Glaubensleben. Und das ist ein Wohlstandsevangelium, ein falsches Evangelium, was absolut unbiblich ist. Ja, ja, Herr Riese, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Wie sieht es aus mit der Taufe? Also ich kann wirklich von mir aus bezeugen, ich sündige kaum, ne? Also, wie ich mal ausdrucksweise, wie ich dann halt rede, da ist alles schon extrem besser geworden bezüglich meines Fleisches auf vollem Rahmen, ne? Also halt nicht mehr so diese Selbstbefriedung, fast gar nicht mehr, nicht mal, okay, vielleicht einmal in der Woche oder so, wenn es passiert, wenn ich nicht mal den Druck aushalten kann, ne? Aber halt, genau, genau, wie sieht es aus mit der Taufe halt, ne? Mit der Wassertaufe. Richtig, genau. Also ich will ja behaupten... Ja, man kann nicht natürlich taufen, aber das Problem ist, ich habe viele Leute kommen sehen, die einfach getauft wurden mit dem Wasser und die waren nicht echt... Natürlich ist das nicht meine Sache, die Wassertaufe zu verwehren, aber ich sage immer wieder, Leute, kümmert euch um die Taufe mit dem Heiligen Geist, nicht die Wassertaufe. Kümmert euch um eure Wiedergeburt. Das muss sitzen. Die Wassertaufe ist nicht wichtig. Ja, das denke ich mir auch immer, also ich merke ja auch von mir selbst so, dass ich wiedergeboren bin im Geiste, aber halt noch nicht mich getauft habe. Ja, okay. Wenn du der Meinung bist, dass du wiedergeboren bist und an das glaubst, was der Herr Jesus uns mitgegeben hat, oder das Wort Gottes so sagt, ja, dann musst du dich taufen lassen. Und dann musst du mal gucken halt, wo du wohnst, dass du, ja, zu einem Bruder in der Nähe oder was gehst und dann, dass er dich tauft. Ja, okay, super. Danke dir, Reza, für deine Auskunft. Ja, gerne. Nicht zu danken. Alle danken. Ehre dem Herrn Jesus. Halleluja. Gott segne dich. Mach's gut. Gottes Segen, mein Lieber. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo, Dr. Frankenstein. Hallo, Dr. Redner. Wie geht's dir? Ja, danke, Herr Jesus. Gut, danke. Okay. Ich danke dir. Ich habe eine Frage wegen der Schöpfungsgeschichte, also wegen Adam und Eva. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und ja, Adam und Eva waren ja eigentlich nur ich, die kleine Kinder, also sie wussten ja auch nicht, was gut. Und man kann sie so sehen, wie kleine Kinder, vom Geisten und dem Wohlen. Das ist gut. Du kommst ein bisschen, deine Stimme kommt nicht ganz sauber, als ob du unter Wasser reden kannst. Warte, warte. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich muss Kopf herauf, setzen wir irgendwie. Ah, okay. Kleine Augen dicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt. Sagen wir mal, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es besser. Ist es besser? Ja. Okay, perfekt. Und zwar, also die beiden kann man ja so sehen, wie so naive Kinder, also vom geistigen Niveau her. Ist das richtig? Ja. Ja, genau. Ich frage mich dann so, das ist eher so eine philosophische Frage, ich frage mich dann so, warum lässt Gott, also du würdest ja deine Kinder auch nicht mit deinem Pädophilen oder mit deinem Krankenpsychopathen in einen Raum lassen. Warum waren Adam und Eva so naiv wie die Kinder, also so naiv wie die Kinder mit dem Teufel, also mit dem listigsten Wesen im Garten Eden? Und ist ja klar, dass das listigste Wesen intelligent ist und weiß, wie er die zu beeinflussen hat. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber du musst ja nicht darauf hören. Ja, aber die sind ja wie Kinder. Ja, es gibt Kinder, die hören auf ihre Eltern und die sprechen nicht mit Fremden. Aber wer ist schuld, wenn ein Kind von einem Psychopathen manipuliert wird? Wem würdest du die Schuld geben, heutzutage? Beide. Ich würde sowohl dem Psychopathen, nein, ich würde sowohl dem Psychopathen als auch dem Kind die Schuld geben, falls das Kind von den Eltern geschult worden war und sie trotzdem das Gegenteil getan haben, dann ist das Kind auch schuld. Okay. Weil die Eltern ein Gebot gegeben haben den Kindern und diese Kinder haben das Gebot missachtet. Aber warum sind die Kinder überhaupt mit diesen Psychopathen in einem Raum, frage ich mich. Weil die einen freien Willen haben. Weil die einen freien Willen haben. Gott hat ihnen einen freien Willen gegeben. Ein anderes Beispiel, damit du es verstehst. Wenn du eine Frau hast und die läuft neben dir in deiner Hand, woher willst du denn wissen, dass sie treu ist, wenn es keinen anderen Mann auf der Erde geben würde? Sag mal, du bist nur mit dir alleine auf der Erde. Das ist aber ein anderes Beispiel. Moment, Moment, Moment. Nein, nein, nein. Die Treue, die sie dir gibt, ist das deswegen, weil sie dich liebt oder deswegen, weil es keine Verführung auf der Welt gibt? Warum ist sie die? Das kannst du doch nie herausfinden. Ja, klar. Richtig? Ja, ist richtig. Moment, Moment, Moment. Jetzt die nächste Frage. Was wäre, wenn man deine Frau allein lassen würde mit hunderten top durchgestylten, heftigen, aussehenden Typen in einem Raum? Und die würde treu bleiben. Dann ist diese Treue wert. Richtig? Ja. Aber die Treue wäre doch nichts wert, wenn du alle Männer auf der Welt in eine Gefängniszelle tust und dann deine Frau natürlich keine Möglichkeit hat, fremdzugehen. Das ist doch keine Treue. Was ist diese Treue wert? Wenn du den Versucher ausschließt, dann ist diese Treue nichts wert. Richtig? Du hast hundert Prozent recht, ja? Genau. Das ist mit allem einfach. Aber das passt, finde ich, mit dem Beispiel von den Kindern nicht zusammen. Ein Kind ist ja naiv, es ist leichter zu beeinflussen. Ist egal. Ja, ist egal. Auch eine Frau ist leichter zu beeinflussen. Da muss nur der richtige Typ kommen. Glaub es mir. In meiner besten Zeit habe ich Frauen vor den Augen ihrer Männer weggerissen. Es muss nur der heftige Typ kommen. Es muss nur der heftige kommen. Und da war das mit der Treue hinweg. Aber bleiben wir auch bei den Beispielen bei Kindern. Du gehst jetzt auf Frauen, das sind erwachsene Frauen. Also bleiben wir mal beim Beispiel von naiven kleinen Kindern. Und dann kommt das listigste Wesen. Dagegen bist du ja in deinen besten Zeiten nichts. Das stimmt nicht. Es gibt Kinder, die sind aber, was die Eltern sagen, treu und hören darauf. Auch wenn der heftigste Typ kommt und ihnen die heftigste Playstation bietet, dass sie mitgehen sollen. Die sagen trotzdem nein, bestimmte Kinder. Die sagen nein, meine Mutter hat gesagt, ich darf das nicht tun, ich darf nicht mit Fremden gehen. Das ist genauso wie in der Hundeerziehung. Wenn auf einmal, wenn du deinen Hund so super erzogen hast und dann kommt jemand mit so einem Leckerli, rennt dein Hund dahin oder hört er auf dein Wort. Aber dann sagt dir, dann hat Gott Adam und Eva nicht gut genug erzogen. Ja, hat sie mit freiem Willen ausgestattet. Das will mein Bruder dir damit sagen. Sie haben also die freie Möglichkeit zu entscheiden, wohin sie gehen. Wenn deine Frau keinen freien Willen hätte, treu zu sein, wenn sie programmiert wäre, dir treu zu sein, wärst du mit dieser Treue zufrieden? Nein, natürlich, das soll von freiem Stimmung sein. Du hast ja recht, was du sagst. Ich sag ja auch nichts dagegen. Die Treue hat nur, oder die Liebe hat nur einen Wert, wenn sie trotz Verführung standhalten würde. Ja, ja, 100 Prozent. Du kannst ja nicht den Verführer ausschließen, damit deine Frau treu bleibt. Du siehst doch anhand dieser ganzen amerikanischen Sendungen mit, ist mir mein Partner treu und so ein Blödsinn, ne? Ja. Der Typ würde das, oder die Frau würde das doch niemals herausfinden, wenn es denn nicht den Verführer geben würde, richtig? Also es ist ein Test gewesen, aber ja, ja schon, das ist gut erklärt. Aber ich denke mir halt, das sind Menschen immer noch, aber ich rede vom Teufel. Also das ist ja die Endstufe, das ist ja der Endgegner. Trotzdem, trotzdem. Das ist so das krasseste Böse gegen das naivste Kleinkindliche. Das ist ja kein fairer, weißt du, ich mein? Nein, ich habe dir ein Beispiel genannt. Der heftigste Typ der Welt, der mit dem heftigsten Ferrari vorfährt, super top aussieht, dass du mit dem rumläufst, auf einmal mit so einem Menschen mitgehen würde, dann ist das doch der freie Wille deiner Frau. Sie war nicht treu. Ja. Aber du kannst nicht diesen Typen einfach wegschließen, damit deine Frau treu bleibt. Nein, nein, natürlich nicht. Erst wenn der Verführer da ist, dann zeigt sich die wahre Treue. Und wenn der Mann, der eine Ferrari fährt oder was weiß ich, der heftigste Typ, ja, vorfährt vor deiner Frau und die anmacht und deine Frau sagt, nein, ich liebe meinen Mann, du bist mir nichts wert und deine Hand nimmt und mit dir weggeht. Diese Treue ist es wert, die trotz Verführung sich für dich entscheidet. Richtig? Ja. Diese Treue und Liebe, die ist wert. Aber nicht, wenn man den Verführer ausschließt. Nein, der Verführer, der Satan, hatte seine Daseinsberechtigung im Garten Eden, damit die Treue wahrhaftig gezeigt wird. Und man hat gesehen, dass Adam und Eva untreu waren. Was hat der Satan genau, er hat die beiden überredet, ne, er hat Eva überredet, in den Apfel zu beißen. Ja. Was hat ihr ihr versprochen da? Ja, er hat dir getrickt, getrickst. Gott hat ja gesagt, du sollst ja nicht von diesem Baum essen, denn sobald du von diesem Baum der Erkenntnis isst, musst du sterben. Da wärst du sterblich und verlierst dein ewiges Leben. Ja. Und dann hat der Teufel gesagt, ach, keineswegs wirst du sterben. Ach, das stimmt nicht, du wirst nicht sterben. Und das ist die Lüge gewesen. Und Adam und Eva haben davon gegessen. Und dann natürlich ein Gebot Gottes zu übertreten, schon verlierst du dein ewiges Leben. Und dann wurden die sterblich. Sie haben ihre Unsterblichkeit verloren. Römer, Kapitel 3, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, das war halt so, philosophisch gesehen war das so eine Frage, mit der ich irgendwie nicht, die ich nicht verstanden habe. Also ich habe diese Frage mir gestellt und die konnte ich irgendwie nicht verstehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das eher so als Metapher dargestellt. Nein, 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 nein. Da steckt immer ein geistiges, geistiges Erkenntnis dahinter. Das ist nicht Metapher. Die Treue von Adam und Eva, die Untreue besser gesagt von Adam und Eva, ist zu sichtbar geworden durch den Verführer. Wäre der Verführer nicht da gewesen, hätten die auch nicht gesündigt. Deswegen hat der Herr das erlaubt, damit ihre Treue wahrhaftig gezeigt wird, beziehungsweise ihre Untreue. Damit sie sehen, dass sie untreu sind. Deswegen hat der Herr Jesus ja gesagt zum Petrus. Der Petrus hat gesagt, nein, Herr, du, ich werde treu sein bis ans Ende. Ich werde dich niemals verleugnen, Herr. Und dann hat der Herr gesagt, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Keineswegs, Herr, werde ich dich verleugnen. Nicht ich, alle anderen der Welt, ja, aber nicht ich. Ein paar Stunden später, bevor der Hahn gekräht hat, hat der Apostel Petrus den Herrn verleugnet. Der hat gesagt, ich kenne diesen Christus nicht. Lass mich in Ruhe, als er Angst bekommen hat um sein Leben. Ja. Das siehst du. Die Leute können viel labern, aber in der Prüfung, da wird die Gesinnung offenbar. Es gibt, du kennst doch diese ganzen Leute, die sagen, ich küße dein Herz, Bruder, du bist mein bester Freund, richtig? Ja. Aber kommt auf einmal zu einer lebensbedrohlichen Situation mit so Leuten, die mit Messer kommen, auf einmal hauen die ab und lassen dich im Stich. Ja. Da ist das so auf die Straße geworfen mit, ich küsse dein Herz. Ja, das sind ja nur so Floskel, das ist ja leere Worte. Ja, aber trotzdem sagen die Leute das. Und die Leute glauben das. Vor allen Dingen die Frauen. Ich liebe dich, ich liebe dich, mein Schatz, du bist mein Schatz. Und die Frau glaubt, das ist ja, die sind so naiv. Ja. Ja. Und dann, ich liebe dich, halbe Stunde später, nachdem er fertig war, und dann fährt er gut, tschüss. Und ich liebe dich, du bist mein Schatz, du der Nächsten. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das biblisch ist, aber die Geschichte von der Milit? Nein, das ist jüdische Mystizismus. Das ist nicht biblisch. Das ist Kabbalah. Und davon musst du dich fernhalten. Das ist Magie-Zauberei. Damit hast du nichts zu tun. Also ich sag euch mal kurz, ich bin aus dem Islam ausgetreten und dann hab ich, also ich hab mir eure Streams angeschaut von allen. Von Amir, von dir, von Evangelist. Finde ich auch sehr gut allgemein, was ihr macht. Ja. Und da hab ich mich halt mit der Wiedergeburt beschäftigt, ich hab meine Sünden bekannt, hab geweint und dieses ganze Prozedere. Und letztens, und letztens aber, ich bin halt ehrlich, also letztens habe ich halt diesen Zweiteiler gesehen von Trau Keim Promi. Ja. Den kennt ihr ja, habt ihr das angeschaut? Ja, das ist ein Teufelskind. Ja, ich weiß, dass du so aufpassen musst. Du musst mich in Acht nehmen. Aber wisst ihr, was... Der Trau Keim Promi hat gesagt, dass der Herr Jesus Satan höchstpersönlich geht. Ja, ja, klar. Und ich bin mir auch sicher, und ich bin mir auch jetzt sicher, Reza, weil das ist auch kein Zufall, wie kann so ein Mann die ganze Zeit mit Promis abhängen? Der hängt mit Sido ab. Der hängt mit... Der hängt ja nicht mit dem ab. Ja, sicher, der kennt die alle. Der hängt mit dem ganz gut, die Leute. Mit den ganzen oberen Leuten. Natürlich, die sind privat, die sitzen da privat, und dann stellen die sich so Fragen, wie kommst du überhaupt an Sido ran, dass er sich überhaupt Zeit nimmt für dich, dass du da mit ihm privat sitzt? Ja, klar. Ja, natürlich. Mit Flair sitzt er da und so alles. Also, ganz ehrlich... Hast du dir das Video komplett angeschaut, die zwei Teile von dem? Ja, das ist total vertreten. Das ist total vertreten. Das ist total vertreten. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Satanskind, der dich verführen will, damit du vom Herrn Jesus abhältst. Das hat mich schon sehr verwirrt, muss ich sagen. Ja, siehst du, da hat er es geschafft. Genau, das wollte er es schaffen. Ja. Weil an sich ist ja gar nichts Verwerfliches. Du kannst eigentlich nichts Schlechtes an Jesus finden. Aber so wie der das erklärt, ist es halt alles der Ursprung von der Kabbalah, von dem Talmud, nur damit die Goyim sozusagen ihren Gott haben. Ja, der ist ein Kabbalist. Das ist ein Kabbalist. Nee, er erklärt das so, dass alles von denen abstammt. Ja, und das ist eben Satan. Der Typ arbeitet für den Teufel, damit du vom Glauben vom Herrn Jesus abkommst und verloren bist. Ja, er hat mehr so pro römisches Reich geredet, mit mehr Göttern und so Sachen. Ja. Und mit sowas komme ich auch nicht so glaube ich. Ja, komm ich. Das musst du dir nachnehmen. Brauch keinem Promi und so weiter. Das sind bewusste Diener des Teufels. Der ist nicht ohne Sinn da, wo der ist in der Trucer-Bewegungsszene. Ja, gibt es ja viele Gatekeeper, aber man muss schon sagen, der hat auch gute Videos gemacht. Also der hat auch gut aufgeklärt. Ja, klar. Deswegen ist er auch eingesetzt, weil er eben gute Arbeit leistet. Der Satan wird ja nicht schlechte Leute einsetzen, die keine Leute fischen können. Verstehst du? Ja. Der wird schon Leute nehmen, die gut fischen können. Deswegen musst du dich in Acht nehmen. Aufpassen. Aufpassen. Der Satan wird versuchen... Deine Videos waren schon der Hammer auf jeden Fall. die Illuminati-Aufklärung richtig nice. Ja, und dabei musst du bleiben. Da musst du dein Herz hüten, behüten. Dass da der Satan dann nicht kommt und es widerstehlt. Aufpassen. Du darfst nicht unvorsichtig sein. Weil ich denke mir halt so, das war halt so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, egal was ich bis jetzt in meinem Leben geglaubt habe, war sowieso eine Lüge. Sprich Islam oder andere Sachen. Da hatte ich so einen Blackout-Moment, wo ich dachte, hey, alles ist verarscht. Die sind ja komplett in so einer Matrix. Ja, hast du meine Matrix-Entschlüsselung gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, dann hast du doch, du weißt doch alles. Wie kannst du denn dann auf einmal dann wieder vom Weg abkommen? Da ist doch alles erklärt. Da habe ich doch alles erklärt. Hast du meine Matrix... Wenn du meine Matrix-Entschlüsselung gesehen hast und die Matrix-Entschlüsselung von diesem tollen Trau-Kein-Promi, da siehst du doch den Unterschied. Das ist doch Schrott. Seine Trau-Kein-Promi, seine Matrix-Entschlüsselung, im Gegensatz zu meiner Matrix-Entschlüsselung, da siehst du doch den Unterschied, wie ich Szene für Szene biblisch auseinandergenommen habe. Du nimmst es biblisch auseinander und er nimmt es irgendwie anders auseinander. Oberflächlich. Ja. Ja, kann man sagen. Ja, warum heißt der denn Neokortex? Ist das wegen dem Neokortex im Gehirn? Oder ist das ein Neophyt, der eingeweiht wird von Morpheus? Was passt besser? Ja, schon, der Neophyt. Ja? Es gibt immer ein Original und der Teufel versucht, das Original zu verfälschen. Ja, aber das Original bleibt original. Deswegen musst du echt auf dich aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Dass der Satan dich nicht fischt. Bruder Rese, ich will nur was sagen, ja? Ja, bitte. Der Satan hat ja extra hier auf TikTok TikToker eingesetzt, zum Beispiel mit einer halben Million Abonnenten und die klären auch auf über Freimacher und Illuminati, aber auf einer falschen Schiene wollen sie die Leute bringen und sind selber drin, um die Leute abzulenken von der Wahrheit, von dem Herrn Jesus Christus. Haltwahrheiten sind drin, aber nicht die volle Wahrheit. Ich würde es richtig nice finden, wenn ihr auf diese Videos von Traumkommi reagiert und das so. Ja, ich gucke mir das mal an, weil, ja, ja, okay. Ich gucke mir das mal an und dann werde ich dann darauf reagieren. Ich würde gerne mit helfen, so. Ja, okay, okay. Ich werde das mal an. Das hat schon viele Leute verwirrt. Also mich hat es schon sehr verwirrt, aber ich möchte jetzt auch nicht loslassen vom Glauben, weil das hat mich schon verändert, man. Ja, so. Ja. Also nicht vom Herrn Jesus weggehen, ne? Du musst da bleiben. Der Satan wird versuchen, natürlich, dich dann wegzureißen, ne? Von der Herde. Und, und, aber habt ihr das mitgekriegt mit, äh, Sinanji? Ja. Da kommen auch so Sachen jetzt langsam raus, aber ich glaube, da ist auch noch viel tiefer, also der, ihr seid, ihr denkt, oh, der ist auch eingeweist, wahrscheinlich. Der ist ja auch geil. So ein Netflix-Film und so Sachen macht er mit. Was ist los? So, ihr Lieben, ich muss mich jetzt langsam rauskriegen. Okay, da hat es schon alles klar. Ja, in Gottes Segen euch allen und, äh, wie gesagt, bleibt dem Herrn stark. Amen. Nicht den Weg verlassen. Der Satan wird versuchen, euch wegzubringen. Nicht den Weg verlassen. Auf dem Weg bleiben. Und weiter. Nicht euch wegreißen lassen. Okay, ihr Lieben, Gottes Segen, bis bald. Ja, nicht nur dann. Danke schön. Alle Dank dem Herrn Jesus. Ciao, ciao. Amen. Also, ich gehe dann auch raus. Äh, ich danke euch für die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Um Gottes Segen euch. Und die zwei sind auch noch hier drin, hier sind auch noch hier drin. Halleluja, Gott segne euch, ihr wundervoll. Vergiss niemals, der Jesus Christus ist in Freiheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel als nur durch den Herrn Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Erlösungsweg, es gibt keinen anderen Weg. Kein anderer Weg führt in den Himmel als nur durch Jesus Christus. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mich auslachen, mich verspotten. Am Ende werden wir sehen, wer dann lacht und wer dann über wen spottet. Denn ehe dich nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Darauf ist mir mein Lieber, mein Liebe. Ja. Und das wisst ihr auch alle. Tief in eurem Inneren wisst ihr, dass Gott existiert und Gott mit den Sündern einen kurzen Prozess macht, die nicht zum Herrn Jesus Christus gehören. Hier auf Erden hast du die Entscheidung, Entscheidungsgewalt, Entscheidungsmöglichkeit, sich für oder gegen den Herrn Jesus Christus zu entscheiden. Deswegen nutze ich nochmal kurz diese Momente, um nochmal die Botschaft mitzugeben. Denn ich denke, dass sie zu knapp kamen in den letzten Stunden oder was. Wir haben über sehr viele Themen gesprochen, aber wir haben den Herrn Jesus Christus als das Erlösungswerk des Vaters nicht oft genug jetzt gerade besprochen. Deswegen, falls du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, bitte ich dich von aufrichtigem Herzen, dir Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und über deine Ewigkeit nachzusinnen und den Herrn Jesus Christus in dein Leben zu lassen. Sei nicht so oder gehör nicht zu denjenigen, die sagen, nein, ich bin doch nicht so und schlimmer. Ich bin doch nicht dies, ich bin doch nicht das. Ich brauche keine Erlösung. Ich mache das schon auf meinem Weg. Sei lieber diejenigen, die sich nicht für gerecht genug halten und sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und ich bitte dich, Herr, komm in mein Leben und vergebe mir all meine Schuld. Sei zu der, sei diejenigen, die zu der zweiten Kategorie gerannt, nicht zu der ersten. Ja, möge der Herr Jesus Christus dir halt deine Augen öffnen, dir die Entscheidung leichter fallen lassen, ne? Dass du keine Angst hast vor deiner Familie oder Angst haben sollst vor deiner Familie oder vor den Bekannten, Familien oder was auch immer. Denn der Herr Jesus Christus liebt dich über alles und möchte auch Gemeinschaft mit dir haben. Nur du musst zu ihm Ja sagen, daher der freie Wille. Ja zu Jesus Christus, nein zu dieser Welt. Genau. Kam ich verständlich rüber? Ja. Okay, möchtest du noch was sagen, Bruder Danny? Ja, Bruder, ich will, dass du dir so eine Batman-Maske kaufst und dann live kommst. Bitte. Das wäre mit meinem Headsman-T-Shirt, ne? Ja, ich will, dass du ein T-Shirt hast von Per Vogel mit Batman-Maske und dann will ich, dass du ganz laut islamischer Musik immer so im Hintergrund abspielst und dann die heftigsten Hadithe raushauen. Ja heftig, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, das wäre schon heftig. Ja, ihr Lieben, okay, dann Gottes Segen, wir hören uns dann später. Dankeschön für die ganzen Likes, danke für die Geschenke, ihr Wunderwort. Es steht ja geschrieben, der Herr Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Boden. Wer zu mir kommt, der ist nicht genau so. Genau. Na gut, danke, dass ich hier rein durfte. Gott segne euch. Macht's gut, der Herr Jesus Christus segne euch. Mal gucken, vielleicht komme ich dann später nochmal live. Ansonsten sehen wir uns dann, so Gott will, dann morgen oder so, ja? Gott segne euch, die Wunderwollen. Ciao, und Gott segne euch.